Spanien am Ende des 15. Jahrhunderts. Eine neue Ära beginnt. Das Schicksalsjahr ist 1492. Granada, die letzte Hochburg der Araber auf der iberischen Halbinsel, fällt. Der jahrhundertelange Kampf der christlichen Spanier gegen die Herrschaft der Mauren ist gewonnen. Die Halbinsel ist zurückerobert, die Reconquista beendet. Aber der mittelalterliche Kreuzzugsgeist der Spanier ist keineswegs erloschen. In den Nachfahren der Glaubensritter pocht noch der religiöse Eifer und das missionarische Sendungsbewusstsein. Die spanischen Kämpfer, oft seit Generationen im Dienst an der Waffe, roh, zäh, meist ungebildet, viele sogar Analphabeten, strotzen vor Rauflust. Und auch sie werden erfasst vom Geist der Neuzeit, von dem unbezwinglichen Zug in die Ferne, von dem Trieb alles zu erforschen und zu unterwerfen. Es ist das Zeitalter der Entdeckungen. 1492 unterzeichnet das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella mit dem Genuesen Christophoro Colombo einen Vertrag im Auftrag der Krone, den Westweg nach Indien zu finden. Im Herbst desselben Jahres erreicht Kolumbus die Karibischen Inseln, nennt sie, noch in seinem Irrtum gefangen, die Westindischen Inseln. Ein neuer Kontinent liegt Spanien zu Füßen. Frankreich und England sind mit innenpolitischen Problemen beschäftigt. Portugal, Spaniens größter Rivale und unter seinem König Heinrich, dem Seefahrer, der Vorreiter der Entdeckungen, Konzentriert sich auf den Osten, entdeckt 1498 durch Vasco da Gama den Seeweg nach Indien und beherrscht den Gewürzhandel aus Asien. Den Spaniern steht so der Westen offen. Die neue Welt. Noch sind es winzige Kolonien auf den Inseln Kuba und Hispaniola. Die Spanier finden dort im Wesentlichen nur Zucker und dunkelhäutige Indianer. Die Ausbeutung von beidem, die sklavengestützte Zuckerproduktion im großen Stil, wird erst Jahrzehnte später beginnen und die Antillen für 200 Jahre zur Melkkuh und zum Zankapfel der europäischen Mächte machen. Die spanische Krone jedoch, auf der Suche nach Geldquellen, um ihre Großmachtpolitik zu finanzieren, giert nach etwas, was auf den Inseln der Karibik nicht wächst. Gold. Die Spanier werden es finden. In Mengen, von denen kein Europäer je zu träumen gewagt hat. Denn im Dunkel des noch unentdeckten neuen Kontinents liegen Schätze, die sich die Menschen in der alten Welt nicht vorstellen können. Sie wurden geschaffen von zwei hochentwickelten Kulturen. Zivilisationen, die Errungenschaften hervorgebracht haben, die es in Europa am Beginn der Neuzeit nicht gibt. Wunderwerke der Ingenieurskunst. Geniale Bewässerungsanlagen und Düngemethoden, botanische Gärten und Dampfbäder. Ein Postsystem, das mit unglaublicher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit funktioniert. Großstädte, deren Straßen so sauber sind, dass die Füße der Bewohner nie schmutziger werden als ihre Hände. Gerichte, die niemals mit Eigentumsdelikten beschäftigt sind, weil die Menschen so ehrlich sind. Und vor allem Meisterwerke des Kunsthandwerks, exquisit gearbeiteter Schmuck aus Gold und Silber. Beide Hochkulturen, der Staat der Azteken in Mexiko und das Reich der Inkas in Peru, werden in weniger als 20 Jahren nicht nur unterjocht, sondern völlig zerstört. Die Täter, eine Rotte ruchloser Banditen aus Spanien. Das Motiv, schnöde Gier. Nach Gold, nach Macht, nach Ruhm. Verblendet durch den doppelten Größenwahn ihrer katholischen Religion und der weißen Rasse. Angetrieben durch Rauf- und Abenteuerlust, bereit, unglaubliche Strapazen und Entbehrungen auf sich zu nehmen, erobern die Spanier die neue Welt. Mit Verschlagenheit und Tücke unterwerfen sie zwei Reiche, töten Hunderttausende, vergewaltigen, knechten und versklaven, plündern und brandschatzen, rauben gigantische Schätze und zerstören unermessliche Kunstwerke und Heiligtümer. In Lateinamerika spricht man immer noch von der Conquista, der Eroberung. Die Männer, die sie vollbrachten, sind die Conquistadoren. Die Geschichte der Conquista beginnt in Extremadura, der staubigsten, kargsten und einsamsten Provinz Spaniens. 1484 wird hier in der kleinen Stadt Medellin der erste der großen Eroberer geboren, Hernando Cortez. Nach dem Wunsch der Eltern wird der aufgeweckte Junge in Jura ausgebildet, nicht im Kriegswesen. Cortez gehört zu den großen Namen der Weltgeschichte und bleibt doch bis heute rätselhaft. Ein Schürzenjäger und ein Spieler soll er gewesen sein. In jedem Fall war er ein typisches Produkt der Renaissance. Wissensdurstig, waffengewandt, hungrig nach Abenteuer, Ruhm und Ehre. Er ist der Held unserer ersten Geschichte. Wenn man jemanden einen Helden nennen kann, der den Untergang einer Zivilisation und den Tod Hunderttausender verursachte. 22 Jahre ist Cortez alt, als er 1506 Spanien verlässt und sich aufmacht in die neue Welt. Er siedelt sich zunächst auf Hispaniola an, heute die Dominikanische Republik. Etwas später zieht er nach Kuba. Die spanischen Kolonien auf den Antillen bestehen gerade mal seit zehn Jahren. Doch in dem Jahrzehnt seit Kolumbus' erster Entdeckungsreise ist das geografische Wissen der Europäer enorm gewachsen. Im Jahre 1500 erreicht der Spanier Pinzon den Amazonas und der Portugiese Cabral landet versehentlich im südlichen Teil Brasiliens. Trotzdem wird Brasilien für die nächsten 30 Jahre nicht weiter erforscht. Vermutlich, weil sich Klima und Landschaft wenig für eine Kolonisierung eigneten. Auch Nordamerika bleibt noch für weitere 100 Jahre unbesiedelt, obwohl Giovanni Caboto unter englischer Flagge und mit englischem Namen John Cabot 1497, also noch vor Kolumbus, das amerikanische Festland bei Labrador erreicht. Übrigens werden beide um die Ehre geprellt, dem neuen Kontinent ihren Namen zu geben. Diesen Ruhm stiehlt sich völlig ungerechterweise ein cleverer Mitläufer der Entdeckungsfahrten mit einer großen Klappe, der Italiener Amerigo Vespucci. Der deutsche Geograf Martin Waldseemüller geht der Eigenwerbung Vespucci's auf den Leim und führt 1507 den Namen Amerika ein. Eine der großen Ungerechtigkeiten der Geschichte. Die wahren europäischen Entdecker Nordamerikas sind sowieso die Skandinavier, die schon um tausend die Küsten Neufundlands erreicht hatten. Ihre Reisen waren zwar nicht völlig in Vergessenheit geraten, aber das Wissen war nicht weitergegeben worden. 1508, 1509 erreichen die Spanier zum ersten Mal die Yucatan-Halbinsel, ein Jahr später die Küste Floridas. Noch herrscht die Ansicht vor, dass all dies Inseln seien, an denen vorbei man bis nach China segeln könne. Doch dieses Bild verändert sich sehr bald. 1513 hackt sich Vasco Núñez de Balboa einen Weg durch den Dschungel in der Landenge von Panama und erblickt zum ersten Mal den Pazifik, die Südsee. Der entscheidende Moment für Cortez kommt mit zwei Expeditionen nach Yucatan. 1517 erreicht der spanische Kapitän Cordoba die Spitze der Halbinsel Yucatan und kommt zum ersten Mal in Berührung mit der Kultur der Mayas. Dies sind nicht primitive Stammesvölker wie auf den westindischen Inseln, die von den Kolonialherren rücksichtslos versklavt werden. Es ist eine hochentwickelte Zivilisation, die die Spanier beeindruckt. Zu dieser Zeit ist die Kultur der Mayas bereits seit langem im Niedergang begriffen. Ihre Hochblüte hatte sie im 9. Jahrhundert. Selbst die großen Städte der späten Zeit wie Chichen Itza sind verlassen und vom Tropendschungel überwuchert. Aber es gibt immer noch organisierte Stadtstaaten mit Schriftkultur und Handel entlang der Küste. Zunächst wird Cordoba als Gast empfangen. Doch ein anderer Stadtfürst hatte wohl von der Gewalttätigkeit der spanischen Siedler in der Karibik gehört und greift die Expedition an. Cordoba verliert die Hälfte seiner Männer. Aber was er nach Kuba zurückbringt, löst eine Kettenreaktion aus, die den Lauf der Weltgeschichte verändert. Gold. Die Mayas hatten die Goldstücke im Tauschhandel von einem Land im Nordwesten erhalten, einem Land mit dem Namen Mexiko. In Kuba versteht man die Tragweite dieser Entdeckung sofort und organisiert eine zweite Expedition unter Juan de Grijalva. Grijalva geht auf der Insel Cozumel an Land, wo er Pyramiden und hohe Gebäude findet, weitere Zeichen einer Hochkultur. Die Expedition umrundet die Halbinsel und landet an der Küste hunderte von Kilometern weiter nordwestlich. Die Einheimischen dort gehören zum Volk der Totonacs. Sie heißen Grijalva willkommen und sind geradezu begierig, mit den Spaniern zu reden. Mit Hilfe eines Maya als Dolmetscher erzählen die Totonacs von einer großen Stadt jenseits der schneebedeckten Bergkette im Osten, unter deren Herrschaft sie leben. Es sei ein Reich mit einer hochentwickelten politischen Ordnung und Verwaltung, mit Gesetzen und Gerichtsbarkeit. Da wird den Spaniern zum ersten Mal klar, dass sie sich nicht auf einer Insel, sondern auf einem Festland befinden, auf dem ein großes und mächtiges Reich existiert. Mexiko. Die Neuigkeiten von Grijalva wirken auf die Kolonisten in Kuba elektrisierend. Der Goldrausch erfasst die Spanier. Mexiko. Das ist das Zauberwort für Reichtum und Ruhm. Hernando Cortez sieht seine Chance und ergreift sie. Als einer der wohlhabendsten Männer Kubas kann er sich seine eigene Expedition finanzieren. Seine Flotte umfasst vier größere Schiffe und sieben kleinere Boote. An Bord sind 530 Europäer, darunter etwa 100 Matrosen, ein Arzt, etliche Zimmerer und mindestens acht Frauen. Zudem mehrere hundert Indianer von Kuba und einige Afrikaner, der Großteil Sklaven. Obwohl die Expedition offiziell als Forschungs- und Handelsreise ausgewiesen ist, nimmt Cortez ein beeindruckendes Waffenarsenal mit. Armbrüste, Handgewehre, kleine Artillerie und tragbare Schiffskanonen. Seine Geheimwaffe sind 16 Pferde und eine große Anzahl Kampfhunde. Tiere, die, wie sich herausstellen wird, den Azteken unbekannt sind und ihnen große Furcht einjagen. Am 18. Februar 1519 setzt Cortez in Santiago de Cuba Segel gegen den Willen des kubanischen Gouverneurs. Der Schachzug eines Spielers, eines Spielers, der große unbekannte Risiken eingeht. Cortez-Geschichte wird von einer Reihe einzigartiger Dokumente erzählt, darunter seine eigenen Briefe aus der Neuen Welt. Erstaunlicherweise haben wir auch Material von Seiten der Azteken. Der faszinierendste und detailreichste Bericht wird von einem Franziskaner, Bernadino de Sargun, in Nahuatl, der Sprache der Azteken, geschrieben, gestützt auf Gespräche mit aztekischen Augenzeugen. Zusammen mit Liedern und Gedichten der Azteken gibt dieser Bericht einen unschätzbaren Einblick in die Geschehnisse. Geschehnisse, deren Tragik noch heute, fast 500 Jahre später, unter die Haut geht. Entfindigung ist ein entscheidender Faktor bei der Eroberung fremder Reiche. Und in diesem Punkt hat Cortez von Anfang an unverschämtes Glück. Auf Cozumel, seiner ersten Station vor der Küste Jucatans, trifft er auf einen Spanier, Aguilar, der nach einem Schiffbruch acht Jahre als Gefangener unter den Einheimischen gelebt hat. Damit hat Cortez einen Dolmetscher für die Sprache der Mayas, unverzichtbar für das Vordringen ins Landesinnere. Die Expeditionsflotte segelt um die Halbinsel herum in den Golf von Mexiko und macht Halt an der Mündung des Tabasco. Die dort ansässigen Mayas sind vorgewarnt und begegnen den goldgierigen Neuankömmlingen feindlich. Es kommt zum Kampf, den die Spanier mit Leichtigkeit gewinnen. Der unerfahrene Cortez lernt eine wichtige Lektion. Auf die Maya-Krieger mit Waffen der Bronzezeit haben die Gewehre und Kanonen der Spanier eine verheerende Wirkung. Das heißt, dass die Spanier selbst dann mit einem Sieg rechnen können, wenn die Feinde zehnfach in der Überzahl sind. Die unterworfenen Indianer am Tabasco-Fluss geben den Spaniern 20 Frauen als Geschenk. Eine von ihnen heißt Malinali. Die Mexikaner nennen sie später Malinche. Als Cortez herausfindet, dass sie auch Nahuatl, die Sprache der Azteken, spricht, macht er sie zu seiner Geliebten. Schnell lernt Malinche Spanisch und wird damit zum Schlüssel für Cortez-Erfolg in Mexiko. Cortez und sie werden ein unzertrennliches Duo. Ein Team, das sich mit Überredungskunst, subtiler Drohung, Raffiniertheit und Brutalität den Weg nach Mexiko ebnet. Eine einheimische Frau führt die Spanier nach Mexiko. Eine Ungeheuerlichkeit für die schockierten Azteken. Malinche ist noch heute eine problematische Figur. Ihr Bild im Volk ist das einer Hure, Betrügerin, Todesgöttin. Im heutigen Mexiko wird jemand, der der US-amerikanischen Kultur verfällt, als Malinchista beschimpft. Als Verräter Mexikos. Die Wahrheit ist natürlich komplexer. Alle wichtigen Gespräche zwischen den beiden Welten, zwischen Spaniern auf der einen und Mayas und Azteken auf der anderen Seite, gingen über Malinche und sehr wahrscheinlich hat sie die Ereignisse durch ihre Dolmetscherrolle manipuliert. Vermutlich hatte keine andere Frau ihrer Zeit in beiden Kulturkreisen so viel Freiheit und Macht wie sie. Ihre Geschichte bleibt uns verborgen. Und so ist Malinche eine der rätselhaftesten und faszinierendsten Figuren der Weltgeschichte. Bis zum Schluss blieb sie Cortez treu ergeben. War es Lust an der Macht in einer von Männern beherrschten Welt? War es Stolz, eine Schlüsselrolle im Lauf der Welten zu spielen? Oder war es vielleicht einfach nur Liebe? War sie, wie viele Mexikaner glauben, dem bärtigen weißen Fremden verfallen? Nur das wissen wir. Durch diese Verbindung fand Cortez sein Schicksal. Er segelt weiter nach Norden entlang der Küste bis zu einer kleinen Insel, die vor der heutigen Stadt Veracruz liegt. Hier begegnet er zum ersten Mal den Azteken, am Ostersamstag 1519. Es ist eine Gesandtschaft vom Herrscher Mexikos, vom großen Sprecher der Azteken. Sein Name, Mote Kutzoma II., auf Nahuatl, der zürnende Fürst, verbeihorned Monte Zuma. Er hat von den fremden Neuankömmlingen gehört, auch von ihren seltsamen Waffen und den Schermützeln. Und trotzdem, das ist das Überraschende, lässt er ihnen Essen und Geschenke schicken, Edelsteine, Federschmuck und Gold. Die Reaktion der Spanier fasziniert die Azteken. Die Spanier waren völlig aus dem Häuschen. Sie stürzten sich auf das Gold wie Affen, mit hochroten Gesichtern. Ihr Durst nach Gold war ganz offensichtlich unstillbar. Sie hungerten, sie gierten danach. Sie wollten es in sich hineinstopfen wie Schweine. Sie hörten nicht auf, das Gold zu befingern und es hin und her zu reichen. Und dabei quasselten und kicherten sie wie Kinder. Cortez kratzt hastig ein paar Gegengeschenke zusammen und nutzt dann die Gelegenheit, um den Azteken eine Demonstration seiner Waffengewalt zu geben. Er lässt seine Kavalerie im vollen Galopp den Strand entlang stürmen und gleichzeitig die große Kanone feuern. Die Gesandten fallen buchstäblich um vor Angst. Cortez kennt damit seinen entscheidenden Vorteil. Er und seine Männer sind den Azteken zwar zahlenmäßig weit unterlegen, aber seine Technologie ist der ihren um Jahrtausende voraus. Bevor die Gesandtschaft aufbricht, stellt Cortez die Frage, die ihm auf den Lippen brennt. »Habt ihr mehr Gold? Denn ich und meine Männer leiden an einer Krankheit des Herzens, für die es nur ein Heilmittel gibt.« »Gold?« »Ja«, sagt der Botschafter, »sie hätten noch viel mehr.« Er hätte keine schlimmere Antwort geben können. Wann fasste Cortez den Plan, nicht nur zu erforschen, sondern zu erobern? Vielleicht von Beginn an, ganz sicher aber nach dieser ersten Begegnung mit den Azteken. Er weiß, dass die Hauptstadt des Reiches nicht weit entfernt ist, etwa 350 Kilometer jenseits der Berge. Er weiß, dass seine Waffen weit überlegen sind und er weiß jetzt, dass noch viel mehr Gold auf ihn wartet. Was er jetzt braucht, ist rechtlicher Handlungsspielraum. Zu diesem Zweck gründet Cortez eine Stadt, Villafranca, die erste spanische Niederlassung auf dem amerikanischen Festland. Und lässt sich vom neuen Stadtrat zum Generalhauptmann ernennen. Damit ist er nicht mehr dem Gouverneur in Kuba, sondern direkt der spanischen Krone unterstellt. Praktisch heißt das, dass er erst einmal freie Hand hat in Mexiko. Cortez geht klug vor. Er knüpft Kontakte, holt sich Informationen und schafft sich Verbündete. Die Einheimischen an der Küste gehören zum kleinen Königreich Zempoala, das unter der Herrschaft der Azteken steht. Von ihnen erfährt er, dass die Zempoalaner nicht das einzige Volk sind, das sich vom Joch Mexikos befreien will. Allen voran das Volk der Tlaxcalaner, Erzfeinde der Azteken. Cortez-Strategie liegt auf der Hand. Eine Militärallianz mit den einheimischen Völkern würde ihm die zahlenmäßige Stärke verschaffen, die er braucht, um Mexiko anzugreifen. Wieder hat Cortez unglaubliches Glück. Er kommt zur richtigen Zeit. Die Azteken hatten im 15. Jahrhundert fast alle ihre Nachbarvölker unter ihre Herrschaft gezwungen. So war das Reich zwar schnell gewachsen, war jedoch nicht konsolidiert. Die Unterworfenen werden mit Steuern und Abgaben geschröpft. Mehr noch, die herrschenden Priester verlangen Menschenopfer. Die Götter, so glauben die Azteken, seien nur dann wohlgesonnen, wenn ihnen das Wertvollste überhaupt, das Blut des Lebens, dargeboten werde. Menschliche Herzen. Zwang und Terror halten das Reich zusammen. Unter der Oberfläche jedoch brodelt der Widerstand. Militärische Misserfolge, wirtschaftliche und soziale Probleme verschärfen die politische Lage. Aber auch im Inneren fehlt es an Stärke. Es ist eine Prophezeiung, die Montezuma schlaflose Nächte bereitet. In der Kosmologie der Azteken gibt es nicht einen allmächtigen Gott wie im Christentum, sondern viele Gottheiten, die ähnlich wie bei den Griechen launisch, streitbar, rachsüchtig und sogar grausam sein können. Einer dieser Götter ist Quetzalcoatl. Einst herrschte er im Tal von Mexiko, doch dann wurde er vertrieben und verschwand übers Meer nach Osten. Er schwor, er werde eines Tages zurückkommen und die Herrschaft über sein Reich wieder übernehmen. Quetzalcoatl ist der Gott der Morgendämmerung, der weiße Krieger des Tagesanbruchs. Er hat eine blasse Haut und einen Bart, lehnt Menschenopfer ab und wird, so die Prophezeiung, von da zurückkommen, wo die Sonne aufgeht. Die Übereinstimmungen mit den hellhäutigen, bärtigen Fremden aus dem Osten sind verblüffend und extrem beunruhigend. Als wäre das nicht genug, kommt noch ein weiterer Faktor hinzu, der Montezuma und seine Berater schaudern lässt. Das Jahr, in dem die Astrologen Quetzalcoatls Rückkehr erwarten, kommt im aztekischen Kalender nur alle 52 Jahre vor. 1519 ist ein solches Jahr. Uns erscheint es als ein unglaublicher Zufall. In der Weltsicht der Azteken jedoch geschah nichts zufällig. Sahen sie also in der Ankunft der Spanier die Erfüllung der Prophezeiung? Wir wissen es nicht. Und sie selbst waren sich darüber auch nicht einig. Cortez sieht sein Ziel klar vor Augen. Die Hauptstadt Mexikos, Tenochtitlan, die sagenhafte Stadt im See, jenseits der Berge. Doch nicht alle seiner Männer können seinen Visionen folgen. Es kommt zum Aufstand. Cortez handelt schnell und radikal. Er hängt nicht nur den Rädelsführer auf. Er lässt alles Brauchbare von den Schiffen demontieren und versenkt sie. Wieder der Zug eines Spielers, der extrem hoch pokert. Es gibt kein Zurück mehr. Ich schließe meine Männer mit nichts anderem zurück als ihren eigenen Händen und der Gewissheit, dass sie entweder dieses Land erobern werden oder sterben. Cortez bricht auf ins Landesinnere. Er nimmt eine Nebenroute nach Tenochtitlan, in der Hoffnung, Verbündete zu finden unter den Feinden Montezumas. Fast in jeder Stadt, die sie passieren, sehen sie Altäre, wo Menschen geopfert wurden. Die Spanier sind entsetzt. Mit Hilfe von Malinche drängen sie die Einheimischen, ihre Götter aufzugeben und stattdessen den christlichen Glauben an einen einzigen allmächtigen Gott anzunehmen. Und sie sagen ihnen, dass der Papst ihrem König die Vollmacht gegeben habe, dieses Land in Besitz zu nehmen, im Namen ihres Gottes. Der Papst müsse wohl betrunken gewesen sein, erwidert darauf ein Stadtoberhaupt, so sagt zumindest die Legende. Täglich hören die Spanier von den Einheimischen grauenvolle Warnungen. Die Azteken würden sie töten und ihr Fleisch verzehren. Und ein warmes Getränk würde dazu gereicht, das aus einer Bohne gewonnen wird, die sie Chocolatel nennen, Kakao. Cortez lässt sich nicht beirren und drängt weiter, hinauf in die Gebirgskette von Orizaba, über 3000 Meter hoch. Sein Ziel, der unabhängige Stadtstaat der Tlaxcalana, der erbitterten Feinde der Azteken. Doch hier wird Cortez nicht mit Geschenken, sondern mit Waffen empfangen. Mit 150.000 Kriegern, so schätzt Cortez, ziehen die Tlaxcalaner gegen ihn ins Feld. Es ist ein furchterregender Anblick. Bewaffnet mit Steinschwertern, Knüppeln, Pfeil und Bogen, die Gesichter in voller Kriegsbemalung, zu Grimassen verzerrt, machen die Krieger riesige Sprünge, begleitet von gellenden Schreien. Nicht wenige Spanier legen die letzte Beichte ab. Cortez-Männer, zusammen mit indianischen Verbündeten, etwa 500 an der Zahl, schlagen eine verzweifelte Schlacht. Trotz der großen Verluste, die ihre Gewehre bei den Tlaxcalanern anrichten, müssen sie sich mit letzter Kraft auf einen kleinen Hügel zurückziehen. Zwei Wochen halten sie dort, wie durch ein Wunder den Angriffen der Tlaxcalaner stand, bis diese aufgeben und den Frieden anbieten. Nach langen Verhandlungen erreicht Cortez schließlich, was er wollte. Die Tlaxcalaner sind bereit, mit ihm gegen Mexiko zu ziehen. Diese Allianz ist der Wendepunkt in Cortez-Geschichte, vielleicht sogar der Geschichte der neuen Welt. Sie besiegelt das Schicksal der Azteken. Weit mehr noch als die Überlegenheit der europäischen Waffen ist es die Unterstützung durch die einheimischen Völker, die Cortez zum Sieg verhelfen wird. In Mexiko werden die Tlaxcalaner noch heute für diesen Verrat bitter kritisiert. Ein Sprichwort sagt, Schuld sind die Tlaxcalaner. Cortez marschiert weiter, gefolgt von 7000 Kriegern, von Tlaxcala zur bedeutendsten Pilgerstätte Amerikas, Cholula, unter dem Vulkan Popocatepete. Es ist die Stadt Quetzalcoatls, der hier noch in einem großen pyramidenförmigen Tempel verehrt wird. Die Einwohner sind Freunde Montezumas und die Tlaxcalaner warnen Cortez vor Unheil. Malinche hört das Gerücht, dass die Cholulana sie in eine Falle locken und dann massakrieren würden. Wahr oder nicht? Damit hält sich ein Mann wie Cortez nicht auf. Er ruft die 100 Führer der Stadt zu einem Treffen im Tempelhof. Unbewaffnet, ahnungslos oder naiv kommen sie und werden gnadenlos niedergemetzelt. Ebenso tausende außerhalb der Hofmauer. Cortez rühmt sich mindestens 3000 Cholulana getötet zu haben. In den Berichten der Azteken heißt es... Und so kam der Tod nach Cholula. Die Nachricht ließ uns vor Furcht zittern. Es war, als ob die ganze Erde erschüttert wurde. Und Montezumas Herz brannte, als ob es in Chilis gewaschen worden wäre. Aber der Herrscher unternimmt nichts, um die Schlechter zu stoppen. Im Gegenteil, er schickt ihnen eine Gesandtschaft mit Goldgeschenken. Von Cholula aus nimmt Cortez die alte Herrscherstraße durch die nebelverhangenen Bergwälder des Popocatepetl. Auch zu der Zeit ein aktiver Vulkan. Schließlich kommt die Truppe hinunter in das Tal von Mexiko. Im Dunst des Horizonts beginnen die Männer einen riesigen See zu erkennen und je näher sie kommen, desto klarer wird das Bild. Mitten im See, über breite Dammwege mit dem Ufer verbunden, liegt die Stadt, von der Cortez geträumt hat. Tenochtitlan, die Hauptstadt des Aztekischen Reiches. Ein Konquistador berichtet... Der Anblick ließ uns staunen. So viele Städte und Dörfer am Ufer und die riesige Stadt mitten im Wasser, zu der ein schnurgerader Dammweg führte. Aus dem Wasser erhoben sich große Gebäude und Tempel, alle aus Stein. Es erschien uns wie eine verzauberte, unwirkliche Vision. Tatsächlich fragten einige unserer Soldaten, ob dies alles nicht ein Traum sei. Es war so wunderbar, dass ich nicht weiß, wie ich es beschreiben soll. Dieser erste Blick auf etwas, von dem niemand zuvor gehört hat, das niemand zuvor gesehen und von dem niemand zuvor geträumt hat. Auch Cortez ist hingerissen. Die Stadt sei das Schönste auf Erden, schreibt er. Er will sie erobern, sie besitzen und ist dafür bereit, sie zu zerstören. Er lässt Kriegsmontur anlegen und marschiert mit seinen Männern, circa 400 sind es zusammen, auf die Stadt zu. Der Dammweg ist voll mit Menschen, die gebannt den Tross bestaunen, schwer beeindruckt vor allem von den schnaubenden Rössern und den hechelnden Hunden. Nach acht Kilometern erreichen die Spanier ein befestigtes Tor und eine Brücke, die sie schließlich auf die Hauptinsel führt. Dort kommt ihnen eine große Prozession entgegen. Der König der Azteken und sein Hof. Der Moment ist gekommen, an dem die beiden Welten aufeinandertreffen. Kortez weiß, wer die Azteken sind. Wann aber werden die Azteken begreifen, mit welcher Absicht der Spanier kommt? Montezuma begrüßt ihn nach dem diplomatischen Protokoll mit Blumen und legt ihm eine Kette aus Gold und Edelsteinen um den Hals. Dann werden die Spanier in ein großes, palastartiges Gebäude geführt. Noch mehr Geschenke werden gebracht, Gold, Silber, Federschmuck, kunstvoll gewebte Textilien, eine Geste von Macht, Reichtum und Großzügigkeit. Montezuma setzt sich auf seinen Thron und spricht zu Kortez. O Herr, du bist müde und erschöpft von der langen Reise. Jetzt bist du wieder auf die Erde gekommen, zu deiner Stadt von Mexiko, über die ich an deiner Stelle eine Zeit lang gewacht habe. Es hieß, du würdest zurückkehren, und das ist geschehen. Jetzt ziehe dich in deinen Palast zurück und ruhe dich aus. Friede sei mit dir. Geheimnisvolle Worte. Was bedeuten sie? War das die aztekische Sprache der Diplomatie oder Montezumas Ergebenheit in sein Schicksal? Wir wissen es nicht. Dieser Tag jedoch, der 8. November, ist im aztekischen Kalender der Tag Quetzalcoatls und er steht für Raub, Gewalt und Täuschung. Und die Azteken wissen, dass nichts aus Zufall geschieht. In den folgenden Tagen entdecken die Spanier eine fremde, geheimnisvolle Welt. Fantastische Kunstwerke, Gemälde und Teppiche aus prachtvollem Federmosaik, Schnitzarbeiten aus duftendem Holz, fein ziselierte Geräte aus Schildpad und wertvolle Goldschmiedearbeiten. Raffinierten Komfort, Warmhaltebehälter für Speisen, Parfümzerstäuber, Dampfbäder, Betten mit Matratzen und Kissen, feingewebte Decken und Mäntel, kunstvolle Möbel, für die einfachen Soldaten aus Estremadura Dinge, die sie noch nie gesehen hatten. Fremde Speisen werden aufgetischt, Truthahn, Tauben und andere Vögel, unzählige Arten Fisch, exotische Früchte und so viele Sorten Brot, dass sie das einfache Backwerk aus der Heimat gar nicht vermissen. Die Spanier laufen durch die breiten Straßen der Stadt, an den Kanälen entlang, auf denen Tausende von Kanus als Transportsystem dienen. Sie besuchen den riesigen Wochenmarkt, auf dem mehr als 20.000 Menschen täglich kaufen und verkaufen und staunen mit offenen Mündern über die monumentalen Bauwerke, die glänzend geschmückten Paläste und weißgekalkten Pyramiden. Aber die Stadt zeigt auch ihre dunkle Seite. Die Spanier blicken in die in Stein gehauenen Gesichter fremder Gottheiten, für die Blutopfer dargebracht werden. Und der Geruch des Todes ist allgegenwärtig. In ihren Herzen fürchten sie, dass Cortez der Spieler sie in die Vorhöfe der Hölle geführt hat. Montezuma ist unsicher. Wer ist dieser Cortez wirklich? Und wer ist sein Meister, der große König Karel, jenseits des Meeres? Der Aztheke macht einen Test. Er zeigt Cortez voller Stolz den Tempel des Kriegsgottes. Vielleicht erkennen sich die beiden Götter. Auf der Spitze der Pyramide betritt Cortez die Kammer, wo dem Gott geopfert wird. Hier wurde Tausenden von Gefangenen das Herz herausgeschnitten. Der Gestank ist so grauenerregend, dass Cortez Mühe hat, sich zu beherrschen. Aus der Dunkelheit starren ihn die Augen der aztekischen Gottheiten an, in Form von glänzenden Edelsteinen. Der Kriegsgott sitzt in einer Ecke mit Pfeil und Bogen aus Gold. Vor ihm eine Schale mit menschlichen Herzen. Noch warm. Die Wände sind überzogen mit einer Kruste aus Blut. Cortez ist entsetzt und wendet sich an Montezuma. Wie kann ein so großer und intelligenter Herrscher wie du im Ernst glauben, dass dies hier Götter seien? Teufel sind es! Lass sie entfernen und erlaube mir stattdessen ein Kreuz und ein Bildnis der Jungfrau Maria aufzustellen. Montezuma reagiert brüskiert. Wenn ich gewusst hätte, dass du unsere Götter beleidigst, hätte ich dich niemals hierher gebracht. Sie bringen uns Gutes, Gesundheit, Regen und gute Ernten. Wir müssen ihnen Opfer bringen, also sprich nie mehr davon. Ein Abgrund zwischen den Religionen. Der Gott der Christen gab sein Blut, um die Menschheit zu erlösen. Im Glauben der Azteken müssen die Menschen ihr Blut geben, um die Götter zu versöhnen. Eine Woche vergeht. Cortez muss handeln. Und jetzt erhöht er den Einsatz in diesem unglaublichen Pokerspiel. Er nimmt Montezuma als Gefangenen. Der Aztek ist schockiert. Nichts in seiner Welt hat ihn darauf vorbereitet. Er versucht zu verhandeln, stundenlang. Doch als ihm Malinche schließlich das Ultimatum übersetzt, Gefangenschaft oder Tod, fügt er sich in sein Schicksal. In Tränen aufgelöst. Montezuma ist jetzt in den Händen von Cortez. Vielleicht sogar in seinem Bann gefangen. Er regiert weiterhin, als ob nichts geschehen wäre. Aber in den Augen seines Volkes schwindet seine Macht. Monatelang besteht ein seltsames Interregnung. Montezuma vollzieht nach wie vor seine Rituale, spielt mit Cortez, seinem Geiselnehmer, um Gold, lernt ein bisschen Spanisch und beschenkt seine Wächter mit Edelsteinen. Die Spanier vergnügen sich mit 300 Frauen, die ihnen als Dienerinnen zur Verfügung gestellt werden, rauchen aus Lehmpfeifen und lassen sich mit mexikanischem Bier volllaufen. Sie gewöhnen sich an Tortillas und Leckerbissen wie Salamanderlarven und Algen. Cortez aber nutzt die Zeit, um vier Schiffe zu bauen, und erkundet damit den See. Er ist sich der heiklen Lage bewusst. Unter der scheinbar friedlichen Oberfläche beginnt es mehr und mehr zu brodeln. Einen aufständischen Fürsten lässt Cortez öffentlich verbrennen. Immer öfter kommt es zu Streitigkeiten über die unterschiedlichen Religionen. Schließlich bringt Cortez christliche Bilder auf die große Pyramide und versucht einige Götzenstatuen zu zerstören. Die Azteken geben nach, holen ihre Götterbilder herunter und verstecken sie. Niemand hat sie seitdem mehr gesehen. Im Frühjahr 1520 wird Cortez von seiner Vergangenheit eingeholt. Der Gouverneur von Kuba hat eine Strafexpedition nach Mexiko geschickt, um den Abenteurer, der sich über seine Autoritäten weggesetzt hat, zu verhaften. Cortez übergibt das Kommando an seinen treuen Mitstreiter Alvarado, nimmt den Großteil seiner Armee und marschiert an die Küste. In einer Nacht- und Nebelaktion überrumpelt er seine Landsmänner und gewinnt dabei auch noch frische Truppen. Er wird sie brauchen. Inzwischen spitzt sich die Lage in Mexiko zu. Hinweise verdichten sich, dass die Azteken heimlich versuchen, eine Gegenregierung zu bilden und eine Armee aufzubauen, um Widerstand zu leisten. Die Spanier, nur noch 120 Soldaten stark, etliche davon krank, werden nervös. Alvarado lässt einige wichtige aztekische Führungspersönlichkeiten hinrichten. In dieser hochgespannten Situation besteht Montezuma darauf, wie gewohnt das traditionelle Frühjahrsfest zu feiern. Tausende Menschen sind im Tempelbezirk versammelt. Priester, Musiker, Sänger, Zuschauer. Da greifen die Spanier die unbewaffnete Menge an und metzeln alle nieder. Drei Stunden dauert das Massaker. Die Azteken sind von dieser heimtückischen Grausamkeit schockiert. Denn sie, die von den Spaniern als unnatürlich grausam dargestellt werden, haben genaue Regeln für Kampf und Krieg. Gewalt gegen den menschlichen Körper ist, wie ihre Opferzeremonien zeigen, in streng kontrollierte Rituale eingebunden. Für sie ist deshalb mit diesem unfassbaren Blutbad der Bann der bärtigen Fremden gebrochen. Jetzt gibt es nur noch eins, Krieg. Die Azteken lassen Cortez nach Tenochtitlan zurückkommen. Dann aber blockieren sie die Dammwege in die Stadt, brechen die Brücken ab und schneiden Nahrungs- und Wasserlieferungen ab. Jetzt sitzen die Spanier in der Falle, mitten in der Stadt ihrer Träume. Der Palast wird von einer wütenden Menschenmenge belagert. Cortez zwingt den gebrochenen Herrscher, vom Dach aus zu seinem Volk zu sprechen. Aber Montezuma hat seine Macht verloren. Ein Hagel von Wurf geschossen ist die Antwort. Für Cortez ist er nun nicht mehr von Nutzen. Noch in dieser Nacht werden Montezuma und sein Hofadel von den Spaniern umgebracht. Dann gibt Cortez den Befehl zur Flucht. Aber wie aus einer Stadt fliehen, die rundum von Wasser umgeben ist, alle Brücken zum Festland zerstört, mit einer neuen Brücke. Die Männer bauen sie aus den Holzbalken des Palastes, in dem sie hausen. Am 1. Juli um Mitternacht brechen sie auf. Es ist eine regnerische Nacht. Ohne Fanfaren, ohne Fackeln die Pferdehufe umwickelt und flüstern stehlen sich die Spanier aus dem Palast. Aber mit den Frauen und den Verbündeten und all dem Gold, was sie zusammengerafft haben, ist er zu groß und langsam. Auf halbem Weg in den See werden sie gesehen. Alarm wird gegeben und die Stadt wacht auf. Innerhalb von Minuten sind die aztekischen Krieger zu Tausenden mit ihren Kanus an Ort und Stelle. Die Schlacht in der Dunkelheit ist so chaotisch, dass Hunderte von den eigenen Leuten niedergetrampelt werden oder in den Kanälen ertrinken. Mit gerade mal einem Viertel seiner Armee erreicht Cortez das Seeufer. Alle anderen sind getötet, ertrunken oder gefangen. Und das Schicksal der Gefangenen ist unausweichlich. Ihre Herzen werden dem Kriegsgott geopfert. Am Ufer des Sees versammelt Cortez die Überlebenden. Dieses eine Mal, so wird erzählt, kann der Conquistador seine Gefühle nicht unter Kontrolle halten. Er weint in dieser Nacht, der Nacht der Tränen, wie sie noch heute genannt wird. Die erste große europäische Militäraktion in der neuen Welt endet mit einem Desaster. Trotz überlegener Waffentechnologie ist Cortez nur knapp einer totalen Niederlage entronnen. Vertrieben aus dem Tal von Mexiko, mit verheerenden Verlusten. Aber selbst in dieser dunkelsten Stunde erkennt Cortez sein Glück im Unglück. Seine wichtigsten Helfer, die Dolmetscher Malinche und Aguilar, sind noch bei ihm. Dann fragt er nach einem einzigen Mann, dem Zimmerer, dem Schiffsbauer. Er ist schwer verwundet, aber er hat überlebt. Vamos, sagt Cortez. Lasst uns gehen, denn uns fehlt nichts. Der Conquistador gibt nicht auf. Cortez zieht sich in einem weiten Bogen nach Norden, in die Berge Richtung Tlaxcala zurück. Aber die Azteken verfolgen ihn. Tagelang kämpfen Cortez und seine Männer verzweifelt um ihr Leben. Wieder hat er unglaubliches Glück. Den Azteken gelingt es nicht, die geschwächten Spanier vollends aufzureiben. Warum nicht? Das bleibt ein Rätsel. Eine verpasste Gelegenheit, die sie bitter bereuen sollen. Cortez schafft es über die Berge nach Tlaxcala. Das immer noch zu ihm hält, leckt dort seine Wunden und plant seinen nächsten Zug. Der wird einer der erstaunlichsten der Geschichte. Mitten auf dem Land lässt er eine Flotte bauen. Deshalb war der Schiffsbauer so wichtig für ihn. In der Nacht der Tränen war Cortez klar geworden, dass die Kontrolle über den See der Schlüssel zum Sieg ist. Dreizehn Schiffe entstehen. Bricken mit zwei Masten, vierzehn Meter lang. In Fertigteilen getragen von achttausend Tlaxcalanern wird die Flotte über die Berge und zurück zum See von Mexikos Stadt transportiert. Cortez gibt seinen Traum nicht auf. Zehn Monate nach seiner schlimmen Niederlage steht er wieder am Ufer des Sees. Ein unvorstellbarer Schock für die Azteken. Als die Spanier abzogen, glaubten wir, sie wären weg für immer und würden niemals zurückkehren. Sie hatten einen neuen König bestimmt, ihre Heiligtümer gereinigt und waren zu ihrem normalen Leben zurückgekehrt. Aber nicht für lange. Im Herbst 1520 begann sich eine fremde, rätselhafte Krankheit in Mexiko auszubreiten, der in Kürze große Teile der Bevölkerung erlagen. Pocken. Die Seuche war mit den spanischen Auswanderern auf die karibischen Inseln gekommen, hatte dort ein Drittel der Bevölkerung dahin gerafft und war dann mit Cortez aufs mexikanische Festland geschleppt worden. Das Immunsystem der Bewohner in der neuen Welt hat diesem Virus nichts entgegenzusetzen. Unter den Opfern ist auch der neue König der Azteken und sein kleiner Sohn. Die sozialen und psychologischen Auswirkungen des Massensterbens sind verheerend. Einen Schicksalsschlag von so unerbittlicher Grausamkeit können sich die Azteken nicht erklären. Ihre Hoffnung, ihr Selbstbewusstsein, ihr Lebenswille sind geschwächt. Ein idealer Zeitpunkt für den Conquistador, der nun im Mai 1521 ein zweites Mal vor den Toren Tenochtitlans steht. Dieses Mal, davon ist Cortez überzeugt, wird er sein Ziel erreichen. Diesen Krieg wird er gewinnen. Es ist nichts weniger als ein Krieg zwischen den Welten. Zunächst bringt Cortez, teils mit Diplomatie, teils mit bewusst eingesetztem Terror, die Städte am Seeufer und alle ehemaligen Verbündeten und unterworfenen Fürsten und Vasallen der Azteken auf seine Seite. Die grausame Herrschaft der Azteken rächt sich jetzt. Mit diesem Rückenwind hofft Cortez, die Stadt ohne größere Kämpfe einnehmen zu können. Doch die Azteken unter ihrem neuen König Cuauhtémoc weigern sich zu verhandeln. So beginnt Cortez mit der Belagerung. Mithilfe der Schiffe kappt er die Versorgung mit Wasser und Nahrungsmitteln über die Dammwege. Diese Art der Kriegführung, die die Aushungerung der gesamten Bevölkerung zum Ziel hat und damit auch Frauen und Kinder trifft, ist den Azteken unbekannt. Cortez ist ein Mann der Moderne. Sein Krieg ist total. Eine Viertelmillion Menschen kämpft ums Überleben. Fast drei Monate. Es gab kein frisches Wasser mehr. Wir tranken das Brackwasser des Sees und viele starben. Zu essen gab es nur noch Eidechsen, Schwalben und die salzigen Gräser im See. Dann aßen wir auch Wasserlilien und bittere Samen und kauten Leder. Am Ende aßen wir sogar Dreck. Das Elend dieser Belagerung und die Qualen des Hungers sind mit nichts zu vergleichen. Wir waren durch den Hunger so geschwächt, dass der Feind uns allmählich zum Rückzug zwangt. Schritt für Schritt drängten sie uns gegen die Wand. Über die Dammwege dringen die Spanier in die Stadt ein und nach und nach fällt der Südteil der Insel in ihre Hände. Jetzt ist es klar, dass die Azteken keine Chance mehr haben. Aber trotzdem weigern sie sich, das Unvermeidliche zu akzeptieren und aufzugeben. Die Spanier sind wütend, denn nun müssen sie sich den Nordteil der Stadt Straße für Straße erkämpfen. Schließlich gelingt es ihnen, die aztekischen Krieger in den Bezirk um die große Pyramide und rund um den großen Marktplatz zu drängen. Dort kommt es zur letzten Schlacht. Sie dauert fünf Tage. Die Häuser stehen in Flammen, die Luft ist schwarz von Rauch, der stechende Gestank der toten Körper erfüllt die Straßen. Bis zum Schluss kämpfen die Azteken mit heroischer Tapferkeit. Mit Verachtung blicken sie auf die Spanier herab, die mit ihren Schusswaffen aus sicherer Entfernung töten. Aber letztlich sind es diese Waffen der Europäer, die Feuerkraft der Gewehre und die messerscharfen Stahlschwerter aus Toledo, die die Kämpfe entscheiden. Als schließlich auch die besten und tapfersten Krieger der Azteken, die Krieger des Adlers und des Jaguars getötet werden, versammelt sich die Führungsspitze. Im aztekischen Kalender markiert dieser Tag den Beginn einer Zeit der Trauer und des Gedenkens. Es ist der Tag, an dem die Menschen daran erinnert werden, welchen Platz sie einnehmen im unbarmherzigen Lauf der Zeiten. Kuautemok ergibt sich. Im christlichen Kalender ist es der 13. August 1521. Der Krieg ist vorbei. Das Leiden für die Azteken nicht. Mit beispielloser Brutalität gegenüber der Bevölkerung, großteils Frauen und Kinder plündern die Sieger die Stadt. Die Spanier nehmen das Gold. Ihre Verbündeten rächen sich an ihren ehemaligen Unterdrückern und nehmen alles mit, was sie finden können. In den Straßen stapeln sich die Leichen. Hunderttausende haben bei der Belagerung ihr Leben verloren. Die Azteken akzeptieren ihr Schicksal ohne eine Spur von Selbstmitleid. In ihrem Verständnis von Zeit und Schicksal hat sich das Rad der Geschichte gegen sie gedreht. Eines der ältesten überlieferten Gedichte der Azteken hat die Kraft und tragische Tiefe wie etwa die Ilias von Homer über Trojas untergangen. Das Unglück kam über uns. Wir sahen es und konnten es nicht erklären. Warum mussten wir ein so schreckliches Schicksal erleiden? Wir reißen uns in Trauer die Haare aus. Gebrochene Speere liegen in den Straßen. Unsere Häuser sind ohne Dach. Die Mauern rot von Blut. Verzweiflung schüttelt uns. Denn unser Erbe ist verloren und tot. Die Schilde unserer Krieger standen zu seiner Verteidigung. Aber sie konnten es nicht retten. Die Schilde unserer BearREAD jakie check sistema verdeod sleeperend. Untertitelung im Auftrag des W foam ... ... Bis zum nächsten Mal. Kortez, der Sieger. Der einfache Junge aus Medellin wird der berühmteste Mann des Abendlandes. Der König überschüttet ihn mit Land, Reichtum und Ehren. Eine Flut von Spaniern folgt ihm nach Mexiko. Siedler, Gewinnler, Verwalter und natürlich Vertreter der katholischen Kirche, die begierig sind, den Rest der Ureinwohner zum Christentum zu bekehren. Der Großteil des aztekischen Adels konvertiert und darf seine Besitztümer und seinen Status behalten. Viele verheiraten sich mit den Neuankömmlingen und so entwickelt sich schnell eine gemischte Gesellschaft, die Mestizen. Ein neues Mexiko entsteht auf den Ruinen des Alten. Ein Jahr nach der Eroberung gründet Kortez ein Krankenhaus für sein Seelenheil, genau in dem Palast, wo Montezuma ihn willkommen hieß. Heute ist es das Jesus-Hospital, mitten im Geschäftszentrum von Mexiko City. Die Dammwege, auf denen Kortez und seine Truppe die Stadt erreichten, sind jetzt breite Schnellstraßen. Malinche verschwindet bald von der Bühne der Geschichte. Ihre Rolle ist zu problematisch. Aber ihr Schatten verfolgt die Mexikaner bis heute. Sind sie die Nachkommen Cuauhtemox oder Kinder von Kortez und Malinche? Was wird aus ihm, dem ruhmreichen Eroberer Mexikos? Mehrere Wolken verdunkeln seine späteren Jahre. Er hat sich viele Feinde gemacht und einige seiner alten Kameraden, bitter und neidisch, wenden sich gegen ihn und werfen ihm Kriegsverbrechen und Veruntreuung der Goldbeute vor. Seine Frau Catalina wird tot in seinem Bett gefunden. Viel deutet darauf hin, dass Kortez sie im Zorn erwürgt hat. Aber ihn ficht das nicht an. Der Conquistador hat noch nicht genug erobert. Von Mexiko aus unternimmt er aufwendige Expeditionen zum Pazifik, zum Teil wieder mit schweren Verlusten. Eine von ihm finanzierte Expedition unter Francisco de Ulloa erforscht den Golf von Kalifornien, der im Englischen noch heute Sea of Cortez heißt. Seine letzten Jahre verbringt Kortez in Sevilla, wo er 1547 stirbt, im Alter von 63 Jahren. Er hat genug Abenteuer erlebt, um mehrere Leben zu füllen. Wäre all das auch ohne ihn passiert? Schwer zu sagen. Selbst mit ihm hätte ja vieles anders ausgehen können. Die Prophezeiung der Azteken, das zufällig richtige Timing seiner Ankunft, die Hilfe der Tlaxcalaner, die Pockenseuche. Faktoren, ohne die sein Sieg mehr als zweifelhaft gewesen wäre. Aber letztlich war es seine Persönlichkeit, die den Ausgang dieser Geschichte bestimmte. Seine Schnelligkeit und Flexibilität, sein Wagemut und sein Improvisationstalent. Seine Rücksichtslosigkeit und seine Brutalität, seine Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und einzugehen. Seine Willenskraft und Hartnäckigkeit und seine Fähigkeit, grandiose Strategien zu entwickeln. Und dazu noch hatte er Charisma und die Gabe zu verführen. Seine eigenen Männer, Malinche, die Tlaxcalaner und andere Feinde der Azteken, der große Montezuma. Alle erlagen seinem Bann. Seine Talente dienten ihm gut, dem Spieler, der alles einsetzte und gewann. Aber am Ende war es vielleicht ein hohler Sieg. Denn das Ziel seiner Träume erreichte er nur um den Preis der totalen Zerstörung. Im Winter 1527 erreicht ein Boot eine einsame Insel im Pazifik vor der Küste Südamerikas. Es kommt, um eine versprengte Gruppe spanischer Abenteurer aus Panama zu retten, die sich ins Unbekannte wagten auf der Suche nach Gold. Ihr Führer ist ein erfahrener Conquistador, Francisco Pizarro. Pizarro ist davon überzeugt, dass irgendwo im Süden eine unbekannte Welt existiert. Seine Männer jedoch haben die Nase gestrichen, voll von seinen Versprechungen. Sie wollen nur noch eines nach Hause. Da nimmt Pizarro einen Stock und zieht eine Linie in den Sand. Freunde, Kameraden, auf dieser Seite wartet Hunger, Entbehrung, Gefahr und Tod. Auf der anderen Seite gibt es Sicherheit und Bequemlichkeit. Wer dorthin geht, zurück nach Panama, bleibt arm. Wer jedoch auf meine Seite kommt, wird reicher werden, als ihr euch träumen könnt. 13 Männer wagen den Schritt auf Pizarros Seite, die glorreichen 13, wie sie später genannt werden. Sie werden an einem der faszinierendsten und zugleich tragischsten Ereignisse der Geschichte teilnehmen. Die Eroberung eines Reiches, von dem die Welt bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. Das Reich der Inkas. Als ich mich anschickte, für die Menschen heutiger und zukünftiger Zeiten über die Entdeckungen und Eroberungen zu schreiben, die unsere spanischen Landsleute in Peru machten, wurde mir bewusst, dass es in der gesamten weltlichen Schöpfung nichts Großartigeres gibt, über das man berichten kann. Wo haben Menschen jemals so etwas gesehen? Wer wusste zuvor, dass so viel Reichtum aus einem Land kommen kann? Ein Land, so weitläufig, so reich, so voller Überfluss, dass es keine Steigerung gibt. Es ist ein Wunder, dass Gott es zugelassen hatte, dass etwas so Fantastisches so lange Zeit vor der Welt und den Menschen verborgen geblieben war. Und dann gefunden, entdeckt und gewonnen wurde. Genau in unserer Zeit. So schreibt der Historiker und Conquistador Cieza de Leon 1545 in der Chronik Perus. Er erzählt uns die sagenhafte Geschichte des Mannes, der dieses großartige Land entdeckt, erobert, in Besitz genommen und gnadenlos ausgebeutet hat. Francisco Pizarro Pizarro stammt aus Trujillo in Extremadura, derselben Region, aus der auch Cortez kommt und mit dem er entfernt verwandt ist. In Italien dient er als Soldat und hat daher ausreichend Kriegserfahrung, als er 1502 in der neuen Welt ankommt. Er wird Bürger der neu gegründeten Kolonie Panama, beteiligt sich an einer Goldmine und häuft genug Reichtum an, um sich ein gutes Leben zu machen. Aber er will mehr. Die Eroberung Mexikos war finanziell ein großer Erfolg. Wenn es allein in Mexiko so viel Gold und Silber gab, dann mussten in den noch unbekannten Teilen des neuen Kontinents noch viel mehr Schätze zu heben sein. Pizarro ist zwar Analphabet, aber ein cleverer Geschäftsmann. Zusammen mit seinem Partner Diego de Almagro bereitet er eine Expedition vor, um die Nordwestküste von Südamerika zu erforschen. Im Gegensatz zu Cortez, der seinen Männern Lohn bezahlte, heuert er jedoch nur selbstständige Abenteurer an, die auf eigenes Risiko mitgehen, ohne Lohn, nur mit der Aussicht an den potenziellen Gewinnen beteiligt zu sein. Die Ausrüstung lässt er sich von Handelsgesellschaften in Europa finanzieren, die in den Expeditionen ein neues Geschäftsfeld entdeckt haben und Risikokapital investieren. Die ersten Globalisierer. Die Spanier wittern eine gigantische Beute. Und so hat Pizarro schnell 80 Mann zusammen. 1524 stechen sie in See, nach Süden entlang der Küste. Aber sie kommen nicht weit. Mangroven-Sümpfe verhindern jegliche Kolonialisierung. Zwei Jahre später probieren es Pizarro und Almagro erneut, dieses Mal mit doppelt so vielen Männern und einigen Pferden. An der Küste des heutigen Kolumbien teilt sich die Expedition. Pizarro schlägt ein Lager auf und schickt seinen Kapitän Ruiz weiter. Ein steifer Nordwind treibt Ruiz nach Süden und er überquert den Äquator. Dann plötzlich kommt es zur ersten Begegnung mit Menschen einer anderen Zivilisation. Es ist ein großes Handelsfloß aus Balsaholz, mit einem riesigen Segel aus Baumwolle und überdachtem Laderaum. Besatzung und Passagiere, alle Indianer zählen zusammen 20 Personen. Die Spanier gehen an Bord und sind entzückt. Wir sahen viele Stücke aus Gold und Silber, Gürtel, Armreifen, Perlen und kostbare Steine, Spiegel mit Silber verziert, Tassen und andere Gefäße. Aufgestapelt waren Mäntel und Umhänge aus Wolle und Baumwolle und andere farbige Kleidungsstücke. Darunter verschiedene Stickereien mit Bildern von Tieren und Bäumen. Es gab kleine Steine in Perlensäcken, Smaragde, Calzedone und andere Edelsteine, sowie Kristalle und Harz. Ruiz nimmt drei der indianischen Fremden gefangen, um sie in Spanisch zu unterrichten und zukünftig als Dolmetscher zu nutzen. Mit Zeichensprache erzählen die Gefangenen, dass ihr Gold von einem Land weit im Süden komme, einem Land voller Wunder namens Biru. Die Fährte ist gelegt. Ruiz kehrt zu Pizarro zurück und gemeinsam erforschen sie die Küste des heutigen Äquador. Aber nach einigen Monaten muss sich die Expedition erneut trennen und Pizarro bleibt mit einem Teil seiner Truppe auf einer unbewohnten Insel vor der Mangrovenküste Kolumbiens. Viele der Männer haben genug von dem zermürbenden, erfolglosen Abenteuer und geben Ruiz heimlich eine Botschaft mit der Bitte um Rettung nach Panama mit. Als das Schiff Monate später die Insel erreicht, kommt es zu der entscheidenden Szene am Strand. Der Kapitän willigt ein, Pizarro und die 13 wagemutigen Männer auf einer anderen Insel abzusetzen, wo sie auf Verstärkung durch ein Magro aus Panama hoffen. Wochen, Monate überleben sie dort wie Schiffbrüchige, im Kampf gegen giftige Schlangen, Mücken und den unaufhörlichen Tropenregen. Nachts, während die Wellen des Pazifiks an ihrem Strand donnern, träumen sie von einem unbekannten Land, weit im Süden, einem Land voller Gold. Was die Spanier nicht wissen, der Herrscher dieses Landes ist zu dieser Zeit keine 300 Kilometer Luftlinie von ihnen entfernt, in Quito, der heutigen Hauptstadt Äquadors. Der Inka, dieser Titel gebührt nur dem König und bedeutet Archetyp-Vorbild, ist Huayna Capac, mit 63 Jahren ein erfahrener Herrscher, beliebt bei seinem Volk. Seit fast 30 Jahren regiert er Tawantinsuyu, das Land der vier Teile. Ein Reich, das sich vom heutigen Norden Chiles bis nach Äquador und im Osten in die subtropischen Wälder am Rande der Amazonas-Tiefebene erstreckt. Legte man es über Europa, würde es von Spanien bis nach Moskau reichen. Der Inka ist überzeugt, dass er die Welt vereint hat und nun alle Völker unter seiner Herrschaft leben. Wir dachten, dass dies die ganze Welt sei, schrieb Huayna Capacs Enkel später, bis die Spanier kamen. Im Gegensatz zu anderen Zivilisationen hatte sich die Welt der Inkas in Abgeschiedenheit ohne Kontakt nach außen entwickelt. Sie ist auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand mit den Hochkulturen der Bronzezeit in der alten Welt. Es gibt in der Tat viele Parallelen mit dem frühen Ägypten oder besser noch mit der Shang-Dynastie Chinas. Die schamanistische Religion, die Verehrung der Sonne und der Berge, die Bedeutung von Astronomie und Weissagung. Wie alle bekannten Kulturen der Bronzezeit zelebrieren sie Menschenopfer, nicht in dem Ausmaß wie die Azteken, aber doch häufig. Kriegsgefangene werden nach der Schlacht geopfert. Unberührte Mädchen und Jungen bei großen Festlichkeiten lebendig begraben. Hunderte müssen den Geist eines toten Inka in das Reich des Sonnengottes begleiten. Das zentrale Ritual des Inka-Staates ist der Kult der toten Herrscher. Dabei werden die Mumien der Inkas aus ihren Grabkammern geholt, festlich gekleidet und durch die Straßen getragen. Wie das Aztekenreich basiert der Staat der Inkas auf Zwang und militärischer Gewalt. Auf Schenkungen und Tributzahlungen der Vasallen. Auf staatlichen Ritualen, an denen alle Untertanen auch die unterworfenen Völker teilnehmen müssen. Einige dieser Völker, mit völlig unterschiedlicher Sprache und Kultur, hatten sich, erst wenige Jahrzehnte zuvor, nur widerwillig unter die Inka-Herrschaft gefügt. Wie im alten Ägypten wird die Wirtschaft zentral vom Staat verwaltet. Und ein guter Inka ist, wer für das Wohlergehen seines Volkes sorgt, es vor Hunger und Krankheit schützt. Huayna Capac ist zu der Zeit, im Winter 1527-28, ein guter König. In Quito ist er, um die neu eroberte Region im Norden seines Reiches zu befrieden. Da werden ihm beunruhigende Nachrichten von einer unbekannten Krankheit gebracht, die in der Reichshauptstadt Cusco in Peru wütet. Es sind die Pocken. Dagegen sind die Heiler der Inkas machtlos. Sieben Jahre zuvor hatte die aus Europa eingeschleppte Seuche die Azteken dezimiert. Reiste dann mit Händlern nach Süden entlang der Andenkette und hat jetzt das Herz des Inka-Reiches erreicht. Ein dunkles Omen für den Inka. Doch er weiß nicht, dass es den Untergang seiner Welt ankündigt. Auf der einsamen Insel unterdessen fallen Pizaros Männer mehr und mehr der Verzweiflung anheim. Drei Kameraden sind ernsthaft krank, einer liegt im Sterben. Als sie die Hoffnung auf Rettung schon aufgegeben haben, kommt sie doch noch. Pizaros Partner Almagro hat ein Schiff geschickt mit Ruiz als Kapitän. Pizarro hat sieben Monate Hölle überlebt. Aber er denkt gar nicht daran, in die Bequemlichkeiten von Panama zurückzukehren. Endlich bietet sich ihm die Chance, die unbekannte Welt, von der er gehört hat, mit eigenen Augen zu sehen. Mit Ruiz, den gesunden Männern und den indianischen Dolmetschern segelt er südwärts, entlang der mit Mangroven bewachsenen Küste Kolumbiens und Äquadors, bis die Indianer die Küste ihrer Heimatstadt Tumbes wiedererkennen. Heute an der Grenze zwischen Ecuador und Peru. Hier werfen die Spanier Anker. Das Erstaunen bei der einheimischen Bevölkerung ist groß. Keine Angst, kein Misstrauen, keine Arglist oder gar Feindseligkeit. Mit erwartungsvoller Freude neue Menschen kennenzulernen, wird den Fremden, als wäre es selbstverständlich, ein warmer Empfang bereitet. Mit Begrüßungsgeschenken fahren die Inkas auf ihren Flößen hinaus zum Schiff. Der Stadthalter heißt die Spanier willkommen und lädt sie ein, an Land zu kommen und sich mit allem Notwendigen zu versorgen. Sie bräuchten keine Angst zu haben. Pizarro antwortete, habe keine Probleme, Menschen zu trauen, die so vernünftig sind. Auch der Inka-Stadthalter hält seine Besucher für sehr vernünftig, da sie niemandem etwas zu Leide tun. Beide Seiten halten sich für vernünftig, für rational. Was für ein bedeutsames Detail dieses ersten Gesprächs zwischen den Zivilisationen. Und zugleich erschütternd für uns, die wir den Ausgang der Geschichte kennen. Wie sähe die Welt heute aus, wenn die Spanier in der Tat so vernünftig gewesen wären, wie sie von den Inkas zu Beginn in gutem Glauben gehalten wurden. Die Konkistadoren kommen jedoch mit Absichten, die alles andere als vernünftig und friedfertig sind. Pizarro, vom Inka-Stadthalter gründlich befragt, hält damit nicht hinter dem Berg. Wir kommen aus Spanien und sind Untertanen und Diener eines bedeutenden, mächtigen Königs. Sein Name ist Karl und er herrscht über ein großes Reich. Wir sind gekommen, um diese Länder hier zu erforschen und sie unter die Autorität unseres Königs zu stellen. Aber in erster Linie sind wir gekommen, um euch zu sagen, dass die Götchenbilder, die ihr verehrt, falsche Götter sind. Wenn ihr eure Seelen retten wollt, müsst ihr Christen werden und an unseren Gott glauben, der im Himmel ist. Wer unseren Gott nicht anbetet, wird zur Hölle fahren, ein Ort voll Finsternis und Feuer. Aber diejenigen, die die Wahrheit erkennen und ihn als ihren Gott annehmen, den einzigen Herrn der Schöpfung, die werden ein ewiges Leben im Himmel haben. Anmaßung, Arroganz und zwischen den Zeilen Säbel rasseln. Aber dieses scheint an den Ohren der Inkas vorbeizugehen. Der Stadthalter reagiert auf die Missionspredigt mit Erstaunen und leicht amüsiertem Zweifel. Beunruhigt ist er nicht. Einen Bericht über die Fremden an seinen König schickt er allerdings schon, per Eilbote. Die Spanier gehen an Land und sehen eine gut organisierte und weitentwickelte Zivilisation. Eine Stadt mit solide gebauten großen Häusern, goldenen Tempeln, sehen Ackerbau- und Bewässerungskanäle. Die Einwohner von Tumbes laufen neugierig zusammen, bestaunen die weißen Bärtigen und ihre schwarzen Diener, lachen, stellen ohne Furcht und Hemmungen Fragen, und laden sie zum Essen ein. Viele schöne, fein gekleidete Frauen zeigen ganz offen ihr Interesse an den hochgewachsenen, fremden Männern. Eine macht sogar ein Heiratsangebot. Die Inka-Frauen sind stark und unabhängig. Noch heute ein Merkmal der traditionellen Gesellschaft der Andenvölker. Die Kombination von schönen Frauen und goldenen Tempeln, ein Motiv, das in den Geschichten der Konquister immer wieder auftauchen wird, versetzt einige der Konquistadoren in Ekstase. Andere sind mehr beeindruckt von der Offenheit, Gastfreundschaft und Wärme. Einer von Pizarro's Kameraden verliebt sich in eine Inka-Frau in hoher Position und muss in Ketten gelegt werden, als er entschlossen ist zu bleiben. Ein anderer, ein einfacher Matrose, springt vom Schiff, weil er mit solch wunderbaren Menschen riecht. Bevor die Spanier Tumbes wieder verlassen, vollzieht Pizarro den zeremoniellen Akt der Unterwerfung, mit dem alle spanischen Entdecker und Eroberer in die neue Welt geschickt wurden. Gegenüber dem Stadthalter und den Stadtältesten erklärt er, dass er hiermit ihr Land im Namen des Königs von Spanien in Besitz nehme und dass sie von ihrer Götzenverehrung ablassen sollten. Eine solche Dreistigkeit und Anmaßung kann für die Inkas nicht ernst gemeint sein. Sie verstehen Pizarro's Worte als Witz und lachen herzlich. Bei Cieza de Leon lesen wir, Hätte Pizarro versucht, diese so sanften und friedfertigen Menschen mit freundlichen Worten zum christlichen Glauben zu bekehren, er hätte nicht mehr als seine paar Männer gebraucht und er hätte es geschafft. Aber das Schicksal der neuen Welt lag in Gottes Hand. Und nur Gott weiß, warum er zuließ, was dann geschah. Wainer Kapak, der Inka-König, erhält die Nachricht über den Besuch der fremden Weißen an der Küste seines Reiches, aber es bleibt ihm keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen. Die Pockenseuche hat sein Lager in Ecuador erreicht. Viele seiner Generäle sterben. Dann erwischt es auch ihn. Das Schicksal hätte die Inkas nicht schlimmer treffen können. Das Reich hat einen großen, starken Herrscher verloren und seine Nachfolge ist nicht eindeutig geklärt. Zwei seiner Söhne, Atahualpa und Huasca, rivalisieren um den Thron und werden das Land in einen Bürgerkrieg führen. Wieder einmal entscheidet das Timing der Geschichte zugunsten der Konquistadoren. Pizarro segelt unterdessen weiter südwärts, entlang der peruanischen Küste, und macht mehrere Landgänge. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, dass südlich des Äquators eine unbekannte Hochkultur existiert, die vielleicht noch größer als die der Azteken ist. Euphorisch kehrt Pizarro nach Panama zurück und schmiedet mit seinen Partnern Eroberungspläne. Er nimmt ein Schiff nach Spanien, um dort Investoren zu finden und den Segen des Königs zu erhalten. In Toledo, am Hof Karls V., wird er wohlwollend empfangen. Mit stolzgeschwellter Brust zeigt er die erbeuteten Wertstücke aus Peru und sonnt sich im Beifall der ganzen Stadt. Zufällig trifft er dort Hernando Cortez, der sich auch gerade am Hofe mit seinen Schätzen aus Mexiko präsentiert. Die beiden Konquistadoren tauschen sich aus. Bestärkt und ermutigt geht Pizarro nach Trujillo, seinem Heimatstädtchen, und rekrutiert dort junge, robuste, ehrgeizige Männer, die nächste Generation Konquistadoren. Angesichts der Beweisstücke halten es der König und seine Berater für ratsam, eine schriftliche Vereinbarung mit Pizarro und Almagro zu unterzeichnen. Am 26. Juli 1529 gewährt der König Pizarro eine Lizenz, Peru zu entdecken und zu erobern. Peru wird beschrieben als ein reiches, fruchtbares Land, bewohnt von Menschen, die vernünftiger sind als alle anderen bislang entdeckten Völker. Pizarro bekommt den Titel des Stadthalters von Peru und das Recht, das Land im Namen der Krone zu erforschen und auszubeuten. Dazu Geld, um für jede neue Kolonie Schutztruppen, Bürgermeister, Arzt und Apotheker zu bezahlen. Die Würfel sind gefallen. Pizarros Ziel ist nun offiziell, die Eroberung Perus. Ende 1530 verlässt Pizarro Panama zum dritten Mal Richtung Süden. Mit ihm segeln 180 Männer. Nur ein Drittel von ihnen kann lesen und schreiben. Das Herz seiner Truppe sind zwölf der 13 Männer, die mit ihm auf der Insel überlebt haben, sowie Freunde und Nachbarn aus seiner Heimatstadt. Diese Männer aus Extremadura sind Pizarro in unbedingter Loyalität ergeben und werden es trotz persönlicher Differenzen bleiben. Übertroffen wird diese Loyalität nur noch von Pizarros Familien, sein Bruder Gonzalo und seine Halbbrüder Hernando und Juan. Es ist der Beginn einer fast mafiaähnlichen Regentschaft in Peru. Eine private Firma, die zu einem riesigen Finanz- und Militärunternehmen wachsen wird und die privaten Interessen der Pizarros mit den politischen Interessen des spanischen Imperiums verknüpfen wird. Nach vielen Monaten auf kleinen Inseln vor der Küste Äquadors geht Pizarro schließlich in Tumbes an Land und nimmt dann die Königsstraße der Inkas nach Süden. Die Spanier staunen über die gut gepflasterten, mit großen Steinblöcken eingefassten Wege. Dieses Straßensystem zieht sich durch das gesamte Inka-Reich, über 5000 Kilometer von Äquador bis nach Chile. Mithilfe von zwei Einheimischen, die Spanisch gelernt haben, können sich die Spanier in Quechua, der Sprache der Inkas, verständigen. Sie sammeln erste Eindrücke von den Bewohnern des Andenreiches. Wie vernünftig diese Menschen sind. Sie zeigen großen Gehorsam gegenüber ihrem Herrscher. Sie essen Nagetiere, größer als Ratten, Mais und eine eigenartige Wurzelknolle. Die Nagetiere, größer als Ratten, sind Meerschweinchen. Ein Leckerbiss nur zu festlichen Anlässen. Und die eigenartige Wurzelknolle ist die Kartoffel, das Grundnahrungsmittel der Inkas. Europäer kosten sie hier zum allerersten Mal. Aber nicht überall werden die Spanier freundlich empfangen. In einigen Städten kommt es zu Scharmützeln. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die bärtigen Fremden nicht mehr mit friedlichen Absichten kommen. Durch das erstaunliche Nachrichtensystem, sich ablösende Schnellläufer, wird der neue Inka Atahualpa täglich, ja stündlich über jeden Schritt, den die Spanier machen, informiert. Aber die Auseinandersetzung mit seinem Bruder Huasca, der ihm den Thron streitig macht, fordert seine ganze Aufmerksamkeit. Huasca erscheint bei weitem als die größere Bedrohung. Was, so überlegt man am Hof des Inkas, können ein paar Fremde mit seltsamen Tieren schon anrichten? In der Tat. Pizarros Armee ist erstaunlich klein. 62 Mann auf Pferden, 102 zu Fuß. 164 Männer gegen ein Reich mit fünf, vielleicht sogar zehn Millionen Menschen. Aber die Spanier haben hochmoderne Feuerwaffen und Stahlschwerter. Und einen unschätzbaren Trumpf. Furchtlosigkeit. Zumindest jetzt noch. Pizarro weiß vom Bürgerkrieg, der die Inkas entzweit. Schon Cortez hatte interne Spannungen ausgenutzt, um die Azteken zu besiegen. Warum sollte dies nicht auch in Peru gelingen? Und ebenso wie Cortez gewinnt Pizarro, der gerissene Stratege, Verbündete unter den einheimischen Völkern, die erst kürzlich unter die Herrschaft der Inkas gezwungen wurden. Anfang November 1532 verlässt Pizarro die Küste und marschierte hinauf in die Berge, in die Anden. Sein Ziel ist die Stadt Cajamarca, wo Atualpa, so kam es Pizarro zu Ohren, sein Lager aufgeschlagen hat. Die Inka-Straße wird schnell zu einem kleinen Pfad, der sich die steilen Hänge hinaufwindet. Was die Konquistadoren hier sehen, lässt sie staunen. Für die rohen Männer aus der spanischen Provinz, wo Schweineherden im staubigen Boden wühlen und die landwirtschaftlichen Methoden aus dem Mittelalter stammen, ist das Anbausystem der Inkas ein Wunderwerk. Auf meisterlich angelegten und bewässerten Terrassen, den schroffen Berghängen abgetrotzt, stehen die Feldfrüchte in Saft und Kraft. Kartoffeln, Mais, Bohnen, Kürbisse und Amaranth, das Wunderkorn der Inkas. Je höher die Spanier klettern, desto mehr ringen sie um Atem. Auf dreitausend Meter Höhe werden die Ersten krank. Dazu kommt eine bittere Kälte, vor allem nachts, auf die die Männer in ihren Baumwolluniformen aus dem tropischen Panama nicht vorbereitet sind. Aber sie müssen weiter, bis auf viertausend fünfhundert Meter. Ein eisiger Wind peitscht ihnen um die Ohren. Endlich erreichen sie den Pass. Der Blick, der sich ihnen bietet, ist atemberaubend. In einer unendlichen Kette von einem Ende des Horizontes zum anderen reihen sich die Vulkangipfel der Anden. Die Haudegen aus Spanien sehen, was kein Außenseiter je zuvor gesehen hat. Die majestätische Schönheit einer unberührten Welt, deren letzte Stunde sie einläuten werden. Nach sieben Tagen Marsch über die Berge erreichen die Spanier Cajamarca. In der Dunkelheit blicken sie hinunter auf das feindliche Lager. Ein Lichtermeer aus tausenden von Feuern. Die Spanier sind nervös. Es ist ein angsteinflößendes Bild. Wir schätzen Atahualpas Armee auf 30.000 Mann. Warum kommt uns niemand entgegen? Tappen wir in alle Falle? An Schlaf ist nicht zu denken. Wir beratschlagen, was wir tun sollen. Alle haben Angst. Denn wir sind so wenige und sind so tief in dieses unbekannte Land eingedrungen. Die Spanier haben allen Grund zur Furcht. Die Spione der Inkas hatten genau beobachtet, dass einige Spanier krank wurden und starben. Damit war der Bonus einer potenziellen Göttlichkeit, wie Cortez ihn hatte, dahin. Die politische Führungsspitze der Inkas war in langen Debatten zum Schluss gekommen, dass die Fremden, wo immer sie auch herkommen, weder göttlich noch freundlich sind. Atahualpa ist entschlossen, sie festzunehmen und zu töten. Aber seine Neugier ist stärker. Bevor sie sterben, will er diese Wesen aus einer anderen Welt genauer begutachten. Bei den heißen Quellen außerhalb der Stadt kommt es zur Begegnung zwischen den zwei Welten. Atahualpa begrüßt die Vorhut der Spanier mit den üblichen Gästen der Diplomatie. Er lässt ihnen Chicha, Maisbier, in goldenen Bechern reichen. Die Spanier denken gar nicht daran, Respekt zu heucheln und schütten den Trunk auf den Boden. Und dann lassen sie ihre Muskeln spielen. Wie schon bei den Azteken benutzen sie ihre Spezialwaffe, die Pferde, um die Inkas einzuschüchtern. Hernando de Soto, ein Konquistador, der sich später noch einen Namen machen wird, reitet so dicht an Atahualpa heran, dass das Pferd dem König ins Gesicht schnaubt. Aber der Herrscher verzieht keine Miene. Er sagt den Eindringlingen, dass sie in die Stadt gehen und dort auf ihn warten sollen. Die Spanier folgen der Aufforderung. Ziehen in die Stadt, die unheilverkündend verlassen ist, und verstecken sich in den Säulengängen eines großen Palastes am Hauptplatz. Dort warten sie, stundenlang, vor Angst schwitzend. Am frühen Abend endlich strömen die Menschen auf den Platz, füllen ihn, dicht gedrängt. Es müssen Tausende sein. Schließlich, begrüßt vom Gesang seines Volkes, erscheint der Herrscher auf einem goldenen Thron, den seine Diener auf den Schultern tragen, begleitet von seinen Offizieren. Er ist jung, etwa 30 Jahre alt und gut aussehend. Er trägt die rote königliche Quaste auf der Stirn und einen geschmeidigen Mantel aus Fledermaus haut. Mitten auf dem Platz wird der Thron abgesetzt. Die entscheidende Szene, die jetzt folgt, wird von Huaman Poma beschrieben, einem peruanischen Historiker, der nur eine Generation später die Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches niederschrieb. Zunächst spricht Pizarro, übersetzt von einem Dolmetscher. Ich bin der Botschafter eines mächtigen Herrschers jenseits des Meeres. Sein Name ist Karl und er sucht die Freundschaft mit dem Inka. Das ist das alleinige Ziel unserer Mission in Peru. Atahualpa hört aufmerksam zu. Dann antwortet er würdevoll. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass ihr eine lange Reise gemacht habt und mit einer Mission von einem bedeutenden Herrscher gekommen seid. Ich sehe jedoch keinen Anlass, irgendeine Art von Freundschaftspakt mit euch zu machen, wenn ich selbst bin ebenfalls ein mächtiger Herrscher in meinem eigenen Land. Pizarros Priester Vicente Valverde mit Kreuz und Bibel in der Hand ergreift das Wort. Unser König ist ein Freund von Gott, dem einzigen und wahren Gott, dem Gott der Christen, die geleitet werden von unserem obersten Priester, dem Papst. Die Götter, die ihr anbetet, sind falsche Götzen. Hört auf, den wahren Gott zu verspotten. Gebt eure falsche Religion auf und nehmt Christus, den Sohn Gottes, als euren Retter an. Wie kann man auf solche Dreistigkeit, Arroganz und Ignoranz angemessen reagieren? Atahualpa ist intelligent und er hat einen ausgeprägten Sinn für Humor und Spott. Ich verehre die unsterbliche Sonne und unsere uralten Götter und ich kann diesen Glauben nicht aufgeben. Aber wenn ihr so überzeugt seid, dass eure Religion besser ist als unsere, frage ich euch, auf welche Autorität stützt sich denn eure Religion? Es steht alles geschrieben in diesem Buch, das ich hier in Händen halte. So gib mir das Buch, auf das es auch zu mir sprechen kann. Bei Verde reicht ihm die Bibel. Atahualpa blättert darin sorgfältig. Es ist ein schicksalshafter Augenblick für seine Welt. Aber der Inka ist sich dessen nicht bewusst. Trocken erklärt er, Dieses Buch sagt mir nichts. Und wirft die Bibel dem Priester vor die Bibel. Für Pizarro ist es der Augenblick, auf den er gewartet hat. Der Augenblick, für den er jahrelang Pläne geschmiedet, Petitionen geschrieben, Finanzpartner überzeugt, für den er riskante Reisen, Entbehrungen und Strapazen auf sich genommen hat. Die Geste des Inka gibt ihm den Vorwand für Krieg. Er befiehlt seinen Männern anzugreifen. Von den Säulenhallen rund um den Hauptplatz eröffnen die Spanier das Feuer auf die unbewaffnete Menschenmengen. Der Lärm der Explosionen, die riesigen schnaubenden Tiere, der Anblick der Rüstungen und Schwerter, ein Szenario des Terrors für die Inkas. In Todesangst versuchen die Menschen zu fliehen, aber die Ausgänge des Platzes sind zu eng. Panik macht sich breit. Der Druck der Massen ist so groß, dass die Mauern an einigen Stellen einstürzen. Viele werden zu Tode getrampelt, von den Pferdehufen oder von den Fliehenden. Tausende werden in dieser Nacht von den Spaniern niedergemetzelt. Die Mörder verlieren fünf Männer. Nicht getötet von den Inkas, keiner wagte es, die Fremden anzugreifen, sondern im Chaos der Körper erdrückt. Atahualpa wird unverletzt gefangen genommen und in Ketten gelegt. Mit ihm fällt ein Großteil der königlichen Familie in die Hände der Verbrecher. Nur wenige der noblen Frauen, so kann man getrost annehmen, entkommen Missbrauch und Vergewaltigung. Das Reich Tawantinsuyu beginnt zu zerbröckeln. Warum hatte der Inka diese Katastrophe zugelassen? Atahualpas Untergang war nicht Aberglauben. Es war Selbstgefälligkeit. Die Inkas betrachteten die Spanier nicht als Übermenschen, nein, als Untermenschen. Nicht als ernstzunehmende Feinde, sondern als primitive Eindringlinge, die nicht mehr als Verachtung verdient hatten. Was man nicht außer Acht lassen darf, das Reich war in der Krise, geschwächt von der Pockenseuche, gebeutelt vom Bürgerkrieg. Wäre Huayna Capac noch auf dem Thron gesessen und hätte die Seuche nicht gewütet, die Spanier wären sehr wahrscheinlich gar nicht bis Cajamarca gekommen. Wieder einmal verhelfen die Umstände den Eroberern zum Triumph. Atahualpa, angekettet in einer fensterlosen Zelle, begreift langsam, was seine Peiniger nach Peru getrieben hat. Gold. Für die Inkas hat das Edelmetall keinen Handelswert, sondern einen rein ästhetischen Wert. Sie verwenden es vor allem, um ihre Götterbilder und Heiligtümer zu verzieren. Die Besessenheit der Spanier ist in ihren Augen schlichtweg ordinär. Mehr noch, primitiv. Im Buch des Waman Poma gibt es eine Zeichnung, in dem der Inka einen Spanier fragt, also esst ihr dieses Gold tatsächlich? Und der antwortet, ja, genau das tun wir. Atahualpa macht ein erstaunliches Angebot. Er verspricht, die Gefängniszelle so hoch mit Gold füllen zu lassen, wie er mit ausgestreckter Hand hochreicht. Im Gegenzug bekommt er seine Freiheit. Wenn die Spanier diese riesige Menge Gold bekommen, so glaubt der Inka, werden sie abziehen. Er kann sich nicht vorstellen, dass diese Fremden, noch nicht mal 200 an der Zahl, die Vorläufer von Tausenden sind, die sich in seinem Land für immer ansiedeln werden und dass eine Goldzahlung nicht genug sein wird. Um das Gold zusammenzubringen, dürfen sich die Spanier auf Anordnung Atahualpas frei in seinem Reich bewegen. Pizarros Männer durchqueren Peru und plündern die größten Heiligtümer Amerikas. An der Pazifikküste steht der berühmte Tempel von Pachacamac, riesige Pyramiden, über tausende von Jahren gebaut und erweitert. Schon in der Zeit vor Christus war hier ein berühmtes Orakel, der Sitz des Schöpfergottes Pachacamac. Es war so heilig, dass die Inkas es in ihren eigenen Glaubenskult aufnahmen. Pizarro schickt seinen Bruder Hernando dorthin, und Hernando, jung und draufgängerisch, marschiert direkt in das Heiligste des Heiligtums. Er findet dort nur eine einfache, hölzerne Statue. Für die Inkas ist dies der Gott, in dessen Händen das Schicksal der Welt liegt. Für die Spanier ist es ein wertloses Stück Holz, in dem der Teufel verehrt wird und das zerstört werden muss. Aber die anderen Tempel im Land sind buchstäblich vergoldet, und Atahualpa füllt seine Zelle mit sieben Tonnen Gold und dazu noch dreizehn Tonnen Silber. Angesichts dieses Schatzes, wohl einer der größten auf Erden, verlieren die spanischen Barbaren endgültig den Verstand. Sie werfen die Kunstwerke auf der Stelle in Hochöfen. Einen ganzen Monat brauchen Pizarros Männer, um alles einzuschmelzen. Der Schatz eines ganzen Zeitalters löst sich auf und wandert in Form von Quadern in die Taschen der europäischen Banken. Der kulturelle Verlust ist himmelschreiend, denn Gold neben Textilien ist das Hauptmedium der Inka-Künstler. Nur sehr wenige Stücke überleben die Plünderung und sind noch heute erhalten. Unterdessen nutzen die Spanier die Sanftmut ihrer Geisel aus und zwingen Atahualpa, andere Zweige der königlichen Familie umbringen zu lassen. Sein Bruder und Rivale Huazca wird gefangen genommen, misshandelt und getötet. Das Volk verliert damit seine Führung und seine Orientierung. Der Inka hat sein Wort gehalten. Aber was macht Pizarro? Er bringt Atahualpa vor Gericht. Die Anklage verrat. Die Jury Pizarros Brüder. Das Urteil tot. Am 26. Juli 1533 wird der Inka auf dem Hauptplatz von Cajamarca enthauptet. Dieses Verbrechen entsetzt sogar viele Spanier. Es war das verabscheuungswürdigste, was wir jemals in Amerika taten, schreibt später ein Conquistador. Atahualpa war kein großer Herrscher, aber sein Ende gab ihm eine Aura, die ihn nach seinem Tod in ein Symbol des Widerstands verwandelte. Noch heute wird er in den Anden in Liedern und Schauspielen als Vater Inka verehrt, der von den Weißen heimtückisch ermordet wurde. Pizarro marschiert mit seiner Armee nach Süden. 1600 Kilometer auf der königlichen Straße nach Cusco, der Hauptstadt des Inka-Reiches. Ein paar Mal stößt er auf bewaffneten Widerstand, aber die Inkas sind hoffnungslos unorganisiert und zersplittert. Am 15. November 1533 betreten die Spanier Cusco. Für die Inkas der Nabel der Welt. Hier ist der Geburtsort ihrer Dynastien. Hier stehen die kolossalen Paläste der königlichen Familie und des Adels und der große Tempel des Sonnengottes. Zwischen den Palästen, mit Mauern aus beeindruckend exakt gefügten riesigen Steinblöcken, führen breite Straßen auf weite Plätze, auf denen der Inka von seinem Volk gefeiert wurde. Pizarro wird von nicht wenigen Mitgliedern der königlichen Familie, für die Atahualpa nicht der rechtmäßige Inka gewesen war, willkommen geheißen. Und Pizarro ist klug. Er setzt einen Prinzen, Huayna Capacs jungen Sohn Manko, als Marionettenkönig ein, erlaubt weiterhin die Zeremonien und Prozessionen der Inka-Gesellschaft und etabliert damit ohne Widerstand die spanische Herrschaft in Peru. Zunächst geht das gut. Atahualpa hatte Pizarro eine Tochter von Huayna Capac zur Frau gegeben und der 56-jährige Junggeselle scheint der 18-jährigen Schönheit verfallen zu sein. Kispecusi wird als Christin getauft und schenkt dem Haudegen zwei Kinder. Andere führende Konquistadoren machen es Pizarro gleich und suchen sich am Königshof blaublütige Frauen aus. Diese Verbindungen zwischen Spanien und Inka-Adel werden anfangs noch groß gefeiert. Doch lange können die Spanier ihre wahre Natur nicht verhehlen und sie beginnen, die Inka-Frauen zu misshandeln. Ein Grund, der die Inkas mehr und mehr gegen die Spanier aufbringt. Der entscheidende Riss im Verhältnis zwischen Eroberern und Eroberten entsteht jedoch durch die maßlose Goldgier der Spanier. Atahualpas Lösegeld, 20 Tonnen Gold und Silber, werden von Lima, dem neu gegründeten Hafen aus, nach Spanien verschifft. Die Schätze aus Peru übertreffen alles, was die Spanier bislang gesehen haben. Das sagenhafte Inka-Reich ist das Gesprächsthema Nummer eins. Schon seit der Eroberung Mexikos im Goldrausch beginnen die Spanier nach Peru zu stürmen. Und bald reicht die Beute nicht mehr für alle. Das Plündern geht weiter. Der Inka-Adel muss zusehen, wie sein gesamter Reichtum, seine Kunstwerke und Kultgegenstände in Schmelzöfen verschwinden. Die Pizarro-Brüder prahlen mit ihrem neu gewonnenen Reichtum. Sie leben in Saus und Braus und quetschen Menschen und Land aus wie eine Zitrone. Allmählich wächst der Widerstand der Inkas gegen die spanische Besatzung. Zwei Jahre nach seiner Krönung versucht Manko zu fliehen, wird aber eingefangen und von nun an ist es mit der versöhnlichen Taktik der Spanier vorbei. Der Inka wird öffentlich erniedrigt und misshandelt, mehrere Inka-Generäle hingerichtet. Frauen und Mädchen werden missbraucht, darunter auch Mankos Frau, die zum Entsetzen des Inka-Adels von Gonzalo Pizarro vergewaltigt wird. Die Spanier haben den Bogen überspannt. Die Inkas sind bereit, sich gegen sie zu erheben. Es hat überraschend lange gedauert, aber jetzt wird er auf. Im April 1536 gelingt es Manko abermals zu fliehen. An einem geheimen Ort versammelt er seine Generäle. Seine Rede ist durch Augen zu überliefern. Ich habe euch heute hier zusammengerufen, weil ich euch sagen will, wie ich über diese Fremden denke. Sie predigen das eine, tun aber das andere. Sie haben keinen Respekt vor Gott und keinen Anstand. Sie beleidigen und erniedrigen uns. Sie behandeln uns wie Hunde. Ihre Gier ist so groß, dass es keinen Tempel oder Palast mehr gibt, den sie nicht geplündert haben. Selbst wenn all der Schnee auf den Bergen Gold und Silber wäre, sie hätten immer noch nicht genug. Sie halten unsere Frauen, meine und eure Schwestern als Konkubinen und führen sich wie Tiere auf. Sie haben schon begonnen, unser Reich aufzuteilen, damit noch mehr von ihnen kommen können und uns ausrauben. Wir sollen ihre Sklaven sein, die unsere Frauen hergeben und Gold und Silber heranschaffen. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Sendet eure Boten durch das ganze Land und ruft eure Streitkräfte zusammen. Passt auf, dass die Bärtigen nichts davon erfahren. Kommt hier nach Cusco in 20 Tagen. Dann werden wir sie angreifen und alle bis auf den letzten Mann töten. Und wir werden erwachen von diesem Albtraum. In den Hügeln über Cusco sammelt sich die Inka-Armee. Es sind Zehntausende und umzingelt die Stadt. Der große Aufstand hat begonnen. Cusco wird nur von 170 spanischen Soldaten verteidigt, unterstützt von etwa 1000 indianischen Hilfstruppen. Es sieht schlecht aus für die Spanier. Pizarro ist in Lima abgeschnitten und schickt Hilfstruppen nach Cusco, aber die werden von Mancos Streitkräften aufgerieben. Die Inkas kontrollieren Cusco von ihrer Festung oberhalb der belagerten Stadt. Wenn die Spanier überleben wollen, müssen sie die Festung einnehmen. Mit dem Mut der Verzweiflung führen Pizarros Brüder den Angriff. Die Inkas sind zwar weit in der Überzahl, aber sie haben zu wenig europäische Waffen und zu wenige Krieger, die damit umgehen können. Mit Todesmut, Hartnäckigkeit und mit ihrer überlegenen Waffentechnik gelingt es den Spaniern, die Festung zu erobern. Das ist der Anfang vom Ende der Revolte. Nach zehn Monaten müssen die Inkas die Belagerung der Stadt aufgeben. Die Rache der Spanier an der Zivilbevölkerung ist grausam. Wer kann, flieht nach Norden in das Heilige Tal, das Herzland der Inkas. Dort, in Ollantaytambo, gut 30 Kilometer von Cusco entfernt, hat Manco inzwischen sein Lager aufgeschlagen. Er lässt Häuser errichten und Terrassen anlegen, um seine Armee und die Flüchtlinge zu ernähren. Jeder Zentimeter wird genutzt, um Nahrung anzubauen. Er macht aus dem Sommerpalast der königlichen Familie die stärkste Festung, die es in Peru je gab. Das Tal ist ein guter Platz. Hier fühlt er sich zu Hause. Hier, entlang des Flusses Urubamba, hatten die Inka-Könige hundert Jahre zuvor auf der Höhe ihrer Macht ihre Paläste und Heiligtümer gebaut. Die berühmteste Städte Machu Picchu. Hier stehen die Tempel, in denen die Mumien der toten Könige ruhten, bis sie an den Festtagen herausgeholt wurden, um die Sonne zu grüßen. Ob Manco und sein hohe Priester noch einmal hierher kamen, um zum letzten Mal das Ritual für ihre Vorfahren zu zelebrieren? Gut möglich, aber wir wissen es nicht genau. Machu Picchu haben die Spanier nie gesehen, aber sie kamen ins Heilige Tal, nach Oriantei Tambo. Im Herbst 1536 steht Hernando Pizarro mit seiner Truppe vor der Stadt und bläst zum Angriff. Doch die Inkas haben dazugelernt. Sie haben Feuerwaffen und Pferde erbeutet und Gefangene gezwungen, Schießpulver herzustellen. Dieses Mal, es ist das einzige Mal, gehen die Inkas als Sieger aus dem Kampf hervor. Manco will im Heiligen Tal ein neues Cusco bauen, aber er weiß, dass unaufhörlich spanische Siedler ins Land strömen. Nach einem Jahr wird ihm klar, dass es nur einen Ausweg gibt. Er muss weg, dorthin, wo die Spanier, so glaubt er, ihn nicht mehr erreichen können, in den Nebelwald am Rande Amazoniens. Bevor er das Tal verlässt, hält er eine bewegende Rede vor seinem Volk. Meine Vorfahren, mein Großvater, mein Vater und ich selbst, ihr waren große Herrscher, die immer gut für euch gesorgt haben. Vergesst dies niemals. Ich weiß, dass der Tag kommen wird, an dem sie uns zwingen werden, ihren Gott anzubeten. Dann tut, was ihr tun müsst vor ihnen, aber wenn ihr allein seid, dann erinnert euch an unsere Zeremonien und unsere Götter. Wenn sie euch zwingen, unsere Heiligtümer zu zerstören, dann gebt nur, was ihr müsst und behaltet den Rest verborgen in euren Herzen. Mankos Hof und seine Armee beginnen ihren langen Marsch durch die Berge. Immer noch träumen die Inkas davon, dass sie eines Tages zurückkehren werden. Der Inka und seine Generäle hoffen, dass sie am Rande des Reiches einen neuen Widerstand organisieren können, um das Land ihrer Vorfahren zu befreien. Die Konquistadoren machen keine halbe Sache. Gonzalo Pizarro bereitet sich vor, Manko zu jagen. Er nimmt dreihunderte tapfersten Männer mit, mehr als sein Bruder Francisco nach Cajamarca brachte. Manko hat sich zum äußersten Rand seines Reiches zurückgezogen in das Tal von Vilcabamba. Es liegt so versteckt und abgelegen, dass es erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wird. Hier, so glaubt der Inka, können ihn die Feinde nicht finden. Doch auf dem Weg dorthin lässt er neue Pfade anlegen und die Spanier finden sie. Als sie sich schließlich nach Vilcabamba durchgeschlagen haben, ist die Stadt verlassen. Manko ist im Dschungel verschwunden. Pizarros Männer durchkämmen die Wildnis zwei Monate lang, dann werden sie von Krankheit und Hunger zum Rückzug gezwungen. Der Inka ist ihnen um Haaresbreite entkommen. Manko baut eine neue Stadt, Vitcos, südlich von Vilcabamba, hoch in den Bergen. Hier, in einem prächtigen Palast, hält er Hof für weitere sieben Jahre. Inzwischen beginnt das Reich der Pizarros zu zerfallen. Wie alle Mafia-Clans haben sich die Pizarros erbitterte Feinde geschaffen, allen voran den Clan der Almagros. 1538 spitzt sich die Fede zu. Es kommt zum Gefecht. Diego de Almagro wird besiegt, gefangen genommen und von Francisco Pizarro, seinem früheren Freund und Geschäftspartner, hingerichtet. Die Rache lässt nicht lange auf sich warten. Drei Jahre später wird Francisco Pizarro, der Eroberer von Peru im Alter von 63 Jahren, ermordet. Von Diego de Almagro Junior, der Pate, in einer Version des 16. Jahrhunderts. Die Spanier kämpfen nun gegeneinander und Manko gewährt den Feinden der Pizarros Unterschlupf. Eine fatale Großzügigkeit, denn auf seinen Kopf ist ein Preisgeld ausgesetzt. Der Inka spielt mit seinem neunjährigen Sohn Tito Cusi und einigen Spaniern Koiz, eine Art Boccia mit Hufeisen, als ihn sieben Mann von hinten anfallen und niederstechen. Mit der Ermordung Mankos schwindet die Hoffnung der Inkas auf Widerstand gegen die Besatzer. Ein kleiner, unabhängiger Inka-Staat hält sich in Vilcabamba noch weitere 28 Jahre. Doch 1572 wird auch diese letzte Enklave von den Spaniern zerquetscht. Der letzte Inka Mankos zweiter Sohn Tupac Amaru hingerichtet. Die politische Ordnung ist zerstört. Das Reich der Inkas hört auf zu existieren. Die Zivilisation der Inkas überlebte die Konquista nicht. Aber das Volk der Inkas überlebte und mit ihm seine tief verankerte Kultur, seine Rituale und seine Götter. Genau wie Manko gesagt hatte, die Menschen haben nicht vergessen. Heute, fast 500 Jahre später, verehren die Indianer in Peru immer noch die Geister ihrer Inka-Vorfahren, bringen ihnen Opfer, begrüßen die aufgehende Sonne und singen die Lieder, mit denen schon Atahualpa begrüßt wurde, der Inka-Vater, den die Konquistadoren Meuchlings ermordeten. Spanier, so hatte Cortez den Azteken erklärt, litten unter einer Krankheit des Herzens, die nur mit Gold geheilt werden kann. Entlarvende Worte. Leider aber nicht wahr. In der Tat wurden die Spanier schier aufgefressen von ihrem Verlangen nach Gold, aber das Objekt ihrer Begierde konnte sie nicht heilen. Im Gegenteil, die immensen Schätze aus Mexiko und Peru steigerten noch ihre Gier. Weitere Goldgruben musste man finden, und die neue Welt war noch in weiten Teilen unbekanntes Land. Von Quito aus hatten die Spanier schon ab 1530, also noch vor der Eroberung Perus, Expeditionen nach Nordosten ins Landesinnere unternommen, über die Anden nach Kolumbien und Venezuela. Einige waren sogar erfolgreich, sie fanden Gold bei den Indianerstämmen im Süden Kolumbiens. Aber die Abenteurer und Konquistadoren fieberten nach mehr. Sie wollten das Wunder von Peru wiederholen und ein weiteres vergoldetes Königreich finden. Aus den Wunschbildern und Fantasien, aus den Geschichten, Berichten und Gerüchten kristallisierte sich eine geheimnisvolle Legende, die zu einer der abenteuerlichsten und dramatischsten Entdeckungsreisen der Geschichte führte. Die Erforschung des Amazonas. Es war die Legende von El Dorado, dem goldenen Prinzen. Der goldene Prinz ist so großartig und reich, dass seine einzige Kleidung pures Gold ist, das seinen ganzen Körper bedeckt. Er trägt es nicht in Form von gehämmerten Platten, wie es andere reiche Herren gewöhnlich tun, das ist für ihn nicht edel genug. Stattdessen bedeckt er sich mit Goldstaub, so fein wie gemahlenes Salz. Jeden Morgen Salbt er sich mit einem klebrigen Harz und pudert sich dann mit Goldstaub, bis sein ganzer Körper vom Scheitel bis zur Sohle mit Gold gedeckt ist. Er ist so reich, dass er am Abend das Gold wieder abwäscht, das damit verloren ist. Jeden Tag des Jahres legt der Prinz sein Gewand aus Goldstaub an und sein Anblick ist so beeindruckend wie das Meisterwerk eines großen Künstlers. El Dorado wird zum Zauberwort für ein sagenhaftes Goldland, irgendwo im nördlichen Teil Südamerikas, das die Herzen der Spanier höher schlagen lässt. Es gibt noch ein anderes magisches Wort. Es heißt La Canela, das Land der Zimtbäume. In den Urwäldern jenseits der Anden soll es zu finden sein. Zimt ist zu der Zeit ein teuer gehandeltes Gewürz in Europa. Die Aussichten sind verlockend ja unwiderstehlich. Vor allem wenn man Pizarro heißt, reich, berühmt und ein gerissener Geschäftsmann ist. Gonzalo Pizarro ist es, der die berühmteste und verhängnisvollste Expedition auf der Suche nach Gold und Zimt organisiert. Er ist eine Generation jünger als sein Bruder Francisco. Mitte dreißig, ein geborener jetzt Stadthalter in Quito. Wie alle Pizarros hat er sich skrupellos an den Inka Schätzen bereichert und kann deshalb eine exzellent ausgerüstete Expedition auf die Beine stellen. 230 Männer, die erfahrensten Konquistadoren Südamerikas, Experten wie Brückenbauer und Zimmerer, 200 Pferde, Kanonen, Gewehre, Armbrüste, Zelte und Werkzeuge, 2000 Hunde als Frischfleisch, 100 Jagdhunde und schließlich 4000 Indianer als Führer, Diener und Träger, darunter auch Frauen, die für die Männer mehr als nur kochen sollen. Eine beeindruckende Truppe. Die Spanier sehen schon die Schätze von El Dorado vor ihren Augen, die sie bald, so glauben sie, in Händen halten werden. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. März 1541 bricht Gonzalo Pizarro auf. Die Probleme beginnen bereits sieben Wegstunden hinter Quito. Hier endet das gut organisierte Inka-Reich mit seinen gepflasterten Straßen und Poststationen. Hier beginnt die Wildnis und das Nichtwissen. Einheimische Führer kennen nur ihr eigenes begrenztes Gebiet. Eine Tatsache, die Pizarro selbst dann noch nicht glauben will, als er einige dieser Führer zu Tode hat foltern lassen, ohne dass sie ihm Informationen geben konnten. Die Strapazen sind unerwartet groß. Die Berghänge sind so dicht bewaldet, dass sich die Truppe mühevoll Pfade schlagen muss, die auch für die Pferde passierbar sind. Zig Flüsse und Wasserfälle blockieren den Weg und müssen mit selbst gebauten Brücken überwunden werden. Dazu kommt die Höhe. Der Pass liegt auf 4600 Metern und der Regen. Zwei Monate schüttet es, fast ununterbrochen. Die Kleider beginnen zu schimmeln und das ist der Anfang. Vollkommen erschöpft erreicht die Expedition schließlich das Tal von Sumaco jenseits der Anden Hauptkette. Hier stößt eine kleine Gruppe von 23 Konquistadoren zu ihnen, die auf eigene Faust von der Küste kommend das Hochgebirge überquert hat. Ihr Führer ist Francisco de Orellana, ein spanischer Hauptmann, der sich in Peru in den Schlachten gegen Manko hervorgetan hat. Er ist mit Gonzalo Pizarro verwandt und wuchs wie dieser in Trujillo in Extremadura auf. Doch in dem Abenteuer, das vor ihnen liegt, wird der einäugige Orellana Pizarros Feind werden und der eigentliche Held dieser Geschichte. Pizarro beschließt, den Tron zu lassen und sich nur mit einer kleinen siebzig köpfigen Gruppe weiter durch den Dschungel zu kämpfen. Zweieinhalb Monate ist er verschwunden. Seine genaue Route ist bis heute ein Rätsel. Er muss letztlich im Kreis gegangen sein, denn er erreicht schließlich den Fluss Coca nicht weit vom Lager der Haupttruppe entfernt. Bei einem siebzig Meter in die Tiefe stürzenden Wasserfall, heute näher auf den Regenwald, der sich wie ein grünes Meer bis zum schnurgeraden Horizont streckt, das Amazonasbecken. Ihr geografisches Wissen ist begrenzt. Aber so viel glauben die Konquistadoren zu begreifen, dieser Wald reicht bis zum Atlantik und der Coca ist ein Zufluss zum Mar Dulce, zum süßen Meer, so hatte der spanische Seefahrer Vicente Pinzon den Amazonas genannt, als er im Jahr 1500 die riesige Mündung des Stromes entdeckte, beeindruckt, wie weit das Süßwasser in den salzigen Ozean vordrang. Aber die Ostküste Südamerikas war seitdem nicht weiter erforscht worden. Was liegt zwischen dem Atlantik und den Anden und vor allem wie weit ist es? Niemand weiß es. Die Spanier können noch keine Längen gerade berechnen. Die Sonne und die Sterne geben ihnen eine grobe Orientierung, aber wo sie sich vage Idee. Die Expedition überquert den Koka und marschiert zwei Wochen lang flussabwärts, kämpft sich durch Sümpfe, hackt sich mit Äxten und Macheten durch das tropische Dickicht. Sie kommen unendlich langsam voran. Von den indianischen Trägern sind nur noch wenige am Leben, die meisten sterben vor Erschöpfung, Hunger, an Misshandlung und europäischen Krankheiten. Auch Pivaros Männer sind ausgezehrt und krank und von El Dorado kein Oktober. Sieben Monate nach ihrem Aufbruch in Quito ist die Moral der Truppe am Boden. Pizarro muss eine Entscheidung treffen. Aufgeben und zurück oder weiter. Inzwischen haben sie die letzten Stromschnellen hinter sich und der Koka ist ein tiefer, sanfter Strom, etwa 400 Meter breit. Pizarro findet die Lösung. Er baut ein Boot. Mit einem Boot kann er die schwere Ausrüstung und die Kranken transportieren. Und er kann die Angriffe der Indianer besser abwehren, die von ihren Kanus aus die Spanier mit Pfeil und Bogen traktieren. Es sind, so kann man heute vermuten, Vorfahren der Kofanes, eine Stammesgruppe, die einst weite Gebiete am Ostrand der Anden besiedelte. Hartnäckig bekämpfen sie die Eroberer, Goldsucher und Missionare. Nur ein paar Hundert von ihnen haben bis heute überlebt. Aber dieser Stamm hat sich bis ins 21. Jahrhundert immerhin Teile seiner ursprünglichen Sprache und Kultur erhalten. Vier Wochen lang lagern die Spanier am Flußufer. Sie ernähren sich von Fischen, den letzten Hunden und von kranken Pferden und Früchten und Wurzeln, die sie in verlassenen Indianersiedlungen finden. Währenddessen bauen Pizaros Zimmerer an dem Boot. Es wird über acht Meter lang mit einem zweieinhalb Meter hohen Mast. 25 Männer haben darin Platz. Im November 1541 setzt Pizarro Segel. Das Boot kommt leicht voran. Aber die meisten seiner Männer müssen sich nach wie vor mühevoll durch die Sümpfe und Bäche schlagen. Nach 20 Kilometern mündet der Coca in den Napo, einem der Hauptzuflüsse des Amazonas. Die Spanier folgen ihm. Nochmal 240 Dann schlagen sie ein Lager auf und feiern Weihnachten. Wie bei allen spanischen Expeditionen sind Priester mit von der Partie, die jeden Sonntag und an den katholischen Feiertagen die Messe lesen und das Abendmahl reichen. Trotz Hungersnot wurde immer ein bisschen Wein und Brot dafür aufgehoben. Die Gottesdienste geben den Männern in der fremden Wildnis Struktur und Halt. Doch an diesem Weihnachten die Vorräte sind längst aufgezehrt und so stürzen sich die 250 Männer wie eine Heuschrecken Plage auf alles, was ihnen in die Finger kommt, ohne zu wissen, was im Regenwald essbar ist. Unmut gegen Pizarro, den Führer macht sich breit. Und zu allem Überfluss kommt eine Nachricht von den einheimischen Führern, die den letzten Rest von Hoffnung und Mut nimmt. Ein riesiges, unbesiedeltes Gebiet liege vor ihnen, in dem keine Nahrung zu finden sei. Für Gonzalo Pizarro wird sein schlimmster Albtraum. Es ist die Stunde des Francisco de Orellana. Mit seinem Auftritt beginnt das Drama zwischen ihm und seinem Cousin Pizarro. Orellana hat die Führer etwas genauer befragt und herausgefunden, dass hinter dem großen, unbewohnten Gebiet ein anderer Fluss in den Napo mündet, an dessen Ufern eine Tagesreise flussaufwärts Nahrung im Überfluss zu finden sei. Orellana bietet Pizarro an, mit dem Boot so schnell wie möglich flussabwärts zu fahren, um die Expedition zu retten. Das Gespräch zwischen den beiden ist von großer Bedeutung, da es der Beginn des erbitterten Streites ist, der die Vettern zu Feinden macht. Gonzalo Pizarro schreibt darüber später, Ich vertraute Hauptmann Oriana, dass er tun würde, wie er es versprochen hatte. Er war schließlich mein Stellvertreter. Ich sagte ihm, ich fände die Idee gut, und er solle in zwölf Tagen wieder zurück sein und auf keinen Fall über den Zusammenfluss hinausfahren, sondern sich ausschließlich darauf konzentrieren, Nahrung zurückzubringen. Er antwortete, dass er auf keinen Fall weiterfahren würde, als ich ihm befohlen hatte. Mit diesem Vertrauen in ihn gab ich ihm das Boot und 60 Männer und er fuhr los. Orianas Version, aufgezeichnet vom Priester Carvajal, der über die Expedition Tagebuch führte, wirft ein anderes Bild auf die Szene. Danach hatten Oriana und auch andere Konquistadoren viele von Pizarros Entscheidungen scharf kritisiert, wurden aber von diesem abgeschmettert. Die Unzufriedenheit bei den Expeditionsteilnehmern war offenbar so groß, dass Meuterei in der Luft lag. Carvajal schreibt, Hauptmann Oriana war sich der schlimmen Lage und der großen Entbehrungen bewusst, die die Männer erlitten, und ging zu Pizarro und sagte ihm, er werde den Fluss hinunterfahren und sollte ihm das Glück hold sein, genug Nahrung für alle finden. Aber wenn Oriana sich verspäten würde, so sollte sich Pizarro keine Sorgen machen, sondern umkehren, bis er etwas zu essen fände und dort drei, vier Tage oder so lange, wie er es für richtig hielte, auf Oriana warten. Falls Oriana nicht zurückkäme, sollte er sich nicht weiter um ihn kümmern. Daraufhin sagte Pizarro, Oriana solle tun, was er für das Beste halte. Welche Worte tatsächlich zwischen den beiden Männern gefallen sind, wissen wir nicht. Zweifellos hat keiner die Wahrheit geschrieben, zumal die Aussagen erst später zur Rechtfertigung der jeweiligen Positionen verfasst wurden. Sicher ist, dass Pizarro niemals einer Vereinbarung, wie sie von Carvajal geschildert wird, zugestimmt hätte. Damit hätte er ja den Verlust seiner Führungsposition zugegeben. Sicher ist aber auch, dass Pizarro seine Befehlsgewalt über Oriana und einen Teil seiner Truppe verloren hat. Am 25. Dezember 1541 bricht Oriana auf mit 57 Männern, zwei Sklaven, fünf Armbrüsten, drei Handgewehren, Schießpulver, dem Boot und ein paar indianischen Kanus. Schon sehr bald, so seine Version, wird ihm klar, dass er es bei der Geschwindigkeit des Flusses niemals schaffen wird in zwölf Tagen zurück zu sein, wie es Pizarro angeordnet hat. Wir merkten schnell, dass es unmöglich war, umzukehren. Wir beratschlagten unsere Lage. Wir waren inzwischen dem Hungertod nahe und beschlossen, das kleinere Übel zu wählen. Mit dem Vertrauen, dass Gott uns retten werde, weiterzufahren und dem Fluss zu folgen. Wir würden entweder sterben oder sehen, was vor uns liegt. Oriana ist besorgt, dass seine Entscheidung als Meuterei ausgelegt werden kann und so lässt er die Diskussionen und Beschlüsse der Gruppe aufzeichnen. Interessanterweise gibt es andere Quellen, nach denen Orianas Expedition keineswegs einer Meinung ist und einige Männer überzeugt sind, dass eine Rückkehr zu Pizarro möglich wäre. Vielleicht fürchtete Oriana Pizarros Rache und wollte deshalb nicht zurück. Vielleicht dachte er, dass Pizarros Truppe zu groß war, um in der grünen Hölle Amazoniens zu überleben, geschweige denn, um Gold oder Zimt zu finden. Vielleicht wollte er den Ruhm des Entdeckers für sich allein genießen. Wir wissen es nicht. Pizarro jedenfalls, bitter enttäuscht, dass sein Hauptmann sich über seinen Befehl hinweggesetzt hat, zeichnet ihn später als gewissenlosen, grausamen Verräter. Oriana fährt weiter nach Osten, auf den braunen Wassern des Napo. Der Strom ist bereits so breit, dass die Ufer eine dünne, grüne Linie am Horizont sind. Nach einigen Tagen kommen die Spanier an die Mündung eines Nebenflusses, des Aguarico. Hier, an der heutigen Grenze zwischen Ecuador und Peru, halten sie an und machen Rast. Die einheimischen Indianer sind offen und sympathisch. Und so beschließt Oriana, im Indianerdorf ein Lager aufzuschlagen. Seine Männer brauchen dringend Ruhe und Essen, um wieder zu Kräften zu kommen. Einen ganzen Monat genießen die Spanier die Gastfreundschaft der Imara. Oriana wird klar, dass das Überleben seiner Expedition von zwei Faktoren abhängt, der Seetüchtigkeit des Bootes und der Verständigung mit den Einheimischen. Mit einem Notizheft in der Hand beginnt er die Sprache der Indianer zu lernen. Noch Im Namen des Königs nimmt er das Dorf der Imara in Besitz und predigt den Indianern das Christentum. Doch langsam beginnt ein Umdenken. Der Spanier weiß, dass er und seine Männer den Eingeborenen ihr Leben verdanken und so dämmert ihm, dass Freundlichkeit gegenüber den Fremden die angemessene Haltung ist, wie Carvajal sich ausdrückt. Bevor sie aufbrechen, diskutieren die Männer, ob sie versuchen sollten, eine Botschaft zu Pizarro flussaufwärts zu schicken. Aber kein Freiwilliger findet sich. Das Vorhaben erscheint allen als viel zu gefährlich. Sie sind, so schätzen sie mindestens schon 150 Wegstunden entfernt. Das sind etwa 750 Kilometer. In Wirklichkeit war die Entfernung wohl nur halb so weit. Für die Männer ist klar, sie sind einfach schon zu weit, um noch umkehren zu können. Und so segeln sie wieder los. Am 2. Februar 1542. Zehn Tage später kommt die Expedition zu einem gigantischen Zusammenfluss. Es ist die Vereinigung von Napo und Marañon und ab hier trägt der Strom jetzt fast zwei Kilometer breit den Namen Amazonas. Warum? Weil Oriana hier zum ersten Mal geheimnisvolle Geschichten hört über einen Stamm mit furchteinflößenden Kriegerinnen, ähnlich den Amazonen in der griechischen Mythologie. Es ist eine alte Legende, sogar in der neuen Welt. Kolumbus hatte sie schon erzählt und viele nach ihm. Aber Orianas Männer zweifeln nicht daran, dass diese Geschichten wahr sind. Und Carvajal versichert uns, dass sie weiter flussabwärts im heutigen Brasilien tatsächlich Amazonen getroffen und mit ihnen gekämpft hätten. Ob sie jemals wirklich existierten, ist bis heute ein Rätsel. Aber die Legende gab dem größten Flusssystem der Erde seinen Namen. Wie gigantisch der Strom ist, wissen die Spanier natürlich nicht. Das ist ihr Glück, denn zwischen ihnen und der Mündung des Amazonas liegen 3100 Kilometer. Doch auch wenn sie es wüssten, sie haben gar keine andere Wahl als weiterzufahren in die grüne Wildnis Amazoniens. In der Hoffnung, irgendwann lebend den Atlantik zu erreichen. Was wurde inzwischen aus Gonzalo Pizarro und seinen 200 Männern? Ohne Boot, eingeschlossen im Urwald, dem Verhungern nahe. Nach Orellanas Abfahrt kann Pizarro nur eines tun, weiter marschieren. Untätigkeit wäre fatal. Also kämpfen sich die Spanier weiter flussabwärts entlang des Napo, Kilometer für Kilometer. Etwa 40 schaffen sie, dann sind ihre Kräfte erschöpft. Seit Tagen ernähren sie sich nur noch von Eidechsen, Schlangen und Pflanzenknospen. Pizarro weiß, ohne richtige Nahrung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Sterben beginnt. Da kommt ein rettender Strohhalm oder besser fünf, fünf Indianer-Kanus, verlassen von den Einheimischen Mänen, die aus Angst vor den Weißen in den Wald geflohen sind. Damit schickt Pizarro einen seiner besten Männer, Gonzalo Pineda, los, um etwas Essbares zu finden. Es ist ihre letzte Hoffnung. Pineda paddelt flussabwärts bis zur Mündung des Aguarico. Hier findet er den Platz, wo Orellana gelagert hat. Pineda begreift, Orellana ist entweder tot oder ist weitergefahren. In jedem Fall hat er nichts Essbares gefunden. Verzweiflung ergreift die Männer. Doch dann erinnert sich Pineda an die Aussagen der Führer und beschließt den Aguarico hinauf zu segeln, in der winzigen Hoffnung, dort irgendetwas Nahrhaftes zu finden. Nach zehn Wegstunden, etwa 50 Kilometern, stoßen sie auf Plantagen mit Maniok, der stärkehaltigen Kassave-Knolle, Grundnahrungsmittel für fast alle Mittel- und südamerikanischen Waldindianer. Die Spanier landen, fallen auf die Knie und danken Gott. Sie kochen und essen sich satt, dann beladen sie die Kanus und machen sich auf den Rückweg. In Pizarro's Lager am Napo unterdessen leiden die zurückgebliebenen Höllenqualen, der unaufhörliche Regen, die Mückenplage, das Heulen der hungrigen Hunde, das Stöhnen der Kranken. Das Schlimmste ist der Hunger, schreibt Pizarro. Wir hatten nichts anderes mehr zu essen, als das Leder der Zaumzeuge, kleingeschnitten, gekocht und geröstet, zusammen mit Palmknospen und Fruchtstielen, Kröten und Schlangen, denn wir hatten auf dieser Reise bereits über tausend Hunde und mehr als hundert Pferde geschlachtet. Alle waren wir schwach, viele krank und einige waren schon vor Hunger gestorben. All das für eine Fantasie. El Dorado. Gonzalo Pizarro muss sich spätestens jetzt gefragt haben, wie er so verrückt gewesen sein konnte, die Reichtümer Perus für diese Tortur aufzugeben. Hatte er nicht schon genug gesehen, die goldenen Tempel von Cusco, die letzte Stadt der Inkas in Vilcabamba? Reichten seine Abenteuer nicht für mehr als ein Leben? Nutzlose Fragen. Jetzt ging es nur noch um eins. Das pure Überleben. Irgendwie hier wieder raus. Nach unglaublichen 27 Tagen kommt Pineda ins Lager zurück. Mit den Maniokknollen. Er wird euphorisch empfangen. Pizarros Männer hatten die Hoffnung auf Rettung schon aufgegeben. 18 Tage braucht die Expedition, um die Maniokplantagen zu erreichen. Die Ausgehungerten schlagen sich die Bäuche voll mit verheerenden Folgen. Die Knolle ist giftig, wenn sie nicht sehr gut gekocht wird. Zwei Männer sterben. Vielem wird es so übel, dass sie nicht mehr laufen können. Alle haben geschwollene Bäuche. Neun Tage schaut sich Pizarro das Drama an, dann bläst er zum Aufbruch. Die Kranken werden auf die letzten Pferde gebunden. Dann beginnt der Kampf durch den Dschungel erneut. Pizarro folgt den Windungen des Aguarico-Fluss aufwärts. So viel ist klar. Irgendwann muss der Fluss zurück zu den Anden führen. Mehr als 500 Kilometer hacken sich die Spanier durch den Urwald in Richtung Nordwesten. Und immer noch sind keine Berge in Sicht. Selbst Pizarro beginnt nun den Mut zu verlieren. Er hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Peru scheint unerreichbar zu sein. Die glorreiche Armada für El Dorado ist nur noch einmal haben nichts mehr, außer ihrem Willen zu überleben. Die einseitige Ernährung mit Maniok ließ uns alle an Durchfall erkranken. Der Regen ergoss sich unaufhörlich auf meine zerlumpten Männer. Die meisten barfuß, da ihr Schuhwerk schon längst zerrissen oder aufgegessen war. Wir aßen schließlich alle 80 Pferde, die uns noch geblieben waren und machten aus ihrem Blut eine Suppe, die wir mit Kräutern und Pfeffer würzten und aus unseren Helmen tranken. Wir stießen auf so viele Bäche und Flüsse, dass wir manchmal mehr als ein Dutzend Brücken bauen mussten, um gerade einmal zehn Kilometer voranzukommen. Es gab Tage, da warteten wir kniehoch durch Sümpfe. Manchmal reichte uns das Wasser bis zum Bauch oder sogar noch höher. Endlich! Nach vielen Wochen sehen die Spanier am Horizont die blassblaue Linie der Berge, erkennen die Vulkangipfel vor Kito. Mit unvorstellbarer Willenskraft schleppen sie sich über die Andenpässe. Im Juni 1542, nach 16 Monaten, kehrt die einst so glänzende Expedition nach Kito zurück. Ausgezehrt, zu Skeletten abgemagert, mit Lumpen und Tierhäuten bedeckt, nur noch mit Hilfe von Stöcken aufrecht gehalten, stolpern die Konquistadoren nach Hause. Von den 200, die Orellana nachgewunken hatten, haben 80 überlebt. Fast ein Wunder angesichts der Hölle, durch die sie gegangen sind. Es war zweifelsohne, so notiert Cieza de Leon später, die härteste, entbehrungsreichste Expedition, die jemals in der neuen Welt unternommen worden war. Für Gonzalo Pizarro war sie ein Desaster. Sein Vermögen war verloren, sein Amt als Stadthalter von Kito gestohlen und die Hoffnung auf La Canela und El Dorado, eine Fata Morgana. Und damit nicht genug. Er erfährt, dass Diego de Almagro seinen Bruder Francisco ermordet und die Herrschaft über Peru an sich gerissen hat. Das beispiellose Privatimperium der Pizarros in der neuen Welt, mit Ländereien in Extremadura, Banken in Deutschland und Italien, Silberminen in Bolivien und Besitztümern von Ecuador bis nach Chile beginnt zu bröckeln. Doch Gonzalo Pizarro wäre kein Pizarro, würde er nicht handeln. Er erhebt sich gegen den spanischen Vizekönig und gewinnt die Herrschaft über Peru zurück. Allerdings nicht für lange. 1548 wird er von seinen Feinden in Cusco enthauptet. Er war, darin sind sich die Chronisten einig, der grausamste, charismatischste und mächtigste Kriegsherr seiner Zeit. Zurück zu Orellana und seinen 60 Männern, die im Februar 1542 den Amazonas hinuntertreiben. Die Gegend, die sie durchfahren, ist von Indianern besiedelt, die den Spaniern gegenüber offen und freundlich sind. Orellana findet heraus, dass sie sich im Land der Aparia befinden, einem größeren Zusammenschluss mehrerer Stämme, die über weite Entfernungen Handel treiben und so den Spaniern wertvolle Informationen für ihre Reise flussabwärts geben können. Sie berichten, dass das Gebiet der Aparia sich weitere 400 Kilometer erstreckt, bis zum Königreich der Machiparo, die mit den Aparia verfeindet sind und die Spanier mit Sicherheit angreifen würden. Und jenseits des Reiches der Machiparo läge das Gebiet der Omagua, einer noch viel größeren Stammeskonföderation. Die Neuigkeiten sind beunruhigend. Das Boot der Spanier, San Pedro, getauft, ist zu offen und flach, um gegen ernsthafte Angriffe ausreichend Schutz zu bieten. Orellana befiehlt seinen Männern, die San Pedro umzubauen und ein zweites, größeres Schiff zu zimmern. Die Aparia, offensichtlich fasziniert von den seltsamen Besuchern, versorgen sie mit Holz, Lianen für die Takelage, Gummi zum Abdichten, gewebten Decken für die Segel und Palmblätter für eine Art Kajüte, die die Kranken und das kostbare Schießpulver vor Sonne und Regen schützen soll. Das Schiff ist so konstruiert, dass es ozeantauglich ist, mit neun Ruderbänken für 18 Ruderer. Optimistisch wird es Victoria getauft. Zwei Monate haben die Männer gearbeitet und wurden in dieser Zeit von den Aparia-Frauen großzügig mit Essen versorgt. Mit Geschenken für die Gastgeber verabschieden sich die Spanier, lassen die Kanus zurück und segeln mit beiden Schiffen weiter. Bald kommen sie in das Gebiet der Machiparo, ein außergewöhnlich dicht besiedeltes Gebiet. Siedlung reiht sich an Siedlung. Die größte erstreckt sich über 30 Kilometer. Wie befürchtet werden sie von den Machiparo heftig angegriffen. Carvajal schreibt, Drei Tage und Nächte mussten wir uns verteidigen. An Schlaf war nicht zu denken. Was für Entbehrungen und körperliche Schmerzen erlitten wir? Welch großen Gefahren waren wir ausgesetzt? Ich verlor ein Auge in den Kämpfen und die Wunde plagte mich von da an entsetzlich. Am 12. Mai 1542 erreicht Orellana die Grenze zwischen den Reichen der Machiparo und der Omagua. Zu seiner Überraschung findet er einen bewachten Grenzposten und eine Zollstation. Es ist noch heute die Grenze zwischen Peru und Brasilien. Die Spanier mit blanken Nerven greifen zuerst an und kämpfen sich über die Grenze. Das Land der Omagua beeindruckt die Reisenden. In jedem Dorf, in dem sie Halt machen, finden sie kunstvolle Keramikarbeiten. Darunter riesige 400 Liter fassende Vorratsgefäße, die an Qualität den Meisterstücken aus Europa in nichts nachstehen. Sie sehen auch religiöse Kultgegenstände. Götterstatuen aus Palmblättern mit Silberscheiben auf Armen und Beinen. Auch hier reihen sich die Siedlungen aneinander und zahllose Straßen führen vom Flussufer ins Landesinnere. Zweifellos war das Reich der Omagua in Zentral-Amazonien im sechzehnten Jahrhundert dicht bevölkert. Schätzungsweise mit drei oder vier Millionen Menschen. Heute leben dort nur noch 240.000 und man muss weit ins Hinterland vordringen, um sie zu finden. Was hier in Amazonien passierte seit Orianas Zeit, ist ein Völkermord, so gut wie unbemerkt von der restlichen Welt. Heute erscheinen uns diese Kulturen primitiv. Wir vergessen dabei aber, dass sie nur noch die Überreste dessen sind, wovon Orianer 1542 einen kurzen Blick erhaschen konnten. Je länger sie unterwegs sind, desto mehr staunen die Spanier über die Dimensionen dieses Landes und dieses Stromes. Der Amazonas ist inzwischen so breit, dass das andere Ufer hinter dem Horizont verschwindet. Werfen wir in Gedanken kurz einen Blick auf die Karte. Die Spanier befinden sich jetzt in Luftlinie gemessen, ziemlich genau auf halber Strecke zwischen den beiden Ozeanen, zwischen Pazifik und Atlantik. Ende Mai erreichen sie die Mündung des Pujus und wenig später die Mündung eines noch viel größeren Nebenflusses. Sein Wasser ist tintenschwarz und die Spanier nennen ihn Rio Negro. Die Strömung des Rio Negro ist so stark, dass sich das sedimentreiche dunkle Wasser erst nach 100 Kilometern mit dem Braunen des Amazonas vermischt. Zwei Wochen später passieren die Schiffe den Zufluss eines weiteren Nebenstromes. Er führt gigantische Mengen an Treibholz mit, das regelrecht schwimmende Inseln bildet. Orianer tauft ihn Madeira. Danach ändert sich das Landschaftsbild. Der undurchdringliche Dschungel öffnet sich, Hügel erheben sich, rot seien die Gefällsklippen, säumen die Ufer. Es sind immer noch tausend Kilometer bis zum Meer, aber die Spanier bekommen erste Andeutungen davon, dass sie nicht die ersten Europäer am Unterlauf des Amazonas sind. Die Indianer, die das Gebiet dicht besiedeln, haben von den Verwüstungen gehört, die spanische Expeditionen an der Küste angerichtet hatten. Und sie greifen Orianers Schiffe an. Es sind die schlimmsten Kämpfe, die die Spanier auf ihrer Reise durchstehen müssen. Denn viele der indianischen Pfeile sind vergiftet. Eine Schlacht am 24. Juni bleibt allen im Gedächtnis. Unter den angreifenden Indianern kämpfen ein Dutzend hellhäutige Frauen mit geflochtenem Haar, außerordentlich geschickt mit langen Bogen und Pfeilen mit Kupferspitzen. Es ist möglich, dass diese Frauen Überlebende einer früheren spanischen Expeditionen sind, die ein Schiff mit einer großen Besatzung verloren hatte, darunter auch Frauen. Für die Spanier jedenfalls sind es echte Amazonen. Orianer und seine Männer kommen mit dem Leben davon. Aber sie sind am Ende ihrer Kräfte. So machen sie Halt, um ihre Wunden zu versorgen, die Boote zu reparieren und sich mit Frischfleisch zu stärken. Auf dem Speiseplan stehen jetzt Reier, Leguane, Affen, Faultiere und Fische. Sie lagern nahe der Mündung des Tapachos. Und hier bemerken sie zum ersten Mal die regelmäßige Veränderung des Wasserspiegels. Es sind die Gehzeiten des Atlantiks. Erstaunliche 800 Kilometer entfernt. Mit neuer Hoffnung segeln sie weiter. Und schließlich, sechs Monate nach ihrem Abschied von Pizarros Gruppe, erreichen sie das Labyrinth des riesigen Mündungsgebietes des Amazonas. Das Meer ist nun nicht mehr weit. Sie haben es geschafft, den gigantischen Strom hinunter zu fahren. Aber was nun? Wie können sie die Heimat wieder erreichen? Orianers Hoffnungen richten sich auf die nächstgelegenen spanischen Kolonien in der Karibik, in der Nähe von Trinidad, eine Strecke von 1900 Kilometern übers offene Meer. San Pedro fällt auseinander und die Segel beider Schiffe sind nur noch Fetzen. Auf einer Insel finden sie eine Stelle, wo sie die Boote an Land ziehen können. Zwei Wochen lang schuften die Männer, um mit dem wenigen Material, das sie zur Verfügung haben, und ihrem Improvisationstalent die beiden Schiffe hochseetauglich zu machen. Am 26. August, nach acht Monaten auf dem Amazonas, segeln Orianer und seine Expedition aufs offene Meer hinaus. Ohne Kompass, ohne Navigationskenntnis, ohne Segelerfahrung. Nach drei Tagen kommen sie in ein Unwetter. Die beiden Schiffe werden getrennt. Beide Mannschaften sind überzeugt, dass die andere ums Leben gekommen ist. Aber Poseidon ist ihnen wohlgesonnen. Am 9. September 1542 erreicht die San Pedro den Hafen von Cubagua, einer kleinen Insel vor der Küste des heutigen Venezuela. Zwei Tage später läuft die Viktoria ein. 47 der ursprünglich 57 Männer haben die Höllenfahrt lebend überstanden. Es war, sagte einer von ihnen, weniger eine Reise als schlichtweg ein Wunder. Francisco de Orellana hat als erster Europäer den Amazonas vom Quellgebiet bis zur Mündung befahren und dabei eine Entfernung von rund 5000 Kilometern zurückgelegt. Eine unglaubliche Leistung. Ein Triumph an menschlicher Willenskraft. Als Held wird er jedoch keineswegs gefeiert, als er nach Spanien in seine Heimatstadt Trujillo zurückkehrt. Schätze hat er keine mitgebracht. Weder Zimt noch Gold. Und Amazonien, Urwälder und Wasser in unvorstellbaren Dimensionen erscheint nicht sehr verlockend für eine Kolonisation. Zudem liegt die Mündung des Amazonas auf dem Einflussgebiet Portugals, also jenseits der Demarkationslinie, die der Papst 1494 im Vertrag von Tordesillas zur Abgrenzung der spanischen und portugiesischen Hoheitsgebiete gezogen hatte. Welchen Nutzen hatte Amazonas damit für Spanien? Zudem muss Orellana sich auch noch mit den Vorwürfen Gonzalo Pizarro auseinandersetzen, der ihn in seinem Bericht an den König als Deserteur und Verräter gebranntmarkt hatte. Zum Glück ist Pizarro in Peru mehr als beschäftigt. Und so gelingt es Orellana mit der Zeit, die Vorwürfe zu entkräften. Aber sein Ruf ist angekratzt. Drei Jahre später bricht er wieder auf. Mit 400 Männern und dem Titel eines Stadthalters des Amazonas. Diese Expedition endet als Albtraum. Im Labyrinth des Mündungsdeltas kann Orellana den Hauptarm nicht finden. Elf Monate irrt er herum, verliert fast seine gesamte Mannschaft und stirbt am Ende auf einer Insel, einsam und allein. Was zog ihn noch einmal zurück zu seinem Fluss? Die Legende von El Dorado? Das Bedürfnis, nicht nur Entdecker zu sein, sondern den Ruhm eines Eroberers zu ernten? Persönlich erreichte Orellana dieses Ziel nicht. Seine Odyssee jedoch war der Beginn der Eroberung Amazoniens durch die Europäer. Händler, Goldsucher, Bauern und Missionare strömten ins Land. Und für die Naturvölker begann der Kampf ums Überleben. Öl- und Holzindustrie entdeckten die Ressourcen und begannen, den Regenwald des Amazonasbeckens in beängstigendem Tempo zu vernichten. Die grüne Lunge unseres Planeten schrumpft. Und heute ist es die ganze Menschheit, die um ihr langfristiges Überleben bangen muss. Gold hatte Francisco de Orellana in Amazonien nicht gefunden. Dafür unermessliche Schätze der Natur. Ein grünes El Dorado. Karteff und Pizarro. Das sind die beiden berühmten Namen, die wir mit der Conquista, der Eroberung der neuen Welt verbinden. Zu ihrem Ruhm kamen sie, weil sie das zweifelhafte Privileg hatten, die beiden Hochkulturen Amerikas, die Reiche der Azteken und der Inkas zu erobern, auszuplündern und zu zerstören. Diesen Ruhm haben andere Konquistadoren nicht geerntet. Das heißt nicht, dass sie weniger goldgierig und machtsüchtig oder, wie das Beispiel von Orellana zeigt, weniger heldenhaft und ausdauernd waren. Von den vielen Spaniern, die auszogen und ins Unbekannte vorstießen, gelang es einer ganzen Reihe, ihren Namen in das Geschichtsbuch jener Zeit zu schreiben. Ponce de Leon kolonisierte Puerto Rico und entdeckte 1513 Florida, das er damals noch für eine Insel hielt. Als er acht Jahre später zurückkehrte, wurde er im Kampf mit den Indianern tödlich verwundet. 1519 erforschte und kartografierte Alonso Alvarez de Pineda die Nordküste des Golfes von Mexiko mit den Mündungen des Mississippi und des Rio Grande. Juan Diaz de Solis erreichte 1516 die Mündung des Rio de la Plata im heutigen Argentinien, fand allerdings ein grausames Ende. Vor den Augen seiner Männer wurde er von den Indianern getötet und verspeist. Der Strom wurde zehn Jahre später von Sebastiano Caboto im spanischen Auftrag weiter erforscht. 1535 gründete Pedro de Mendoza dort Buenos Aires. Sein Stellvertreter, Juan de Ayolas, versuchte einen Landweg nach Peru zu finden und drang weit nach Paraguay vor. Pedro de Alvarado unterwarf 1524 Guatemala und El Salvador. Lucas Vazquez de Aillon versuchte 1526 eine Kolonie im heutigen Georgia zu gründen, scheiterte aber und 40 Jahre verstrichen, bevor die Spanier einen erneuten Siedlungsversuch in der Gegend wagten. 1535 bis 1537 gelangte Diego de Almagro, Pizarros Cumpan und späterer Feind nach Chile. Unterworfen wurde das Land dann von Pedro de Valdivia, der Santiago de Chile gründete. Etwa zur gleichen Zeit eroberte Sebastián de Benalcazar von Peru aus den Norden des Inka-Reiches das heutige Ecuador. In den Jahren danach unterwarf Jiménez de Quesada die Reiche der Muisca im heutigen Kolumbien und gründete Bogotá. Auf der Suche nach El Dorado trafen sich dort Benalcazar, Quesada und der deutsche Nicolaus Federmann, der im Auftrag der Welser Venezuela in Besitz genommen hatte. Hernando de Soto, Veteran der Inka-Kriege, landete 1539 in Florida, kämpfte sich weit ins Landesinnere bis zu den Appalatschen und erreichte den Mississippi, wo er an Fieber starb. Seine Männer wurden von Luis de Moscoso mit Mühe und Not zurück nach Mexiko geführt. Zur selben Zeit erforschte Francisco de Ulloa, finanziert von Cortez, den Golf von Kalifornien und fand heraus, dass die Baja California keine Insel, sondern eine Halbinsel ist. Zwei Jahre später segelte Juan Rodríguez Cabrillo, ein Portugiese in spanischen Diensten entlang der kalifornischen Küste nach Norden. Er kam auf der Fahrt um, aber sein Kapitän Bartolomé Farelo schaffte es bis zur Küste des heutigen US-Bundesstaates Oregon. 1540 lockten Gerüchte von Gold- und Silberstädten Francisco Vázquez de Coronado von Mexiko aus nach Norden in die Indianergebiete der Apachen, Navajo und Sunni in Arizona und New Mexico. Er drang bis in die großen Ebenen des mittleren Westens vor und staunte über die riesigen Herden wilder Kühe, also über die Büffelherden. Gold fand er nicht. Dafür wurde einem Teil seiner Expedition die Ehre zuteil, als erste Europäer in den Grand Canyon hinunterzublicken. Coronados Route kreuzt sich mit der eines anderen Spaniers, der 1528 bis 1536 Mexiko durchquerte. Wie alle Unternehmungen jener Zeit ist es eine lange und entbehrungsreiche Reise. Aber diese Geschichte unterscheidet sich wesentlich von denen der anderen Konquistadoren. Und ihr Protagonist ist ein Held von ganz anderem Format, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Seine außergewöhnliche Geschichte, aufgeschrieben von ihm selbst, machte im 16. Jahrhundert wenig Eindruck. Für uns heute aber ist sie eine der interessantesten Geschichten der Konquister. Es ist eine Parabel über den Eroberer, der auf die Seite der Eroberten wechselt, über den zivilisierten Spanier, der zum nackten Naturmenschen wird. Eine Parabel über die Begegnung zwischen dem Europäer und dem Indianer, zwischen sich und dem anderen. April 1528. An der Ostküste Floridas landet eine Flotte mit 400 Konquistadoren unter der Führung von Panfilo de Narvaez. Sie kommen, um das Land für die spanische Krone in Besitz zu nehmen und das Wunder von Mexiko zu wiederholen. Sie suchen Gold. Ihr Schatzmeister ist Cabeza de Vaca, ein junger spanischer Adliger, der schnell erkennt, dass Narvaez ebenso arrogant wie inkompetent ist. Narvaez schickt hundert Männer in den Schiffen entlang der Küste nach Norden, während er mit dem Großteil der Expedition den Landweg nimmt. Eine fatale Entscheidung. La Florida, das Land der Blumen, wie es von den Spaniern genannt worden war, erweist sich alles andere als blühend. Ein Sumpf nach dem anderen, drückende Hitze, Mücken, giftige Schlangen. Die Expedition kommt so langsam voran, dass sie den Treffpunkt mit der Gruppe auf den Schiffen verpasst. Dieser hält die Expedition für verschollen und kehrt zurück nach Kuba. Narvaez und die 300 Männer, darunter auch Cabeza de Vaca, müssen sich unter großen Qualen weiter durch die sumpfige, feuchtheiße Wildnis Floridas kämpfen. Unvorstellbare 700 Kilometer schaffen sie. Dann sind sie so erschöpft, krank und demoralisiert, dass Narvaez nur noch einen Ausweg sieht, übers Meer nach Mexiko. Bei Tallahassee marschiert er zur Küste und lässt fünf Boote bauen. Ende September stechen sie mit Kurs nach Südwesten in See, in notdürftig zusammengezimmerten Schaluppen ohne Karten und Instrumente und ohne Chance gegen die heftigen Nordwinde. Ein Unwetter trennt die Boote. Und mehr als 200 Konquistadoren, darunter auch Narvaez selbst, werden niemals wiedergesehen. Die Überlebenden werden von starken Strömungen westwärts getragen, vorbei am Mississippi-Delta. Wochenlang treiben die Männer ohne Orientierung auf dem Meer, essen verrottete Maiskörner, trinken Meerwasser und warten auf den Tod. Doch eines Nachts. Es ist der 6. November 1528. Hören Sie das Donnern sich brechender Wellen. Es ist eine Insel vor der Küste des heutigen Texas, Galveston Island. In der starken Brandung verlieren sie die Boote, mindestens 20 Männer ertrinken, aber der Rest erreicht den rettenden Strand. Wir entkamen der Brandung mit nichts mehr als unserem nackten Leben. Alles hatten wir verloren. Wir schlotterten vor Kälte und wir waren so abgemagert, dass man sämtliche Knochen an unseren Leibern zählen konnte. Wir sahen aus wie Gespenster. Und als der Nordwind erwarmungslos zu blasen begann, waren wir mehr tot als lebendig. Aber dann gelang es uns, ein Feuer zu machen. Und wir weinten angesichts unseres Schicksals und das unserer Kameraden. Als der Morgen dämmerte, kamen Indianer. Und als sie sahen, in welch schlimmer Lage wir uns befanden und unser tiefes Elend begriffen, da setzten sie sich zu uns und schluchzten mit uns aus Trauer und Mitleid. Der Anblick dieser unzivilisierten, wilden Menschen, die so mit uns fühlten, ließ uns unsere Trauer noch schmerzlicher empfinden. Und wir begannen, die ganze Trachtweite unseres Unglücks zu begreifen. Der Erzähler ist Cabeza de Vaca. Und die Szene am Strand ist der Beginn seiner langen Odyssee, die acht Jahre später an der Küste des Pazifik enden wird. Die Schiffbrüchigen versuchen auf der Insel zu überleben. Aber die Winterstürme sind so fürchterlich, dass die Männer einer nach dem anderen verhungern. Einige sind am Ende so verzweifelt, dass sie das Fleisch ihrer toten Kameraden essen. Es ist eines der wenigen Male, dass Kannibalismus unter den christlichen Spaniern zugegeben wird. Interessant ist, dass Cabeza de Vaca auch über die Reaktion der Indianer schreibt. Die Indianer waren so entrüstet und entsetzt darüber, dass ich sicher bin, sie hätten die Männer getötet, wenn sie dabei gewesen wären. Und wir alle hätten um unser Leben fürchten müssen. Sie wären eher gestorben, als ein anderes menschliches Wesen zu essen. Dieses Zitat ist typisch für Cabeza de Vacas Art, die Dinge zu sehen und festzuhalten. Er gibt den Indianern Platz, ihre Werte darzustellen und die der Spanier zu kommentieren. Die von den Europäern pauschal als Wilde, als Barbaren oder auch als Kannibalen verfilmten Bewohner der neuen Welt geben Cabeza de Vaca seine ersten Lektionen. Sie fühlen mit den Fremden, trauern mit ihnen. Und sie sind bereit, das Wenige, das sie zum Essen haben, mit ihnen zu teilen. Cabeza de Vaca sieht seine Überlebenschance. Er schließt sich den Indianern an. Es ist eine Gruppe von vier, fünfhundert Menschen. Sie sind, so schreibt er, groß und gut aussehend, geschickte Sammler sowie Jäger mit Pfeil und Bogen. Er berichtet von ihren Sitten und Traditionen, ihren Werten und ihren Einstellungen. Von allen Völkern der Erde lieben sie ihre Kinder am meisten und behandeln sie am besten. Wenn sie ein Kind verlieren, weint der ganze Stamm und das Trauern dauert ein ganzes Jahr. Auch die Frauen beobachtet er genau, ihre Arbeit, ihre Kleidung, ihre Gewohnheiten. Und über Hochzeit und Ehe schreibt er so viel, dass die Vermutung nahe liegt, dass Cabeza de Vaca eine indianische Frau gehabt hat, die er dem Publikum in Europa jedoch verschweigt. Wer waren diese Menschen? Heute gibt es keine Indianer mehr an der Küste von Texas. Sie verschwanden im frühen neunzehnten Jahrhundert, ausgerottet von Krankheiten und Misshandlungen. Sie gehörten, so ergaben die Forschungen, zum Stamm der Karankawa. Cabeza de Vaca beginnt, die Sprache der Indianer zu lernen und sich ihrem Lebensrhythmus anzupassen. Auf der Insel leben sie nur im Winter, in einfachen Hütten mit Reetgrasdächern und ernähren sich hauptsächlich von Austern und Fischen. Zu Beginn des Frühlings überqueren sie in ihren Kanus die Lagune, ziehen ins Hinterland und leben von Früchten, Nüssen und Wildtieren. Ihre Kunstgegenstände sind Glasperlen, Schmuck aus Muscheln, Knochen und Haifischzähnen. Eine Kultur, die von der höfischen Pracht in Cusco oder Tenochtitlan Welten entfernt ist, ebenso von der eines spanischen Adligen. Aber, so schreibt Cabeza de Vaca, sie sind großzügig und teilen alles, was sie haben, mit anderen. Bei den Karankawa-Indianern beginnt Cabeza de Vacas innere Reise, ein Prozess, in dem er allmählich lernt, die Welt mit den Augen eines Indianers zu sehen. Eine der faszinierendsten Erfahrungen, einen Schlüsselmoment in seiner Entwicklung beschreibt Cabeza de Vaca genau. Es war auf dieser Insel, als sie versuchten, mich zu einem Medizinmann zu machen, ohne mich zu befragen oder meine Befähigung zu prüfen. Sie heilen, indem sie auf die kranke Person blasen und die Hände bewegen, und damit treiben sie die Krankheit aus. Sie befahlen mir, dasselbe zu tun und mich nützlich zu machen. Ich lachte, als wäre es ein Witz und sagte ihnen, ich könnte nicht heilen. Daraufhin gaben sie mir nichts mehr zu essen, bis ich tat, wie sie mir gesagt hatten. Ein Indianer sagte mir, dass Steine und Pflanzen heilende Kräfte hätten, und er mit einem heißen Stein, den er über den Bauch eines Patienten halte, den Schmerz wegnehmen könne. Und ich, der ich von so lobler Herkunft sei, hätte doch sicherlich größere Fähigkeiten und Kräfte als diese. So begann ich zu heilen. Ich schlug das Kreuz über den Patienten, blies und sprach das Vater unser und ein Ave Maria. Dann betete ich, so gut ich konnte, zu Gott, unserem Herrn, und bat sie, gesund zu machen. Und Gott erhörte mein Gebet. Und all die, für die ich gebetet hatte, standen auf und erklärten, sie seien Wohlauf und gesund. Diese Heilungen sind die ersten von vielen, die Cabeta de Baca in seinem Bericht beschreibt. Sie werden Jahre später unabhängig von mehreren indianischen Zeugen gegenüber spanischen Expeditionen bestätigt. Für die Indianer, und das gilt im Wesentlichen auch noch heute, ist die geistige, unsichtbare Welt genauso real wie die der greifbaren Materie. Das spirituelle Leben ist das wirkliche Leben, das die grobstoffliche Welt durchdringt und bestimmt. Für sie ist es ganz natürlich, dass eine feinfühlige Person wie Cabeta de Baca heilen kann. Der Spanier, zu Beginn noch ungläubig, was seine eigenen Heilkräfte betrifft, greift auf die Gebete seiner christlichen Religion zurück. Es ist der Beginn einer ungewöhnlichen und sehr befruchtenden Vermischung von christlichen und schamanistischen Traditionen in Mittelamerika. Cabeta de Baca versucht, sich mit seinem neuen Leben unter den Indianern abzufinden. Es ist hart und mühevoll. Für die Gastfreundschaft, die er erfährt, muss der Fremde arbeiten wie ein Sklave. Eineinhalb Jahre hält er es bei den Karankawa aus, dann verlässt er die Insel und wandert ins Landesinnere. Dort lebt ein anderer Indianerstamm, die Coahuilteken. Auch ihr Leben ist hart, aber sie behandeln ihn besser, und so bleibt er bei ihnen. Er findet einen Platz in ihrer Gesellschaft als Händler, und seine Reisen führen ihn auf uralten Pfaden entlang der Flüsse weit ins Landesinnere zu anderen Stammesgruppen. Die Coahuilteken sind Halbnomaden, außergewöhnlich zähe und genügsame Sammler. Sie leben hauptsächlich von Kaktusfrüchten, Reptilien und Insekten. Von Landwirtschaft und Töpferei verstehen sie wenig. Trotz des Halbwüstenklimas sind sie vollkommen nackt. Cabeta de Baca beschreibt viele ihrer Sitten, darunter die Zubereitung der Meskitebohne und des Peyote-Pilzes als Rauschmittel für ihre heiligen Zeremonien. Wie die Karankawa verschwinden die Coahuilteken am Ende des 18. Jahrhunderts. Man hielt sie für ausgerottet. Aber in jüngster Zeit haben sich kleine Indianergruppen in Texas gesammelt, die sich als Nachkommen der Coahuilteken bezeichnen. Fünf Jahre lebt und arbeitet Cabeta de Baca mit seinen indianischen Freunden. Er hat gelernt, was es heißt, Indianer zu sein, der Andere. Hat er noch Hoffnung, wieder in seine alte Welt zurückzukehren? Will er es überhaupt noch? An einem Tag im Frühling bekommt er eine Nachricht, die sein Leben verändert. Drei Kameraden der Expedition haben das Unwetter überlebt und leben nicht weit entfernt an der Küste. Sie treffen sich. Es sind zwei Spanier, Dorantes und Castillo, und Estevanico, ein schwarzer Sklave aus Marokko. Ein bewegender Augenblick für Cabeta de Baca. Mehr als fünf Jahre lang hatte er allein, abgeschnitten von allen Kontakten zur Außenwelt, in der kleinen Welt der Coahuilteken verbracht. Wahrscheinlich hat er seit Jahren kein Wort Spanisch gesprochen. Vielleicht hat er sogar schon aufgehört, in Spanisch zu denken. Zusammenfassen die vier Männer den Plan, nach Mexiko zu gehen, zurück in die spanische Welt. Ihr Ziel ist Panuco, eine von Cortez gegründete Stadt nahe an der Golfküste Mexikos. Wie weit es bis dahin ist, fast 900 Kilometer, das wissen sie nicht. Im Frühjahr 1535 verabschiedet sich Cabeta de Baca von seinem Stamm und beginnt mit den drei Kameraden den langen Marsch nach Süden, entlang der Küste. Am Rio Grande, heute der Grenzfluss zwischen den USA und Mexiko, müssen sie landeinwärts, sofort, dorthin, wo der 250 Meter breite Strom gefahrlos überquert werden kann. Dann folgen sie den alten Indianerpfaden westwärts, bis sich ihnen eine wild zerklüftete Gebirgskette mit Gipfeln bis zu 4000 Metern in den Weg stellt, die östliche Sierra Madre. Sie müssen entweder nach Nordwesten, ins Landesinnere, oder nach Süden zur Golfküste, Richtung Panuco. Aber die Einheimischen raten, ihnen dringend davon ab. In dem Gebiet, das sie durchqueren müssten, seien die Indianerstämme Weißen gegenüber so feindlich gesonnen, dass sie es mit Sicherheit nicht lebend bis zum spanischen Territorium schaffen würden. Die Spanier müssen nicht mühsam überzeugt werden. Sie schlagen den Weg nach Nordwesten ein, in der Hoffnung, es bis zum Pazifik zu schaffen und von dort nach Mexiko-Stadt zurückzukommen. Es wird ein Marsch von über 3200 Kilometern. Monatelang marschieren Cabeza de Waca und seine drei Freunde durch die Halbwüste des mexikanischen Nordens. Für die einheimischen Indianer sind sie eine Riesenattraktion. Diese wertigen Fremden sprechen indianische Sprachen, halten jegliche Entbehrungen und Strapazen aus und scheinen über besondere Kräfte zu verfügen, mit denen sie unglaubliche Heilungen vollziehen. Fast ständig werden die vier von hunderten von Indianern begleitet, die um ihren Segen bitten. Die Route von Cabeza de Waca lässt sich heute nur ungefähr nachvollziehen. In der Gegend der großen Biegung überqueren die Spanier wieder einen großen Fluss. Es muss der Rio Grande sein und benutzen dann höchstwahrscheinlich die uralte prähistorische Route nach Süden, den großen Comanschen Pfad. Auf diesem Weg überqueren sie den Rio Grande zum dritten Mal. Die Furt wird noch auf den US-Militärkarten des 19. Jahrhunderts Grand Indian Crossing genannt. Sicher ist, dass Cabeza de Waca in Ochinaga war, wo der Conchos in den Rio Grande mündet. Später, 1582, kam hier eine Expedition unter dem Spanier Antonio de Espejo auf der Suche nach den legendären sieben Städten von Cibola, den geheimnisvollen Goldstädten, durch. Sie fanden nur fünf armselige Pueblos. Diese werden auch schon von Cabeza de Waca erwähnt. Die Indianer gaben Espejo in Zeichensprache zu verstehen, dass hier vor dreißig Jahren vier Fremde vorbeigekommen waren, drei weiße und ein schwarzer Mann, und sie hätten Kranke geheilt und sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Cabeza de Waca, der erste Corandero, der christliche und indianische Elemente vermischt und so die erste Brücke baut zwischen den Kulturen, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Weltsichten. Wie sinnfällig, dass seine Route entlang der heutigen Grenze zwischen Mexiko und den USA verläuft, einer Grenze, die die westliche Welt Nordamerikas von der indianischen Welt Lateinamerikas trennt. Wo immer Cabeza de Waca und seine drei Begleiter auftauchen, werden sie als große Heiler empfangen. Eine Tatsache, die es heute ermöglicht, Stationen ihrer Route zu identifizieren. Der nächste Augenzeugenbericht kommt aus dem Hochland der westlichen Sierra Madre. Eine spanische Expedition unter Ibarra kreuzt 1565 den Shell Trail, einen uralten Handelsweg vom Pazifik nach Arizona und New Mexico, auf dem Muscheln und andere Kostbarkeiten gehandelt wurden. Die Indianer dort, so berichtet Ibarra, erzählten ihm begeistert über Cabeza de Wacas Besuch. Er habe Todkranke geheilt und es regnen lassen. Der Eindruck, den Don Alvar bei den Einheimischen hinterlässt, ist so groß, dass noch mehr als hundert Jahre später Berichte über seine Heilungen niedergeschrieben werden. Inzwischen haben die Spanier mehr als 1400 Kilometer zurückgelegt. Alles zu Fuß. Barfuß natürlich. Wie mögen sie ausgesehen haben. Sonnenverbrannt, die langen Bärte verfilzt, mit Tierhäuten notdürftig bekleidet und dünn wie Bohnenstangen. Seit Monaten ernähren sie sich von Würmern und Spinnen. Sie leben, wie es die Menschen hier seit tausenden von Jahren getan haben. Ihre Ausdauer und Zähigkeit, ihre Fähigkeit, extreme Entbehrungen auf sich zu nehmen, ist beeindruckend. Cabeza de Waca schreibt, Wir waren so daran gewöhnt zu leiden, so abgehärtet, dass wir keine Erschöpfung mehr spürten. Im Dezember 1535 kommen die Männer hinunter zur Pazifikküste und wenden sich nach Süden. Die Route entlang der Küste wurde schon von mehreren spanischen Expeditionen benutzt, und bald werden die Spuren der Europäer sichtbar. Abgebrannte, verlassene Dörfer, verstörte, angsterfüllte Menschen. Auf Cabeza de Waca wartet eine Begegnung mit seinem alten Selbst. Am Sinaloa-Fluss trifft er auf eine Gruppe bewaffneter Spanier. Es ist eine denkwürdige Begegnung. Vier Konquistadoren in voller Montur blicken auf eine seltsame Gestalt mit europäischen Gesichtszügen, ausgemergelt und halbnackt, umringt von einem Schwarzen und einer Gruppe Indianer. Als es dämmerte, trafen wir vier Christen zu Pferd. Mein Anblick und die Tatsache, dass ich in Begleitung von Indianern war, versetzte sie in großes Staunen. Sie starrten mich eine ganze Weile an, vor Überraschung unfähig Worte zu finden und mich zu befragen. Ich sprach zuerst und fragte nach ihrem Führer. Die Spanier sind Sklavenhändler, die bereits die gesamte Bevölkerung der Gegend in ihre Gewalt gebracht haben. Und sie haben es auch auf die mehr als hundert Indianer abgesehen, die Cabeza de Waca begleiten. Ein gefährlicher Augenblick. Trotz der Angst, von den Verbrechern getötet zu werden, ergreift Dörfer sofort Partei für seine indianischen Freunde und versucht, die Spanier dazu zu bewegen, ihre Menschenjagd aufzugeben. Die Konquistadoren jedoch erklären den Indianern, dass sie ihnen, den wahren Herren, gehorchen müssten und dass die vier Schiffbrüchigen, unglückliche Feiglinge der gleichen Rasse angehörten wie sie selbst. Aber die Indianer können nicht glauben, dass Cabeza de Waca und seine Freunde aus dem gleichen Land wie die Menschenjäger stammen. Sie sagten, die Christen lügen. Denn wir waren von dort gekommen, wo die Sonne aufgeht. Jene, wo die Sonne untergeht. Wir heilten die Kranken. Die anderen töteten die Gesunden. Wir gingen nackt. Die anderen waren fein gekleidet und bewaffnet zu Pferd. Und wir gaben alles weiter, was wir erhielten, während die anderen ganz offensichtlich nur ein Ziel hatten, nämlich zu stehlen, was sie fanden. Das war die Antwort, die die Indianer den Christen gaben. Ein wunderbarer, ein seltener Moment in der Geschichte der Konquista. Ein Volk ohne Stimme spricht und seine Worte haben heute nichts von ihrer Kraft und von ihrer Wahrheit verloren. Interessant ist, dass Cabeza de Waca die Sklavenhändler nicht Spanier nennt, sondern Christen. Ist er hier ironisch? Obwohl Cabeza de Waca an anderen Stellen seines Berichtes betont, dass er seinen christlichen Glauben keinesfalls verloren hat, fühlt er sich doch offenbar nicht mehr zu dieser Art von Christen zugehörig, die mit dem Kreuz in der Hand andere Völker unter Jochen berauben und zwangsmissionieren. Er habe, so schreibt er, den Indianern niemals gesagt, dass er derselben Rasse angehöre wie die Christen. Cabeza de Waca hat einen Punkt erreicht, wo die konventionellen Kategorien zu verschwimmen beginnen, die die Menschheit trennen, in Gruppen von verschiedenen Religionen, Rassen und Kulturen. Cabeza de Waca ringt den spanischen Sklavenhändlern das Versprechen ab, die Indianer unbehelligt ziehen zu lassen. Was diese später nicht halten und überzeugt, seine indianischen Freunde in ihre Dörfer zurückzukehren. Ein trauriger Abschied. Einige hatten ihn ein langes Stück seiner Reise begleitet. Aber Cabeza de Waca und seine Kameraden sind entschlossen, wieder in ihre alte Welt einzutauchen, die sie acht Jahre zuvor verlassen hatten. Sie ist nicht mehr weit, etwa 150 Kilometer Richtung Süden nahe der Küste. Die kleine spanische Stadt San Miguel, Zuliacan, einige Jahre zuvor gegründet. Die Nachricht ihrer fantastischen Rettung breitet sich wie ein Lauffeuer unter den Siedlern aus, und der Bürgermeister von Zuliacan kommt ihnen entgegen und empfängt sie herzlich. Ihre Odyssee ist zu Ende, ihre Reise noch nicht. Drei Monate ruhen sich die Heimkehrer in Zuliacan aus, dann ziehen sie weiter nach Compostela, einem spanischen Städtchen etwa 500 Kilometer weiter südlich. Der Stadthalter von Compostela empfing uns freundlich und gab uns Kleider aus seinem persönlichen Besitz. Aber wir brauchten Tage, bis wir uns an sie gewöhnt hatten. Schlafen konnten wir nur auf dem Boden. Im Juni 1536 erreichen Cabeza de Waca, Dorantes, Castillo und Estevanico Mexiko statt, wo sie vom spanischen Vizekönig höchstpersönlich Hernando Cortez empfangen werden. Ihm erzählen sie ihre ganze Geschichte. Vielleicht kommt Cabeza de Waca hier die Idee, seine Erlebnisse und Erfahrungen aufzuschreiben. Über Kuba kehrt er 1538 nach Spanien zurück. Eine erste fehlerhafte Version seines Reiseberichts wird 1552 veröffentlicht. Die von ihm korrigierte und autorisierte Ausgabe erscheint drei Jahre später. Cabeza de Wacas Geschichte handelt weder von Eroberung und Untergang einer ganzen Zivilisation, noch von epochemachenden Entdeckungen wie die Geschichten von Cortez, Pizarro und Orellana. Es ist eine kleine Geschichte von der Reise eines Menschen durch ein unbekanntes Land. Eine kleine Geschichte, die doch zugleich sehr groß ist. Eine Geschichte über Veränderung, über persönliche Reifung und seelisches Wachstum. Ihre Bedeutung bekommt sie, weil ihr Protagonist mit einer der zentralen Fragen jeder Gesellschaft, jeder Zivilisation konfrontiert ist. Wie sehen wir die anderen, die Fremden? Als grundverschieden, befremdlich und bedrohlich oder als Spiegelbild unserer selbst, als Mitmenschen, für die wir Verantwortung und Mitgefühl empfinden. Cabeza de Wacas Reise hat für uns heute noch an Kraft gewonnen, da wir die langfristigen Auswirkungen der Conquista kennen. Letztlich müssen wir alle diese innere Reise machen, als Individuen und als Gesellschaft, wenn wir von uns wirklich sagen wollen, wir sind sie. Was wurde aus Cabeza de Waca? Sein späteres Leben ist problematisch und tragisch. Sein Buch wurde nur von wenigen gelesen. Für einige war es eine Abenteuergeschichte à la Robinson Crusoe, für andere eine Informationsquelle über die neue Welt, das Landesinnere Nordamerikas und besonders Floridas. Hernando de Soto holte sich bei Cabeza de Waca wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Landes, bevor er in Florida einfiel. Ein dreijähriger Eroberungszug, in dessen Folge die indianische Bevölkerung des gesamten Südostens der USA bis auf einen lächerlichen Rest dezimiert wurde. Cabeza de Waca teilte sein Wissen mit dem Conquistador. Das heißt, dass er nicht gegen die Geisteshaltung des Zeitalters ankämpfte. Er stellte das Recht der Europäer, die neue Welt zu beherrschen, niemals in Frage. Er wollte nur, dass es eine gute, eine gerechte Herrschaft war. Deshalb hielt es ihn nicht lange in Spanien. Er wollte zurück, mit der Erlaubnis, einen Teil der neuen Welt zu regieren, nach seiner Überzeugung. 1540 bekommt er endlich von König Karl V. den Auftrag für ein weiteres amerikanisches Abenteuer. Aber nicht in Nordamerika, dort hat schon de Soto seine Lizenz zum Töten, sondern im Süden, in Paraguay. Mit seinen noblen Absichten macht er sich schon Feinde, bevor er mit dem Titel eines Stadthalters absegelt. Paraguay ist in den Händen einiger weniger Siedlerfamilien, die Cabeza de Wacas Amtsvorgänger ermorden ließen, um weiterhin das Land und die Menschen unkontrolliert ausbeuten und ausplündern zu können. Cabeza de Waca versucht, Misshandlungen und Übergriffe gegenüber den Indianern einzudämmen, die Siedler zurückzupfeifen, Recht und Ordnung herzustellen und die Steuern für die Krone einzutreiben. All das, vor allem seine Ablehnung der Sklaverei machen ihn alles andere als beliebt. Zudem scheint er nicht die Persönlichkeit zu sein, um ein politisches und verwaltungstechnisches Chaos zu meistern und im wilden Westen Paraguays aufzuräumen. Überraschend ist, dass er nach acht Jahren als nackter Naturmensch immer noch für die Legenden von versunkenen Goldschätzen empfänglich ist, die so viele seiner Zeitgenossen und Landsmänner in die neue Welt treiben. Er führt eine Expedition in die Wildnis Paraguays, die seinen Ruf ankratzt und seine Gesundheit schwer schädigt. Nach drei schlimmen Jahren wird er von den aufständischen Siedlern abgesetzt, gefangen genommen und schließlich nach Spanien zurückgeschickt. Erniedrigt kommt er nach Hause. Aber das Desaster ist noch nicht zu Ende. Seine Schuldenlast ruiniert ihn finanziell und seine Feinde aus Paraguay verklagen ihn wegen Raub und Veruntreuung. Die Prozesse ziehen sich über fünf lange Jahre hin. Am Ende verliert er alle seine Titel und darf nicht mehr in die neue Welt zurückgehen. Seine Rechtsvertretung hat die Dokumente der Anklage nie gesehen. Aber seine Karriere ist beendet, sein Ruf ruiniert. Bankrott, verarmt und schwer krank zieht er sich 1551 nach Valladolid zurück, redigiert seine früheren Abenteuer und schreibt seine üblen Jahre in Paraguay auf, wohl vor allem um sich vor der Nachwelt zu rechtfertigen. Er stirbt als ein armer Mann, ein Opfer seiner Fehler und seiner Feinde. Was er in den acht Jahren in der Wildnis über das Leben erfahren hat, hat ihn offensichtlich nicht dafür qualifiziert, in seiner Zeit Erfolg zu haben. Cabeta de Vaca hätte sich nicht träumen lassen, dass sein schmales Bändchen eines Tages als einer der Schlüsseltexte über die Entdeckung der neuen Welt gelten wird. Mehr noch, dass seine äußere und innere Odyssee ihren Platz gefunden hat, neben den berühmtesten Reiseberichten und bekanntesten Werken der spirituellen Literatur. Es ist einer der wenigen historischen Texte über das große Thema, das heute nichts von seiner Aktualität und Bedeutung verloren hat, überall auf der Erde. Die Begegnung mit dem Fremden. Die spanische Eroberung Amerikas hat in wenigen Jahrzehnten die Welt verändert wie nie zuvor. Goldgier und Ruhmsucht hat die Konquistadoren mit dem Schwert in der Hand von Florida bis nach Chile getrieben, von den Gipfeln der Anden bis in die Regenwälder Amazoniens. Der Preis war unvorstellbar hoch. Alte Zivilisationen zerstört, ganze Völker ausgelöscht, Millionen Menschen versklavt, getötet oder dahingerafft von europäischen Krankheiten, die Kultur- und Naturschätze Amerikas geplündert. Nicht alle Spanier jener Zeit sahen den Verbrechen in der neuen Welt ohne Gewissensbisse zu. Man begann, die Rechtmäßigkeit der Eroberungen in Frage zu stellen. Besaßen die Indianer keine Menschenrechte? War es rechtens, sie zum Christentum zu bekehren, und wenn ja, dann wie? Durfte man sie mit Gewalt zur Konvertierung zwingen? Machte ihre Praxis der Menschenopfer sie zu moralisch niederen oder primitiven Wesen? Oder waren die Bewohner Amerikas nicht ebenso Menschen wie die Europäer? Schon 1511 fragte der Dominikanermönch Antonio de Montesinos seine Siedlergemeinde in Hispaniola, »Sind diese Indianer etwa keine Menschen? Haben sie nicht ebenso Vernunft? Seid ihr als Christen nicht verpflichtet, sie zu lieben wie euch selbst?« Aber die Mehrheit glaubte den Gegenargumenten, dass die Indianer von Natur aus Sklaven seien und dass höher entwickelte Zivilisationen wie die Europäische die moralische Pflicht hätten, solche Barbaren, die Götzen verehrten und Menschen Opferten aufzuklären und zu missionieren, auch mit Gewalt. Zwischen 1530 und 1550 überschütteten politische Philosophen und Theologen den spanischen König mit Ratschlägen für seine Kolonialpolitik. Die Verwaltung der überseelschen Herrschaftsgebiete, vor allem durch rücksichtslose Opportunisten wie den Pizarro-Clan, wurden zum Gegenstand eines erbittert geführten Krieges der Ideen. Imperialistische Machtansprüche kontra Rechte der Einheimischen. Auf der Seite der Menschenrechtler stellte der Theologe Francisco de Vitoria zwei einfache Fragen. Hatten die Bewohner Amerikas echte politische Gesellschaften mit rechtmäßigen Herrschern? Und? Verfügten sie über privates Eigentum, bevor die Spanier kamen? Seine Antwort war beide Male Ja. Deshalb, so Vitoria, hätten die Spanier kein Recht, die fremden Herrscher zu unterwerfen oder ihr Land und ihr Eigentum zu rauben. Sie hätten auch kein Recht, die Völker Amerikas zum Christentum zu bekehren, da diese wie alle Menschen das Recht und die Fähigkeit hätten, ihre eigenen politischen und religiösen Gemeinschaften zu bilden, ob sie Christen seien oder nicht. Der berühmteste Fürsprecher der Indianer war Bartolomé de las Casas, ein Dominikaner, der auf Hispaniola dreißig Jahre lang gegen die Versklavung der Indianer kämpfte. Mit seinen historischen Schriften, in denen er die Zerstörung der neuen Welt beschrieb, rüttelte er das Gewissen der Spanier auf und erreichte sogar den König. 1542 erließ die spanische Krone neue Gesetze, die die Indianersklaverei verboten und die Gleichstellung von Indianern und Spaniern verankerten. Sie stießen überall in den Kolonien auf Ablehnung, ja heftigen Widerstand. Keiner der neuen Herren in der neuen Welt wollte seinen gerade gewonnenen Reichtum wieder abgeben. Die Gesetze waren nicht durchsetzbar. Die Uhr konnte nicht mehr zurückgetreten. König Karl V. tat nun etwas, was in der Geschichte des Imperialismus noch nicht vorgekommen war. Am 16. April 1550 befahl er, ab sofort sämtliche Eroberungen im Namen der spanischen Krone zu stoppen, bis die Streitfrage ausführlich von den besten Gelehrten Spaniens diskutiert worden war. In Valladolid, am Hof des Königs, kamen im August 1550 seine engsten Berater zusammen. Der Rat der Vierzehn. Ein bedeutender Augenblick in der Geschichte. Zum ersten Mal wurde in Europa auf höchster Ebene über die Prinzipien von Gerechtigkeit und die Natur der Menschenrechte debattiert. Zugrunde lag die einfache Frage, was ist ein Mensch? Zwei große Persönlichkeiten jener Zeit waren geladen, um ihre Argumente vorzutragen. Der Apostel der Indianer Bartolomé de las Casas und der Philosoph Juan Gines de Sepulveda, Advokat des Imperialismus. Sepulveda, ein großer Humanist, der aber nie in der neuen Welt gewesen war, definierte Menschsein durch Zivilisiertheit. Er sprach als erster zum König und seinem Rat. Verfallt nicht dem Irrtum zu glauben, dass die Indianer in einer idyllischen Welt lebten, bevor die Spanier kamen. Im Gegenteil, sie führten erwarmungslos Kriege gegeneinander und verübten Kannibalismus mit den Verstorbenen. Gibt es einen überzeugenderen Beweis für die Tatsache, dass einige Menschen an Intelligenz, Geisteshaltung und Tapferkeit anderen überlegen sind und dass diese Menschen von Natur aus zu Sklaven bestimmt sind? Es ist wahr, dass einige von ihnen ein gewisses handwerkliches Talent zeigen, aber dies ist kein Beweis für ihre menschliche Intelligenz, denn wir wissen, dass Tiere, Vögel und Spinnen Werke vollbringen, die von Menschenhand niemals vollkommen imitiert werden können. Wir können daraus den Charakter und die Sitten dieser minderwertigen Wesen erschließen. Barbarisch, unzivilisiert und unmenschlich. Und so waren sie schon vor der Ankunft der Spanier. Und dabei habe ich noch gar nicht ihre gotteslästerliche Religion erwähnt und die niederträchtigen Opfer, mit denen sie den Teufel als ihren Gott verehren, im Glauben, sie könnten ihm nichts Besseres darbringen als Menschenherzen. Wie kann man noch bezweifeln, dass diese so unzivilisierten, wilden Völker, die durch so viele Laster verdorben sind, völlig zu Recht von einer Nation erobert worden sind, die in jeglicher Art Tugend hervorsticht. Eine Nation, die sich auszeichnet durch Klugheit, Intelligenz, Großmut, Bescheidenheit und Menschlichkeit. Wallace Casas legte dem Rat einen meterhohen Stapel an Dokumenten vor, die er, wie ein Journalist, in den Jahrzehnten seines Aufenthaltes in den neuen Kolonien gesammelt hatte. In seinem Plädoyer widersprach er aufs Schärfste dem Standpunkt Sepulvedas, vor allem seiner Behauptung, dass die Konquistadoren im Auftrag des Königs menschliche, noble Personen gewesen seien. Seine Argumentation stützte sich auf die tiefe Überzeugung, dass Menschsein nicht durch moralische oder geistige Errungenschaften definiert werden könne, sondern Gott gegeben sei. Keine Nation auf Erden, gleichgültig wie roh, unzivilisiert, wild oder gewalttätig sie sein möge, kann zu einem guten Lebenswandel gebracht werden. Es sei denn, man nutzt die einzige Methode, die dem Menschen natürlich und angemessen ist, nämlich Liebe, Samstmut und Freundlichkeit. Denn alle Völker der Welt sind Menschen und Menschen definieren sich folgendermaßen. Sie sind vernünftige Wesen. Alle besitzen Verstand und Willenskraft und sind geformt nach dem Bild Gottes. Alle sind von Natur aus fähig zu verstehen und sich Wissen anzueignen, das sie zuvor nicht hatten. Alle erfreuen sich am Guten und verabscheuen das Böse. Alle sind Geschöpfe von ähnlicher Natur. Keiner wird schon weise geboren. Wir alle müssen folglich zuerst geführt werden von denen, die vor uns geboren wurden. Die unzivilisierten Völker der Erde können verglichen werden mit einem unbearbeiteten Boden, auf dem Unkraut und nutzlose Dornensträucher wachsen, der aber so reich an natürlichen Kräften ist, dass er durch Arbeit und Kultivierung gesunde und wohlschmeckende Früchte hervorbringen kann. Daraus gibt es nur eine Schlussfolgerung. Die gesamte Menschheit ist eins. Las Casas gewann die Debatte. Er konnte die Berater des Königs von seinen Argumenten überzeugen. Ein großer Moment in der Geschichte der Menschenrechte. Doch die Realität der Macht war stärker als die Stimmen der Moral und das Gewissen der Christenheit. Am Ende wurde der Bann über weitere Eroberungen wieder aufgehoben. Der Versuch, eine ethisch vertretbare Außenpolitik zu machen, war gescheitert. Die Realpolitik hatte wieder einmal gesiegt. Das hieß, der Völkermord in Amerika durfte weitergehen. Einer der Täter hinterließ uns ein bemerkenswertes Dokument. Mancio Serra de Leguizamon ging als junger Bursche nach Peru, sah die Ermordung Atahualpas und kämpfte gegen Mancos Armee. Er überlebte den Mafiakrieg, nahm sich eine Inka-Prinzessin, verließ sie aber wieder und verspielte seinen Reichtum. Auf seinem Totenbett in Cusco, 78 Jahre alt, schrieb er 1589 an den spanischen König Philipp II. ein Geständnis. Seit vielen Jahren verspüre ich den Wunsch, mich seiner katholischen Majestät, König Philipp, unserem Herrn, mitzuteilen. Denn meine Seele findet keinen Frieden. Im Namen der Krone nahm ich an der Entdeckung, Eroberung und Besiedelung jener Königreiche teil, die wir von den Inkas, den Herrschern dieser Reiche, geraubt haben. Ihre Majestät sollte wissen, dass wir diese Reiche in solch guter Ordnung vorfanden, dass es dort weder Diebe noch Schurken noch Ehebrecher gab. Und das Volk war anständig, zufrieden und fleißig. Alle Dinge von den Kleinsten zu den Größten hatten ihren Platz in der Ordnung. Die Inkas wurden gefürchtet und respektiert von ihren gehorsamen Untertanen, denn sie waren gute und fähige Herrscher, genauso wie ihre Stadthalter. Was mich bewegt, ihrer Majestät zu schreiben, ist mein Gewissen, denn ich fühle mich mitschuldig. Wir haben uns versündigt und diese Regierungen zerstört, die von den Menschen dort so geschätzt wurden. Sie waren, Männer wie Frauen, so frei von Gier und Verbrechen, dass sie Gold und Silber im Wert von hunderttausend Pesos in ihren offenen Häusern lassen konnten. Als sie herausfanden, dass wir Diebe waren, und ihre Frauen und Töchter zwangen, sich mit uns zu versündigen, verachteten sie uns. Wir waren ihnen in allen Bereichen ein so schlechtes Beispiel, dass diese Eingeborenen, die zu keinem Übel fähig waren, jetzt zu Menschen geworden sind, die nichts Gutes mehr tun. Eine Tatsache, die das Gewissen ihrer Majestät rühren muss, wie es meines rührt, als einer der ersten Konquistadoren und Entdecker und die nach Maßnahmen verlangt. Es bleibt mir nichts mehr, diese Ungerechtigkeiten abzumildern, außer meinen Worten, mit denen ich Gott und Vergebung bitte. Ich fühle mich gedrengt, all dieses ihrer Majestät mitzuteilen, denn mit mir stirbt der letzte Konquistador. Ahren Gott zu verspotten! Gebt eure falsche Religion auf und nehmt Christus, den Sohn Gottes, als euren Retter an! Wie kann man auf solche Dreistigkeit, Arroganz und Ignoranz angemessen reagieren? Atahualpa ist intelligent und er hat einen ausgeprägten Sinn für Humor und Spott. Ich verehre die unsterbliche Sonne und unsere uralten Götter und ich kann diesen Glauben nicht aufgeben. Aber wenn ihr so überzeugt seid, dass eure Religion besser ist als unsere, frage ich euch, auf welche Autorität stützt sich denn eure Religion? Es steht alles geschrieben in diesem Buch, das ich hier in Händen halte. So gib mir das Buch, auf das es auch zu mir sprechen kann. Bei Verde reicht ihm die Bibel. Atahualpa blättert darin sorgfältig. Es ist ein schicksalshafter Augenblick für seine Welt. Aber der Inka ist sich dessen nicht bewusst. Trocken erklärt er, dieses Buch sagt mir nichts. Und wirft die Bibel dem Priester vor die Luzaro, ist es der Augenblick, auf den er gewartet hat. Der Augenblick, für den er jahrelang Pläne geschmiedet, Petitionen geschrieben, Finanzpartner überzeugt, für den er riskante Reisen, Entbehrungen und Strapazen auf sich genommen hat. Die Geste des Inka gibt ihm den Vorwand für Krieg. Er befiehlt seinen Männern anzugreifen. Von den Säulenhallen rund um den Hauptplatz eröffnen die Spanier das Feuer auf die unbewaffnete Menschenmengen. Der Lärm der Explosionen, die riesigen schnaubenden Tiere, der Anblick der Rüstungen und Schwerter, ein Szenario des Terrors für die Inkas. In Todesangst versuchen die Menschen zu fliehen, aber die Ausgänge des Platzes sind zu eng. Panik macht sich breit. Der Druck der Massen ist so groß, dass die Mauern an einigen Stellen einstürzen. Viele werden zu Tode getrampelt, von den Pferdehufen oder von den Fliehenden. Tausende werden in dieser Nacht von den Spaniern niedergemetzelt. Die Mörder verlieren fünf Männer. Nicht getötet von den Inkas, keiner wagte es, die Fremden anzugreifen, sondern im Chaos der Körper erdrückt. Atahualpa wird unverletzt gefangen genommen und in Ketten gelegt. Mit ihm fällt ein Großteil der königlichen Familie in die Hände der Verbrecher. Nur wenige der noblen Frauen, so kann man getrost annehmen, entkommen Missbrauch und Vergewaltigung. Das Reich Tawantin Tzuyu beginnt zu zerbröckeln. Warum hatte der Ego Outdemok, ergibt sich. Im christlichen Kalender ist es der 13. August 1521. Der Krieg ist vorbei. Das Leiden für die Azteken nicht. Mit beispielloser Brutalität gegenüber der Bevölkerung, großteils Frauen und Kinder plündern die Sieger die Stadt. Die Spanier nehmen das Gold. Ihre Verbündeten rächen sich an ihren ehemaligen Unterdrückern und nehmen alles mit, was sie finden können. In den Straßen stapeln sich die Leichen. Hunderttausende haben bei der Belagerung ihr Leben verloren. Die Azteken akzeptieren ihr Schicksal ohne eine Spur von Selbstmitleid. In ihrem Verständnis von Zeit und Schicksal hat sich das Rad der Geschichte gegen sie gedreht. Eines der ältesten überlieferten Gedichte der Azteken hat die Kraft und tragische Tiefe wie etwa die Ilias von Homer über Trojas untergang. Das Unglück kam über uns. Wir sahen es und konnten es nicht erklären. Warum mussten wir ein so schreckliches Schicksal erleiden? Wir reißen uns in Trauer die Haare aus. Gebrochene Speere liegen in den Straßen. Unsere Häuser sind ohne Dach. Die Mauern rot von Blut. Verzweiflung schüttelt uns. Denn unser Erbe ist verloren und tot. Die Schilde unserer Krieger standen zu seiner Verteidigung. Aber sie konnten es nicht retten. Verzweiflung schüttelt uns. Kortez, der Sieger. Der einfache Junge aus Medellin wird der berühmteste Mann des Abendlandes. Der König überschüttet ihn mit Land, Reichtum und Ehren. Eine Flut von Spaniern folgt ihm nach Mexiko. Siedler, Gewinnler, Verwalter und natürlich Vertreter der katholischen Kirche, die begierig sind, den Rest der Ureinwohner zum Christentum zu bekehren. Der Großteil des aztekischen Adels konvertiert und darf seine Besitztümer und seinen Status behalten. Viele verheiraten sich mit den Neuankömmlingen, und so entwickelt sich schnell eine gemischte Gesellschaft, die Mestizen. Ein neues Mexiko entsteht auf den Ruinen des Alten. Ein Jahr nach der Eroberung gründet Kortez ein Krankenhaus für sein Seelenheil, genau in dem Palast, wo Montezuma ist, und geben Ruiz heimlich eine Botschaft mit der Bitte um Rettung nach Panama mit. Als das Schiff Monate später die Insel erreicht, kommt es zu der entscheidenden Szene am Strand. Der Kapitän willigt ein, Pizarro und die 13 wagemutigen Männer auf einer anderen Insel abzusetzen, wo sie auf Verstärkung durch Almagro aus Panama hoffen. Wochen, Monate überleben sie dort wie Schiffbrüchige, im Kampf gegen giftige Schlangen, Mücken und den unaufhörlichen Tropenregen. Nachts, während die Wellen des Pazifiks an ihrem Strand donnern, träumen sie von einem unbekannten Land, weit im Süden, einem Land voller Gold. Was die Spanier nicht wissen, der Herrscher dieses Landes ist zu dieser Zeit keine 300 Kilometer Luftlinie von ihnen entfernt, in Quito, der heutigen Hauptstadt Äquadors. Der Inka, dieser Titel gebührt nur dem König und bedeutet Archetyp-Vorbild, ist Huayna Capac, mit 63 Jahren ein erfahrener Herrscher, beliebt bei seinem Volk. Seit fast 30 Jahren regiert er Tawantinsuyu, das Land der vier Teile, ein Reich, das sich vom heutigen Norden Chiles bis nach Äquador und im Osten in die subtropischen Wälder am Rande der Amazonas-Tiefebene erstreckt. Legte man es über Europa, würde es von Spanien bis nach Moskau reichen. Der Inka ist überzeugt, dass er die Welt vereint hat und nun alle Völker unter seiner Herrschaft leben. Wir dachten, dass dies die ganze Welt sei, schrieb Huayna Capacs Enkel später, bis die Spanier kamen. Im Gegensatz zu anderen Zivilisationen hatte sich die Welt der Inkas in Abgeschiedenheit ohne Kontakt nach außen entwickelt. Sie ist auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand mit den Hochkulturen der Bronzezeit in der alten Welt. Es gibt in der Tat viele Parallelen mit dem frühen Ägypten oder besser noch mit der Shang-Dynastie Chinas. Die schamanistische Religion, die Verehrung der Sonne und der Berge, die Bedeutung von Astronomie und Weissagung. Wie alle bekannten Kulturen der Bronzezeit zelebrieren sie Menschenopfer, nicht in dem Ausmaß wie die Azteken, aber doch häufig. Kriegsgefangene werden nach der Schlacht geopfert, unberührte Mädchen und Jungen bei großen Festlichkeiten lebendig begraben. Hunderte müssen den Geist eines toten Inka in das Reich des Sonnengottes begleiten. Das zentrale Ritual des Inka-Staates ist der Kult der toten Herrscher. Dabei werden die Mumien der Inkas aus ihren Grabkammern geholt, festlich gekleidet und durch die Straßen getragen. Wie das Aztekenreich basiert der Staat der Inkas auf Zwang und an in die Bequemlichkeiten von Panama zurückzukehren. Endlich bietet sich ihm die Chance, die unbekannte Welt, von der er gehört hat, mit eigenen Augen zu sehen. Mit Ruiz, den gesunden Männern und den indianischen Dolmetschern segelt er südwärts, entlang der mit Mangroven bewachsenen Küste Kolumbiens und Äquadors, bis die Indianer die Küste ihrer Heimatstadt Tumbes wiedererkennen, heute an der Grenze zwischen Ecuador und Peru. Hier werfen die Spanier Anker. Das Erstaunen bei der einheimischen Bevölkerung ist groß. Keine Angst, kein Misstrauen, keine Arglist oder gar Feindseligkeit. Mit erwartungsvoller Freude neue Menschen kennenzulernen, wird den Fremden, als wäre es selbstverständlich, ein warmer Empfang bereitet. Mit Begrüßungsgeschenken fahren die Inkas auf ihren Flößen hinaus zum Schiff. Der Stadthalter heißt die Spanier willkommen und lädt sie ein, an Land zu kommen und sich mit allem Notwendigen zu versorgen. Sie bräuchten keine Angst zu haben. Pizarro antwortete, habe keine Probleme, Menschen zu trauen, die so vernünftig sind. Auch der Inka-Stadthalter hält seine Besucher für sehr vernünftig, da sie niemandem etwas zu Leide tun. Beide Seiten halten sich für vernünftig, für rational. Was für ein bedeutsames Detail dieses ersten Gesprächs zwischen den Zivilisationen. Und zugleich erschütternd für uns, die wir den Ausgang der Geschichte kennen. Wie sähe die Welt heute aus, wenn die Spanier in der Tat so vernünftig gewesen wären, wie sie von den Inkas zu Beginn in gutem Glauben gehalten wurden. Die Konkistadoren kommen jedoch mit Absichten, die alles andere als vernünftig und friedfertig sind. Pizarro, vom Inka-Stadthalter gründlich befragt, hält damit nicht hinter dem Berg. Wir kommen aus Spanien und sind Untertanen und Diener eines bedeutenden, mächtigen Königs. Sein Name ist Karl und er herrscht über ein großes Reich. Wir sind gekommen, um diese Länder hier zu erforschen und sie unter die Autorität unseres Königs zu stellen. Aber in erster Linie sind wir gekommen, um euch zu sagen, dass die Götchenbilder, die ihr verehrt, falsche Götter sind. Wenn ihr eure Seelen retten wollt, müsst ihr Christen werden und an unseren Gott glauben, der im Himmel ist. Wer unseren Gott nicht anbetet, wird zur Hölle fahren, ein Ort voll Finsternis und Feuer. Aber diejenigen, die die Wahrheit erkennen und ihn als ihren Gott annehmen, den einzigen Herrn der Schöpfung, die werden ein ewiges Leben im Himmel haben. Anmaßung, Arroganz und zwischen den Zeilen Säbel rasseln. Aber dieses scheint an den Ohren der Inkas vorbeizugehen. Der Stadthalter reagiert auf die Missionspredigt mit Erstaunen und leicht amüsiertem Zutaten. Kortez, der Sieger, der einfache Junge aus Medellin, wird der berühmteste Mann des Abendlandes. Der König überschüttet ihn mit Land, Reichtum und Ehren. Eine Flut von Spaniern folgt ihm nach Mexiko. Siedler, Gewinnler, Verwalter und natürlich Vertreter der katholischen Kirche, die begierig sind, den Rest der Ureinwohner zum Christentum zu bekehren. Der Großteil des aztekischen Adels konvertiert und darf seine Besitztümer und seinen Status behalten. Viele verheiraten sich mit den Neuankömmlingen und so entwickelt sich schnell eine gemischte Gesellschaft, die Mestizen. Ein neues Mexiko entsteht auf den Ruinen des Alten. Ein Jahr nach der Eroberung gründet Kortez ein Krankenhaus für sein Seelenheil, genau in dem Palast, wo Montezuma ihn willkommen hieß. Heute ist es das Jesus-Hospital, mitten im Geschäftszentrum von Mexico City. Die Dammwege, auf denen Kortez und seine Truppe die Stadt erreichten, sind jetzt breite Schnellstraßen. Malinche verschwindet bald von der Bühne der Geschichte. Ihre Rolle ist zu problematisch, aber ihr Schatten verfolgt die Mexikaner bis heute. Sind sie die Nachkommen Cuauhtemox oder Kinder von Kortez und Malinche? Was wird aus ihm, dem ruhmreichen Eroberer Mexikos? Mehrere Wolken verdunkeln seine späteren Jahre. Er hat sich viele Feinde gemacht und einige seiner alten Kameraden, bitter und neidisch, wenden sich gegen ihn und werfen ihm Kriegsverbrechen und Veruntreuung der Goldbeute vor. Seine Frau Catalina wird tot in seinem Bett gefunden. Viel deutet darauf hin, dass Kortez sie im Zorn erwürgt hat. Aber ihn ficht das nicht an. Der Conquistador hat noch nicht genug erobert. Von Mexiko aus unternimmt er aufwendige Expeditionen zum Pazifik, zum Teil wieder mit schweren Verlusten. Eine von ihm finanzierte Expedition unter Francisco de Ulloa erforscht den Golf von Kalifornien, der im Englischen noch heute Sea of Cortez heißt. Seine letzten Jahre verbringt Kortez in Sevilla, wo er 1547 stirbt, im Alter von 63 Jahren. Er hat genug Abenteuer erlebt, um mehrere Leben zu füllen. Wäre all das auch ohne ihn passiert? Schwer zu sagen. Selbst mit ihm hätte ja vieles anders ausgehen können. Die Prophezeiung der Azteken, das zufällig richtige Timing seiner Ankunft, die Hilfe der Tlaxcalaner, die Pockenseuche. Faktoren, ohne die sein Sieg mehr als zweifelhaft gewesen. Vor allem, wenn man Pizarro heißt, reich, berühmt und ein gerissener Geschäftsmann ist. Gonzalo Pizarro ist es, der die berühmteste und verhängnisvollste Expedition auf der Suche nach Gold und Zimt organisiert. Er ist eine Generation jünger als sein Bruder Francisco. Mitte 30, ein geborener Kämpfer, hat sich in Peru Lorbeeren verdient und ist jetzt Stadthalter in Quito. Wie alle Pizarros hat er sich skrupellos an den Inka-Schätzen bereichert und kann deshalb eine exzellent ausgerüstete Expedition auf die Beine stellen. 230 Männer, die erfahrensten Konquistadoren Südamerikas, Experten wie Brückenbauer und Zimmerer, 200 Pferde, Kanonen, Gewehre, Armbrüste, Zelte und Werkzeuge, 2000 Hunde als Frischfleisch, 100 Jagdhunde und schließlich 4000 Indianer als Führer, Diener und Träger, darunter auch Frauen, die für die Männer mehr als nur kochen sollen. Eine beeindruckende Truppe. Die Spanier sehen schon die Schätze von El Dorado vor ihren Augen, die sie bald, so glauben sie, in Händen halten werden. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Im März 1541 bricht Gonzalo Pizarro auf. Die Probleme beginnen bereits sieben Wegstunden hinter Quito. Hier endet das gut organisierte Inka-Reich mit seinen gepflasterten Straßen und Poststationen. Hier beginnt die Wildnis und das Nichtwissen. Einheimische Führer kennen nur ihr eigenes, begrenztes Gebiet. Eine Tatsache, die Pizarro selbst dann noch nicht glauben will, als er einige dieser Führer zu Tode hat foltern lassen, ohne dass sie ihm Informationen geben konnten. Die Strapazen sind unerwartet groß. Die Berghänge sind so dicht bewaldet, dass sich die Truppe mühevoll Pfade schlagen muss, die auch für die Pferde passierbar sind. Zig Flüsse und Wasserfälle blockieren den Weg und müssen mit selbstgebauten Brücken überwunden werden. Dazu kommt die Höhe. Der Pass liegt auf 4600 Metern und der Regen. Zwei Monate schüttet es, fast ununterbrochen. Die Kleider beginnen zu schimmeln. Und das ist der erste Anfang. Vollkommen erschöpft erreicht die Expedition schließlich das Tal von Sumaco, jenseits der Andenhauptkette. Hier stößt eine kleine Gruppe von 23 Konquistadoren zu ihnen, die auf eigene Faust von der Küste kommend das Hochgebirge überquert hat. Ihr Führer ist Francisco de Orellana, ein spanischer Hauptmann, der sich in Peru in den Schlachten gegen Manco hervorgetan hat. Er ist mit Gonzalo Pizarro verwandt und wuchs wie diese in Trujillo in Extremadura auf. Doch in dem Abenteuer, das vor ihnen liegt, wird der einäugige Orellana Pizarros Feind werden und der eigentliche Held dieser Geschichte. Die Indianer, die das Gebiet dicht besiedeln, haben von den Verwüstungen gehört, die spanische Expeditionen an der Küste angerichtet hatten. Und sie greifen Orellanas Schiffe an. Es sind die schlimmsten Kämpfe, die die Spanier auf ihrer Reise durchstehen müssen. Denn viele der indianischen Pfeile sind vergiftet. Eine Schlacht am 24. Juni bleibt allen im Gedächtnis. Unter den angreifenden Indianern kämpfen ein Dutzend hellhäutige Frauen mit geflochtenem Haar, außerordentlich geschickt, mit langen Bogen und Pfeilen, mit Kupferspitzen. Es ist möglich, dass diese Frauen Überlebende einer früheren spanischen Expedition sind, die ein Schiff mit einer großen Besatzung verloren hatte, darunter auch Frauen. Für die Spanier jedenfalls sind es echte Amazonen. Orellana und seine Männer kommen mit dem Leben davon. Aber sie sind am Ende ihrer Kräfte. So machen sie Halt, um ihre Wunden zu versorgen, die Boote zu reparieren und sich mit Frischfleisch zu stärken. Auf dem Speiseplan stehen jetzt Reier, Leguane, Affen, Faultiere und Fische. Sie lagern nahe der Mündung des Tapachos. Und hier bemerken sie zum ersten Mal die regelmäßige Veränderung des Wasserspiegels. Es sind die Gehzeiten des Atlantiks. Erstaunliche 800 Kilometer entfernt. Mit neuer Hoffnung segeln sie weiter. Und schließlich, sechs Monate nach ihrem Abschied von Pizaros Gruppe, erreichen sie das Labyrinth des riesigen Mündungsgebietes des Amazonas. Das Meer ist nun nicht mehr weit. Sie haben es geschafft, den gigantischen Strom hinunterzufahren. Aber was nun? Wie können sie die Heimat wieder erreichen? Orellanas Hoffnungen richten sich auf die nächstgelegenen spanischen Kolonien in der Karibik in der Nähe von Trinidad. Eine Strecke von 1900 Kilometern übers offene Meer. San Pedro fällt auseinander. Und die Segel beider Schiffe sind nur noch Fetzen. Auf einer Insel finden sie eine Stelle, wo sie die Boote an Land ziehen können. Zwei Wochen lang schuften die Männer, um mit dem wenigen Material, das sie zur Verfügung haben, und ihrem Improvisationstalent die beiden Schiffe hochseetauglich zu machen. Am 26. August, nach acht Monaten auf dem Amazonas, segeln Orellana und seine Expedition aufs offene Meer hinaus. Ohne Kompass, ohne Navigationskenntnis, ohne Segelerfahrung. Nach drei Tagen kommen sie in ein Unwetter. Die beiden Schiffe werden getrennt. Beide Mannschaften sind überzeugt, dass die andere ums Leben gekommen ist. Aber Poseidon ist ihnen wohlgesonnen. Am 9. September 15. Die Schlacht in der Dunkelheit ist so chaotisch, dass Hunderte von den eigenen Leuten niedergetrampelt werden oder in den Kanälen ertrinken. Mit gerade mal einem Viertel seiner Armee erreicht Cortez das Seeufer. Alle anderen sind getötet, ertrunken oder gefangen. Und das Schicksal der Gefangenen ist unausweichlich. Ihre Herzen werden dem Kriegsgott geopfert. Am Ufer des Sees versammelt Cortez die Überlebenden. Dieses eine Mal, so wird erzählt, kann der Conquistador seine Gefühle nicht unter Kontrolle halten. Er weint in dieser Nacht, der Nacht der Tränen, wie sie noch heute genannt wird. Die erste große europäische Militäraktion in der neuen Welt endet mit einem Desaster. Trotz überlegener Waffentechnologie ist Cortez nur knapp einer totalen Niederlage entronnen. Vertrieben aus dem Tal von Mexiko, mit verheerenden Verlusten. Aber selbst in dieser dunkelsten Stunde erkennt Cortez sein Glück im Unglück. Seine wichtigsten Helfer, die Dolmetscher Malinche und Aguilar, sind noch bei ihm. Dann fragt er nach einem einzigen Mann, dem Zimmerer, dem Schiffsbauer. Er ist schwer verwundet, aber er hat überlebt. Vamos, sagt Cortez. Lasst uns gehen, denn uns fehlt nichts. Der Conquistador gibt nicht auf. Cortez zieht sich in einem weiten Bogen nach Norden, in die Berge Richtung Tlaxcala zurück. Aber die Azteken verfolgen ihn. Tagelang kämpfen Cortez und seine Männer verzweifelt um ihr Leben. Wieder hat er unglaubliches Glück. Den Azteken gelingt es nicht, die geschwächten Spanier vollends aufzureiben. Warum nicht? Das bleibt ein Rätsel. Eine verpasste Gelegenheit, die sie bitter bereuen sollen. Cortez schafft es über die Berge nach Tlaxcala. Das immer noch zu ihm hält, leckt dort seine Wunden und plant seinen nächsten Zug. Der wird einer der erstaunlichsten der Geschichte. Mitten auf dem Land lässt er eine Flotte bauen. Deshalb war der Schiffsbauer so wichtig für ihn. In der Nacht der Tränen war Cortez klar geworden, dass die Kontrolle über den See der Schlüssel zum Sieg ist. Dreizehn Schiffe entstehen. Bricken mit zwei Masten, vierzehn Meter lang. In Fertigteilen getragen von achttausend Tlaxcalanern wird die Flotte über die Berge und zurück zum See von Mexikos Stadt transportiert. Cortez gibt seinen Traum nicht auf. Zehn Monate nach seiner schlimmen Niederlage steht er wieder am Ufer des Sees. Ein unvorstellbarer Schock für die Azteken. Zurück zu Oriana und seinen 60 Männern, die im Februar 1542 den Amazonas hinuntertreiben. Die Gegend, die sie durchfahren, ist von Indianern besiedelt, die den Spaniern gegenüber offen und freundlich sind. Oriana findet heraus, dass sie sich im Land der Aparia befinden, einem größeren Zusammenschluss mehrerer Stämme, die über weite Entfernungen Handel treiben und so den Spaniern wertvolle Informationen für ihre Reise flussabwärts geben können. Sie berichten, dass das Gebiet der Aparia sich weitere 400 Kilometer erstreckt, bis zum Königreich der Machi Paro, die mit den Aparia verfeindet sind und die Spanier mit Sicherheit angreifen würden. Und jenseits des Reiches der Machi Paro läge das Gebiet der Omagua, einer noch viel größeren Stammeskonföderation. Die Neuigkeiten sind beunruhigend. Das Boot der Spanier, San Pedro getauft, ist zu offen und flach, um gegen ernsthafte Angriffe ausreichend Schutz zu bieten. Oriana befiehlt seinen Männern, die San Pedro umzubauen und ein zweites, größeres Schiff zu zimmern. Die Aparia, offensichtlich fasziniert von den seltsamen Besuchern, versorgen sie mit Holz, Lianen für die Takelage, Gummi zum Abdichten, gewebten Decken für die Segel und Palmblätter für eine Art Kajüte, die die Kranken und das kostbare Schießpulver vor Sonne und Regen schützen soll. Das Schiff ist so konstruiert, dass es ozeantauglich ist, mit neun Ruderbänken für 18 Ruderer. Optimistisch wird es Victoria getauft. Zwei Monate haben die Männer gearbeitet und wurden in dieser Zeit von den Aparia-Frauen großzügig mit Essen versorgt. Mit Geschenken für die Gastgeber verabschieden sich die Spanier, lassen die Kanus zurück und segeln mit beiden Schiffen weiter. Bald kommen sie in das Gebiet der Machiparo, ein außergewöhnlich dicht besiedeltes Gebiet. Siedlung reiht sich an Siedlung. Die größte erstreckt sich über 30 Kilometer. Wie befürchtet werden sie von den Machiparo heftig angegriffen. Carvajal schreibt, Drei Tage und Nächte mussten wir uns verteidigen. An Schlaf war nicht zu denken. Was für Entbehrungen und körperliche Schmerzen erlitten wir. Welch großen Gefahren waren wir ausgesetzt. Ich verlor ein Auge in den Kämpfen und die Wunde plagte mich von da an entsetzlich. Am 12. Mai 1542 erreicht Orellana die Grenze zwischen den Reichen der Machiparo und der Omagua. Zu seiner Überraschung findet er einen bewachten Grenzposten und eine Zollstation. Es ist noch heute die Grenze zwischen Peru und Brasilien. Die Spanier mit blanken Nerven greifen zuerst an und kämpfen sich über die Grenze. Das Land der Omagua beeindruckt die Reisenden. Indien verursachte. 22 Jahre ist Cortez alt, als er 1506 Spanien verlässt und sich aufmacht in die neue Welt. Er siedelt sich zunächst auf Hispaniola an, heute die Dominikanische Republik. Etwas später zieht er nach Kuba. Die spanischen Kolonien auf den Antillen bestehen gerade mal seit zehn Jahren. Doch in dem Jahrzehnt seit Kolumbus' erste Entdeckungsreise ist das geografische Wissen der Europäer enorm gewachsen. Im Jahre 1500 erreicht der Spanier Pinzon den Amazonas und der Portugiese Cabral landet versehentlich im südlichen Teil Brasiliens. Trotzdem wird Brasilien für die nächsten 30 Jahre nicht weiter erforscht. Vermutlich, weil sich Klima und Landschaft wenig für eine Kolonisierung eigneten. Auch Nordamerika bleibt noch für weitere 100 Jahre unbesiedelt, obwohl Giovanni Caboto unter englischer Flagge und mit englischem Namen John Cabot 1497, also noch vor Kolumbus, das amerikanische Festland bei Labrador erreicht. Übrigens werden beide um die Ehre geprellt, dem neuen Kontinent ihren Namen zu geben. Diesen Ruhm stiehlt sich völlig ungerechterweise ein cleverer Mitläufer der Entdeckungsfahrten mit einer großen Klappe, der Italiener Amerigo Vespucci. Der deutsche Geograf Martin Waldseemüller geht der Eigenwerbung Vespucci's auf den Leim und führt 1507 den Namen Amerika ein. Eine der großen Ungerechtigkeiten der Geschichte. Die wahren europäischen Entdecker Nordamerikas sind sowieso die Skandinavier, die schon um tausend die Küsten Neufundlands erreicht hatten. Ihre Reisen waren zwar nicht völlig in Vergessenheit geraten, aber das Wissen war nicht weitergegeben worden. 1508, 1509 erreichen die Spanier zum ersten Mal die Yucatan-Halbinsel, ein Jahr später die Küste Floridas. Noch herrscht die Ansicht vor, dass all dies Inseln seien, an denen vorbei man bis nach China segeln könne. Doch dieses Bild verändert sich sehr bald. 1513 hackt sich Vasco Núñez de Balboa einen Weg durch den Dschungel in der Landenge von Panama und erblickt zum ersten Mal den Pazifik, die Südsee. Der entscheidende Moment für Cortez kommt mit zwei Expeditionen nach Yucatan. 1517 erreicht der spanische Kapitän Cordoba die Spitze der Halbinsel Yucatan und kommt zum ersten Mal in Berührung mit der Kultur der Mayas. Dies sind nicht primitive Stammesvölker wie auf den westindischen Inseln, die von den Kolonialherren rücksichtslos versklavt werden. Es ist eine hochentwickelte Zivilisation, die die Spanier beeindruckt. Zu dieser Zeit ist die Kultur der Mayas bereits seit langem im Niedergang begriffen. Ihre Hochblüte hatte sie im 9. Jahrhundert. Selbst die großen Städte der späten Zeit wie Chichen Itza sind verlassen und vom Tropen-Dschungel überwuchert. Aber es gibt immer mehr als Individuen und als Gesellschaft, wenn wir von uns wirklich sagen wollen, wir sind Zivilisation. Was wurde aus Kabeza de Waka? Sein späteres Leben ist problematisch und tragisch. Sein Buch wurde nur von wenigen gelesen. Für einige war es eine Abenteuergeschichte à la Robinson Crusoe. Für andere eine Informationsquelle über die neue Welt, das Landesinnere Nordamerikas und besonders Floridas. Hernando de Soto holte sich bei Kabeza de Waka wichtige Informationen über die Beschaffenheit des Landes, bevor er in Florida einfiel. Ein dreijähriger Eroberungszug, in dessen Folge die indianische Bevölkerung des gesamten Südostens der USA bis auf einen lächerlichen Rest dezimiert wurde. Kabeza de Waka teilte sein Wissen mit dem Conquistador. Das heißt, dass er nicht gegen die Geisteshaltung des Zeitalters ankämpfte. Er stellte das Recht der Europäer, die neue Welt zu beherrschen, niemals in Frage. Er wollte nur, dass es eine gute, eine gerechte Herrschaft war. Deshalb hielt es ihn nicht lange in Spanien. Er wollte zurück, mit der Erlaubnis, einen Teil der neuen Welt zu regieren, nach seiner Überzeugung. 1540 bekommt er endlich von König Karl V. den Auftrag für ein weiteres amerikanisches Abenteuer. Aber nicht in Nordamerika, dort hat schon de Soto seine Lizenz zum Töten, sondern im Süden, in Paraguay. Mit seinen noblen Absichten macht er sich schon Feinde, bevor er mit dem Titel eines Stadthalters absegelt. Paraguay ist in den Händen einiger weniger Siedlerfamilien, die Cabezadewacas Amtsvorgänger ermorden ließen, um weiterhin das Land und die Menschen unkontrolliert ausbeuten und ausplündern zu können. Cabezadewaca versucht, Misshandlungen und Übergriffe gegenüber den Indianern einzudämmen, die Siedler zurückzupfeifen, Recht und Ordnung herzustellen und die Steuern für die Krone einzutreiben. All das, vor allem seine Ablehnung der Sklaverei, machen ihn alles andere als beliebt. Zudem scheint er nicht die Persönlichkeit zu sein, um ein politisches und verwaltungstechnisches Chaos zu meistern und im wilden Westen Paraguays aufzuräumen. Überraschend ist, dass er, nach acht Jahren als nackter Naturmensch, immer noch für die Legenden von versunkenen Goldschätzen empfänglich ist, die so viele seiner Zeitgenossen und Landsmänner in die neue Welt treiben. Er führt eine Expedition in die Wildnis Paraguays, die seinen Ruf ankratzt und seine Gesundheit schwer schädigt. Nach drei schlimmen Jahren wird er von den aufständischen Siedlern abgesetzt, gefangen genommen und schließlich nach Spanien zurückgeschickt. Er niedrigt. Er hat mich noch gar nicht ihre gotteslästerliche Religion erwähnt und die niederträchtigen Opfer, mit denen sie den Teufel als ihren Gott verehren. Ich glaube, sie könnten ihm nichts Besseres darbringen als Menschenherzen. Wie kann man noch bezweifeln, dass diese so unzivilisierten, wilden Völker, die durch so viele Laster verdorben sind, völlig zu Recht von einer Nation erobert worden sind, die in jeglicher Art Tugend hervorsticht. Eine Nation, die sich auszeichnet durch Klugheit, Intelligenz, Großmut, Bescheidenheit und Menschlichkeit. Las Casas legte dem Rat Er macht einen meterhohen Stapel an Dokumenten vor, die er, wie ein Journalist, in den Jahrzehnten seines Aufenthaltes in den neuen Kolonien gesammelt hatte. In seinem Plädoyer widersprach er aufs Schärfste dem Standpunkt Sepulvedas, vor allem seiner Behauptung, dass die Konquistadoren im Auftrag des Königs menschliche, noble Personen gewesen seien. Seine Argumentation stützte sich auf die tiefe Überzeugung, dass Menschsein nicht durch moralische oder geistige Errungenschaften definiert werden könne, sondern Gott gegeben sei. Keine Nation auf Erden, gleichgültig wie roh, unzivilisiert, wild oder gewalttätig sie sein möge, kann zu einem guten Lebenswandel gebracht werden. Es sei denn, man nutzt die einzige Methode, die dem Menschen natürlich und angemessen ist, nämlich Liebe, Samstmut und Freundlichkeit. Denn alle Völker der Welt sind Menschen und Menschen definieren sich folgendermaßen. Sie sind vernünftige Wesen, alle besitzen Verstand und Willenskraft und sind geformt nach dem Bild Gottes. Alle sind von Natur aus fähig zu verstehen und sich Wissen anzueignen, das sie zuvor nicht hatten. Alle erfreuen sich am Guten und verabscheuen das Böse. Alle sind Geschöpfe von ähnlicher Natur. Keiner wird schon weise geboren. Wir alle müssen folglich zuerst geführt werden von denen, die vor uns geboren wurden. Die unzivilisierten Völker der Erde können verglichen werden mit einem unbearbeiteten Boden, auf dem Unkraut und nutzlose Dornensträucher wachsen, der aber so reich an natürlichen Kräften ist, dass er durch Arbeit und Kultivierung gesunde und wohlschmeckende Früchte hervorbringen kann. Daraus gibt es nur eine Schlussfolgerung. Die gesamte Menschheit ist eins. Las Casas gewann die Debatte. Er konnte die Berater des Königs von seinen Argumenten überzeugen. Ein großer Moment in der Geschichte der Menschenrechte. Doch die Realität der Macht war stärker als die Stimmen der Moral und das Gewissen der Christenheit. Am Ende wurde der Bann über weitere Eroberungen wieder aufgehoben. Der Versuch, eine ethisch vertretbare Außenpolitik zu machen, war sie. Ihre Geschichte bleibt uns verborgen. Und so ist Malinche eine der rätselhaftesten und faszinierendsten Figuren der Weltgeschichte. Bis zum Schluss blieb sie Cortez treu ergeben. War es Lust an der Macht in einer von Männern beherrschten Welt? War es Stolz, eine Schlüsselrolle im Lauf der Welten zu spielen? Oder war es vielleicht einfach nur Liebe? War sie, wie viele Mexikaner glauben, dem bärtigen weißen Fremden verfallen? Nur das wissen wir. Durch diese Verbindung fand Cortez sein Schicksal. Er segelt weiter nach Norden entlang der Küste bis zu einer kleinen Insel, die vor der heutigen Stadt Veracruz liegt. Hier begegnet er zum ersten Mal den Azteken. Am Ostersamstag 1519. Es ist eine Gesandtschaft vom Herrscher Mexikos, vom großen Sprecher der Azteken. Sein Name, Mote Kutzoma, der Zweite. Auf Nahuatl, der zürnende Fürst. Verbeihorned, Monte Zuma. Er hat von den fremden Neuankömmlingen gehört, auch von ihren seltsamen Waffen und den Scharmützeln. Und trotzdem, das ist das Überraschende, lässt er ihnen Essen und Geschenke schicken, Edelsteine, Federschmuck und Gold. Die Reaktion der Spanier fasziniert die Azteken. Die Spanier waren völlig aus dem Häuschen. Sie stürzten sich auf das Gold wie Affen, mit hochroten Gesichtern. Ihr Durst nach Gold war ganz offensichtlich unstillbar. Sie hungerten, sie gierten danach. Sie wollten es in sich hineinstopfen wie Schweine. Sie hörten nicht auf, das Gold zu befingern und es hin und her zu reichen. Und dabei quasselten und kicherten sie wie Kinder. Cortez kratzt hastig ein paar Gegengeschenke zusammen und nutzt dann die Gelegenheit, um den Azteken eine Demonstration seiner Waffengewalt zu geben. Er lässt seine Kavalerie im vollen Galopp den Strand entlang stürmen und gleichzeitig die große Kanone feuern. Die Gesandten fallen buchstäblich um vor Angst. Cortez kennt damit seinen entscheidenden Vorteil. Er und seine Männer sind den Azteken zwar zahlenmäßig weit unterlegen, aber seine Technologie ist der ihren um Jahrtausende voraus. Bevor die Gesandtschaft aufbricht, stellt Cortez die Frage, die ihm auf den Lippen brennt. »Habt ihr mehr Gold? Denn ich und meine Männer leiden an einer Krankheit des Herzens, für die es nur ein Heilmittel gibt. Gold!« »Ja«, sagt der Botschafter, »sie hätten noch viel mehr.« Er hätte keine Schlimmere abzufüllen. Wäre all das auch ohne ihn passiert? Schwer zu sagen. Selbst mit ihm hätte ja vieles anders ausgehen können. Die Prophezeiung der Azteken, das zufällig richtige Timing seiner Ankunft, die Hilfe der Tlaxcalaner, die Pockenseuche, Faktoren, ohne die sein Sieg mehr als zweifelhaft gewesen wäre. Aber letztlich war es seine Persönlichkeit, die den Ausgang dieser Geschichte bestimmte, seine Schnelligkeit und Flexibilität, sein Wagemut und sein Improvisationstalent, seine Rücksichtslosigkeit und seine Brutalität, seine Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und einzugehen, seine Willenskraft und Hartnäckigkeit und seine Fähigkeit, grandiose Strategien zu entwickeln. Und dazu noch hatte er Charisma und die Gabe zu verführen. Seine eigenen Männer, Malinche, die Tlaxcalaner und andere Feinde der Azteken, der große Montezuma, alle erlagen seinem Bann. Seine Talente dienten ihm gut, dem Spieler, der alles einsetzte und gewann. Aber am Ende war es vielleicht ein hohler Sieg, denn das Ziel seiner Träume erreichte er nur um den Preis der totalen Zerstörung. Im Winter 1527 erreicht ein Boot eine einsame Insel im Pazifik vor der Küste Südamerikas. Es kommt, um eine versprengte Gruppe spanischer Abenteurer aus Panama zu retten, die sich ins Unbekannte wagten auf der Suche nach Gold. Ihr Führer ist ein erfahrener Conquistador, Francisco Pizarro. Pizarro ist davon überzeugt, dass irgendwo im Süden eine unbekannte Welt existiert. Seine Männer jedoch haben die Nase gestrichen, voll von seinen Versprechungen. Sie wollen nur noch eines nach Hause. Da nimmt Pizarro einen Stock und zieht eine Linie in den Sand. Freunde, Kameraden, auf dieser Seite wartet Hunger, Entbehrung, Gefahr und Tod. Auf der anderen Seite gibt es Sicherheit und Bequemlichkeit. Wer dorthin geht, zurück nach Panama, bleibt arm. Wer jedoch auf meine Seite kommt, wird reicher werden, als ihr euch träumen könnt. 13 Männer wagen den Schritt auf Pizarros Seite, die glorreichen 13, wie sie später genannt werden. Sie werden an einem der faszinierendsten und zugleich tragischsten Ereignisse der Geschichte teilnehmen. Die Eroberung eines Reiches, von dem die Welt bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. Öfen verschwinden. Die Pizarro-Brüder prahlen mit ihrem neu gewonnenen Reichtum. Sie leben in Saus und Braus und quetschen Menschen und Land aus wie eine Zitrone. Allmählich wächst der Widerstand der Inkas gegen die spanische Besatzung. Zwei Jahre nach seiner Krönung versucht Manco zu fliehen, wird aber eingefangen und von nun an ist es mit der versöhnlichen Taktik der Spanier vorbei. Der Inka wird öffentlich erniedrigt und misshandelt. Er wird mehrere Inka-Generäle hingerichtet. Frauen und Mädchen werden missbraucht, darunter auch Mancos Frau, die zum Entsetzen des Inka-Adels von Gonzalo Pizarro vergewaltigt wird. Die Spanier haben den Bogen überspannt. Die Inkas sind bereit, sich gegen sie zu erheben. Es hat überraschend lange gedauert. Aber jetzt wird er auf. Im April 1536 gelingt es Manco abermals zu fliehen. An einem geheimen Ort versammelt er seine Generäle. Seine Rede ist durch Augen zu überliefern. Ich habe euch heute hier zusammengerufen, weil ich euch sagen will, wie ich über diese Fremden denke. Sie predigen das eine, tun aber das andere. Sie haben keinen Respekt vor Gott und keinen Anstand. Sie beleidigen und erniedrigen uns. Sie behandeln uns wie Hunde. Ihre Gier ist so groß, dass es keinen Tempel oder Palast mehr gibt, den sie nicht geplündert haben. Selbst wenn all der Schnee auf den Bergen Gold und Silber wäre, sie hätten immer noch nicht genug. Sie halten unsere Frauen, meine und eure Schwestern, als Konkubinen und führen sich wie Tiere auf. Sie haben schon begonnen, unser Reich aufzuteilen, damit noch mehr von ihnen kommen können und uns ausrauben. Wir sollen ihre Sklaven sein, die unsere Frauen hergeben und Gold und Silber heranschaffen. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Sendet eure Boten durch das ganze Land und ruft eure Streitkräfte zusammen. Passt auf, dass die Bärtigen nichts davon erfahren. Kommt hier nach Cusco in 20 Tagen. Dann werden wir sie angreifen und alle bis auf den letzten Mann töten. Und wir werden erwachen. Von diesem Albtraum. In den Hügeln über Cusco sammelt sich die Inka-Armee. Es sind Zehntausende und umzingelt die Stadt. Der große Aufstand hat begonnen. Cusco wird nur von 170 spanischen Soldaten verteidigt, unterstützt von etwa 1000 indianischen Hilfstruppen. Es sieht schlecht aus für die Spanier. Pizarro ist in Lima abgeschnitten und schickt Hilfstruppen nach Cusco, aber die werden von Mancos Streitkräften aufgerieben. Die Inkas kontrollieren Cusco von ihrer Festung oberhalb der belagerten Stadt. Wenn die Spanier überleben wollen, müssen sie die Festung im Mündung des Stromes entdeckte. Beeindruckt, wie weit das Süßwasser in den salzigen Ozean vordrang. Aber die Ostküste Südamerikas war seitdem nicht weiter erforscht worden. Was liegt zwischen dem Atlantik und den Anden? Und vor allem, wie weit ist es? Niemand weiß es. Die Spanier können noch keine Längengrade berechnen. Die Sonne und die Sterne geben ihnen eine grobe Orientierung, aber wo sie sich wirklich befinden, davon haben die Abenteurer nur eine äußerst vage Idee. Die Expedition überquert den Coca und marschiert zwei Wochen lang flussabwärts. Kämpft sich durch Sümpfe, hackt sich mit Äxten und Macheten durch das tropische Dickicht. Sie kommen unendlich langsam voran. Von den indianischen Trägern sind nur noch wenige am Leben. Die meisten sterben vor Erschöpfung, Hunger, an Misshandlung und europäischen Krankheiten. Auch Pivaros Männer sind ausgezehrt und krank und von El Dorado keine. Von Oktober, sieben Monate nach ihrem Aufbruch, in Quito ist die Moral der Truppe am Boden. Pizarro muss eine Entscheidung treffen. Aufgeben und zurück oder weiter. Inzwischen haben sie die letzten Stromschnellen hinter sich und der Coca ist ein tiefer, sanfter Strom, etwa 400 Meter breit. Pizarro findet die Lösung. Er baut ein Boot. Mit einem Boot kann er die schwere Ausrüstung und die Kranken transportieren. Und er kann die Angriffe der Indianer besser abwehren, die von ihren Kanus aus die Spanier mit Pfeil und Bogen traktieren. Es sind, so kann man heute vermuten, Vorfahren der Kofanes, eine Stammesgruppe, die einst weite Gebiete am Ostrand der Anden besiedelte. Hartnäckig bekämpfen sie die Eroberer, Goldsucher und Missionare. Nur ein paar Hundert von ihnen haben bis heute überlebt. Aber dieser Stamm hat sich bis ins 21. Jahrhundert immerhin Teile seiner ursprünglichen Sprache und Kultur erhalten. Vier Wochen lang lagern die Spanier am Flußufer. Sie ernähren sich von Fischen, den letzten Hunden und von kranken Pferden. Und Früchten und Wurzeln, die sie in verlassenen Indianersiedlungen finden. Währenddessen bauen Pizarros Zimmerer an dem Boot. Es wird über acht Meter lang, mit einem zweieinhalb Meter hohen Mast, 25 Männer haben darin Platz. Im November 1541 setzt Pizarro Segel. Das Boot kommt leicht voran. Aber die meisten seiner Männer müssen sich nach wie vor mühevoll durch die Sümpfe und Bäche schlagen. Nach 20 Kilometern mündet der Coca in den Napo, einem der Hauptzuflüsse des Amazonas. Die Spanier folgen ihm. Nochmal 240 Kilometer und weitere 43 Tage. Dann schlagen sie ein Lager auf und feiern Weihnachten. Wie bei allen spanischen Expeditionen sind Priester mit von der Partie, die jeden Sonntag und an den katholischen Feiertagen und übergriffe gegenüber den Indianern einzudämmen, die Siedler zurückzupfeifen, Recht und Ordnung herzustellen und die Steuern für die Krone einzutreiben. All das, vor allem seine Ablehnung der Sklaverei, machen ihn alles andere als beliebt. Zudem scheint er nicht die Persönlichkeit zu sein, um ein politisches und verwaltungstechnisches Chaos zu meistern und im wilden Westen Paraguays aufzuräumen. Überraschend ist, dass er, nach acht Jahren als nackter Naturmensch, immer noch für die Legenden von versunkenen Goldschätzen empfänglich ist, die so viele seiner Zeitgenossen und Landsmänner in die neue Welt treiben. Er führt eine Expedition in die Wildnis Paraguays, die seinen Ruf ankratzt und seine Gesundheit schwer schädigt. Nach drei schlimmen Jahren wird er von den aufständischen Siedlern abgesetzt, gefangen genommen und schließlich nach Spanien zurückgeschickt. Erniedrigt kommt er nach Hause. Aber das Desaster ist noch nicht zu Ende. Seine Schuldenlast ruiniert ihn finanziell und seine Feinde aus Paraguay verklagen ihn wegen Raub und Veruntreuung. Die Prozesse ziehen sich über fünf lange Jahre hin. Am Ende verliert er alle seine Titel und darf nicht mehr in die neue Welt zurückgehen. Seine Rechtsvertretung hat die Dokumente der Anklage nie gesehen. Aber seine Karriere ist beendet, sein Ruf ruiniert. Bankrott, verarmt und schwer krank zieht er sich 1551 nach Valladolid zurück, redigiert seine früheren Abenteuer und schreibt seine üblen Jahre in Paraguay auf, wohl vor allem, um sich vor der Nachwelt zu rechtfertigen. Er stirbt als ein armer Mann, ein Opfer seiner Fehler und seiner Feinde. Was er in den acht Jahren in der Wildnis über das Leben erfahren hat, hat ihn offensichtlich nicht dafür qualifiziert, in seiner Zeit Erfolg zu haben. Cabeta de Vaca hätte sich nicht träumen lassen, dass sein schmales Bändchen eines Tages als einer der Schlüsseltexte über die Entdeckung der neuen Welt gelten wird. Mehr noch, dass seine äußere und innere Odyssee ihren Platz gefunden hat, neben den berühmtesten Reiseberichten und bekanntesten Werken der spirituellen Literatur. Es ist einer der wenigen historischen Texte über das große Thema, das heute nichts von seiner Aktualität und Bedeutung verloren hat, überall auf der Erde. Die Begegnung mit dem Fremden. Die spanische Eroberung Amerikas hat in wenigen Jahrzehnten die Welt verändert wie nie zuvor. Goldgier und Ruhmsucht hat die Konquistadoren mit dem Schwert in der Hand von Florida bis nach Chile getrieben, der den Untergang einer Zivilisation und den Tod Hunderttausender verursachte. 22 Jahre ist Cortez alt, als er 1506 Spanien verlässt und sich aufmacht in die neue Welt. Er siedelt sich zunächst auf Hispaniola an, heute die Dominikanische Republik. Etwas später zieht er nach Kuba. Die spanischen Kolonien auf den Antillen bestehen gerade mal seit zehn Jahren. Doch in dem Jahrzehnt seit Kolumbus' erste Entdeckungsreise ist das geografische Wissen der Europäer enorm gewachsen. Im Jahre 1500 erreicht der Spanier Pinzon den Amazonas und der Portugiese Cabral landet versehentlich im südlichen Teil Brasiliens. Trotzdem wird Brasilien für die nächsten 30 Jahre nicht weiter erforscht. Vermutlich, weil sich Klima und Landschaft wenig für eine Kolonisierung eigneten. Auch Nordamerika bleibt noch für weitere 100 Jahre unbesiedelt, obwohl Giovanni Caboto unter englischer Flagge und mit englischem Namen John Cabot 1497, also noch vor Kolumbus, das amerikanische Festland bei Labrador erreicht. Übrigens werden beide um die Ehre geprellt, dem neuen Kontinent ihren Namen zu geben. Diesen Ruhm stiehlt sich völlig ungerechterweise ein cleverer Mitläufer der Entdeckungsfahrten mit einer großen Klappe, der Italiener Amerigo Vespucci. Der deutsche Geograf Martin Waldseemüller geht der Eigenwerbung Vespucci's auf den Leim und führt 1507 den Namen Amerika ein. Eine der großen Ungerechtigkeiten der Geschichte. Die wahren europäischen Entdecker Nordamerikas sind sowieso die Skandinavier, die schon um tausend die Küsten Neufundlands erreicht hatten. Ihre Reisen waren zwar nicht völlig in Vergessenheit geraten, aber das Wissen war nicht weitergegeben worden. 1508, 1509 erreichen die Spanier zum ersten Mal die Yucatan-Halbinsel, ein Jahr später die Küste Floridas. Noch herrscht die Ansicht vor, dass all dies Inseln seien, an denen vorbei man bis nach China segeln könne. Doch dieses Bild verändert sich sehr bald. 1513 hackt sich Vasco Núñez de Balboa einen Weg durch den Dschungel in der Landenge von Panama und erblickt zum ersten Mal den Pazifik, die Südsee. Der entscheidende Moment für Cortez kommt mit zwei Expeditionen nach Yucatan. 1517 erreicht der spanische Kapitän Cordoba die Spitze der Halbinsel Yucatan und kommt zum ersten Mal in Berührung mit der Kultur der Mayas. Dies sind nicht primitive Stammesvölker wie auf den westindischen Inseln, die von den Kolonialherren rücksichtslos versklavt werden. Es ist eine hochentwickelte Zivilisation, die die Spanier beeindruckt. Zu dieser Zeit ist die Kultur der Mayas bereits seit langem im Niedergang begriffen. Ihre Hochblüte hatte sie im 9. Jahrhundert. Selbst die großen Städte der späten Zeit wie Chichen Itza seine Männer den Eingeborenen ihr Leben verdanken und so dämmert ihm, dass Freundlichkeit gegenüber den Fremden die angemessene Haltung ist, wie Carvajal sich ausdrückt. Bevor sie aufbrechen, diskutieren die Männer, ob sie versuchen sollten, eine Botschaft zu Pizarro flussaufwärts zu schicken. Aber kein Freiwilliger findet sich. Das Vorhaben erscheint allen als viel zu gefährlich. Sie sind, so schätzen sie, mindestens schon 150 Wegstunden entfernt. Das sind etwa 750 Kilometer. In Wirklichkeit war die Entfernung wohl nur halb so weit. Für die Männer ist klar, sie sind einfach schon zu weit, um noch umkehren zu können. Und so segeln sie wieder los. Am 2. Februar 1542. Zehn Tage später kommt die Expedition zu einem gigantischen Zusammenfluss. Es ist die Vereinigung von Napo und Maragnon. Und ab hier trägt der Strom, jetzt fast zwei Kilometer breit, den Namen Amazonas. Warum? Weil Oriana hier zum ersten Mal geheimnisvolle Geschichten hört über einen Stamm mit furchteinflößenden Kriegerinnen, ähnlich den Amazonen in der griechischen Mythologie. Es ist eine alte Legende, sogar in der neuen Welt. Kolumbus hatte sie schon erzählt und viele nach ihm. Aber Orianas Männer zweifeln nicht daran, dass diese Geschichten wahr sind. Und Carvajal versichert uns, dass sie weiter flussabwärts, im heutigen Brasilien, tatsächlich Amazonen getroffen und mit ihnen gekämpft hätten. Ob sie jemals wirklich existierten, ist bis heute ein Rätsel. Aber die Legende gab dem größten Flusssystem der Erde seinen Namen. Wie gigantisch der Strom ist, wissen die Spanier natürlich nicht. Das ist ihr Glück, denn zwischen ihnen und der Mündung des Amazonas liegen 3100 Kilometer. Doch auch wenn sie es wüssten, sie haben gar keine andere Wahl, als weiterzufahren in die grüne Wildnis Amazoniens. In der Hoffnung, irgendwann lebend den Atlantik zu erreichen. Was wurde inzwischen aus Gonzalo Pizarro und seinen 200 Männern? Ohne Boot, eingeschlossen im Urwald, dem Verhungern nahe. Nach Orianas Abfahrt kann Pizarro nur eines tun, weitermarschieren. Untätigkeit wäre fatal. Also kämpfen sich die Spanier weiter flussabwärts entlang des Napo, Kilometer für Kilometer. Etwa 40 schaffen sie, dann sind ihre Kräfte erschöpft. Seit Tagen ernähren sie sich nur noch von Eidechsen, Schlangen und Pflanzenknospen. Pizarro weiß, ohne richtige Nahrung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Sterben beginnt. Da kommt ein rettender Strohhalm. Oder besser, fünf. Fünf Indianer-Kanu. Gebt eure falsche Religion auf und nehmt Christus, den Sohn Gottes, als euren Retter an. Wie kann man auf solche Dreistigkeit, Arroganz und Ignoranz angemessen reagieren? Atahualpa ist intelligent und er hat einen ausgeprägten Sinn für Humor und Spott. Ich verehre die unsterbliche Sonne und unsere uralten Götter und ich kann diesen Glauben nicht aufgeben. Aber wenn ihr so überzeugt seid, dass eure Religion besser ist als unsere, frage ich euch, auf welche Autorität stützt sich denn eure Religion? Es steht alles geschrieben in diesem Buch, das ich hier in Händen halte. So gib mir das Buch, auf das es auch zu mir sprechen kann. Bei Verde reicht ihm die Bibel. Atahualpa blättert darin sorgfältig. Es ist ein schicksalshafter Augenblick für seine Welt. Aber der Inka ist sich dessen nicht bewusst. Trocken erklärt er, dieses Buch sagt mir nichts. Und wirft die Bibel dem Priester vor die Bibel, ist es der Augenblick, auf den er gewartet hat. Der Augenblick, für den er jahrelang Pläne geschmiedet, Petitionen geschrieben, Finanzpartner überzeugt, für den er riskante Reisen, Entbehrungen und Strapazen auf sich genommen hat. Die Geste des Inka gibt ihm den Vorwand für Krieg. Er befiehlt seinen Männern anzugreifen. Von den Säulenhallen rund um den Hauptplatz eröffnen die Spanier das Feuer auf die unbewaffnete Menschenmengen. Der Lärm der Explosionen, die riesigen, schnaubenden Tiere, der Anblick der Rüstungen und Schwerter, ein Szenario des Terrors für die Inkas. In Todesangst versuchen die Menschen zu fliehen, aber die Ausgänge des Platzes sind zu eng. Panik macht sich breit. Der Druck der Massen ist so groß, dass die Mauern an einigen Stellen einstürzen. Viele werden zu Tode getrampelt, von den Pferdehufen oder von den Fliehenden. Tausende werden in dieser Nacht von den Spaniern niedergemetzelt. Die Mörder verlieren fünf Männer. Nicht getötet von den Inkas, keiner wagte es, die Fremden anzugreifen, sondern im Chaos der Körper erdrückt. Atahualpa wird unverletzt gefangen genommen und in Ketten gelegt. Mit ihm fällt ein Großteil der königlichen Familie in die Hände der Verbrecher. Nur wenige der noblen Frauen, so kann man getrost annehmen, entkommen Missbrauch und Vergewaltigung. Das Reich Tawantin Tzuyu beginnt zu zerbröckeln. Warum hatte der Inka diese Kadoren nicht geerntet? Das heißt nicht, dass sie weniger goldgierig und machtsüchtig oder, wie das Beispiel von Oriana zeigt, weniger heldenhaft und ausdauernd waren. Von den vielen Spaniern, die auszogen und ins Unbekannte vorstießen, gelang es einer ganzen Reihe, ihren Namen in das Geschichtsbuch jener Zeit zu schreiben. Ponce de Leon kolonisierte Puerto Rico und entdeckte 1513 Florida, das er damals noch für eine Insel hielt. Als er acht Jahre später zurückkehrte, wurde er im Kampf mit den Indianern tödlich verwundet. 1519 erforschte und kartografierte Alonso Alvarez de Pineda die Nordküste des Golfes von Mexiko mit den Mündungen des Mississippi und des Rio Grande. Juan Diaz de Solis erreichte 1516 die Mündung des Rio de la Plata im heutigen Argentinien, fand allerdings ein grausames Ende. Vor den Augen seiner Männer wurde er von den Indianern getötet und verspeist. Der Strom wurde zehn Jahre später von Sebastiano Caboto im spanischen Auftrag weiter erforscht. 1535 gründete Pedro de Mendoza dort Buenos Aires. Sein Stellvertreter, Juan de Ayolas, versuchte einen Landweg nach Peru zu finden und drang weit nach Paraguay vor. Pedro de Alvarado unterwarf 1524 Guatemala und El Salvador. Lucas Vazquez de Ayon versuchte 1526 eine Kolonie im heutigen Georgia zu gründen, scheiterte aber und 40 Jahre verstrichen, bevor die Spanier einen erneuten Siedlungsversuch in der Gegend wagten. 1535 bis 37 gelangte Diego de Almagro Pizarros Kumpan und späterer Feind nach Chile. Unterworfen wurde das Land dann von Pedro de Valdivia, der Santiago de Chile gründete. Etwa zur gleichen Zeit eroberte Sebastián de Benalcazar von Peru aus den Norden des Inka-Reiches das heutige Ecuador. In den Jahren danach unterwarf Jiménez de Quesada die Reiche der Muisca im heutigen Kolumbien und gründete Bogotá. Auf der Suche nach El Dorado trafen sich dort Benalcazar, Quesada und der deutsche Nikolaus Federmann, der im Auftrag der Welser Venezuela in Besitz genommen hatte. Hernando de Soto, Veteran der Inka-Kriege, landete 1539 in Florida, kämpfte sich weit ins Landesinnere bis zu den Appalatschen und erreichte den Mississippi, wo er an Fieber starb. Seine Männer wurden von Luis de Moscoso mit Mühe und Not zurück nach Mexiko geführt. Zur selben Zeit erforschte Francisco de Ulloa, finanziert von Cortez den Golf von Kalifornien und fand heraus, dass die Baja Kalifornia keine Insel, sondern eine Halbinsel ist. Zwei Jahre später segelte Juan Rodríguez Cabrillo, ein Portugiese in spanischen Diensten entlang der kalifornischen Küste nach Norden, bohren wurden. Die unzivilisierten Völker der Erde können verglichen werden mit einem unbearbeiteten Boden, auf dem Unkraut und nutzlose Dornensträucher wachsen, der aber so reich an natürlichen Kräften ist, dass er durch Arbeit und Kultivierung gesunde und wohlschmeckende Früchte hervorbringen kann. Daraus gibt es nur eine Schlussfolgerung. Die gesamte Menschheit ist eins. Las Casas gewann die Debatte. Er konnte die Berater des Königs von seinen Argumenten überzeugen. Ein großer Moment in der Geschichte der Menschenrechte. Doch die Realität der Macht war stärker als die Stimmen der Moral und das Gewissen der Christenheit. Am Ende wurde der Bann über weitere Eroberungen wieder aufgehoben. Der Versuch, eine ethisch vertretbare Außenpolitik zu machen, war gescheitert. Die Realpolitik hatte wieder einmal gesiegt. Das hieß, der Völkermord in Amerika durfte weitergehen. Einer der Täter hinterließ uns ein bemerkenswertes Dokument. Mancio Serra de Leguizamon ging als junger Bursche nach Peru, sah die Ermordung Atahualpas und kämpfte gegen Mancos Armee. Er überlebte den Mafiakrieg, nahm sich eine Inka-Prinzessin, verließ sie aber wieder und verspielte seinen Reichtum. Auf seinem Totenbett in Cusco, 78 Jahre alt, schrieb er 1589 an den spanischen König Philipp den Zweiten, ein Geständnis. Seit vielen Jahren verspüre ich den Wunsch, mich seiner katholischen Majestät König Philipp unserem Herrn mitzuteilen, denn meine Seele findet keinen Frieden. Im Namen der Krone nahm ich an der Entdeckung, Eroberung und Besiedelung jener Königreiche teil, die wir von den Inkas, den Herrschern dieser Reiche, geraubt haben. Ihre Majestät sollte wissen, dass wir diese Reiche in solch guter Ordnung vorfanden, dass es dort weder Diebe noch Schurken noch Ehebrecher gab. Und das Volk war anständig, zufrieden und fleißig. Alle Dinge von den Kleinsten zu den Größten hatten ihren Platz in der Ordnung. Die Inkas wurden gefürchtet und respektiert von ihren gehorsamen Untertanen, denn sie waren gute und fähige Herrscher, genauso wie ihre Stadthalter. Was mich bewegt, ihrer Majestät zu schreiben, ist mein Gewissen, denn ich fühle mich mitschuldig. Wir haben uns versündigt und diese Regierungen zerstört, die von den Menschen dort so geschätzt wurden. Sie waren, Männer wie Frauen, so frei von Gier und Verbrechen, dass sie Gold und Silber im Wert von hunderttausend Pesos in ihren offenen Häusern lassen konnten. Als sie herausfanden, dass wir Diebe waren, und ihre Frauen und Töchter zwangen sich mit uns und Militärunternehmen wachsen wird und die privaten Interessen der Pizaros mit den politischen Interessen des spanischen Imperiums verknüpfen wird. Nach vielen Monaten auf kleinen Inseln vor der Küste Äquadors geht Pizarro schließlich in Tumbes an Land und nimmt dann die Königsstraße der Inkas nach Süden. Die Spanier staunen über die gut gepflasterten, mit großen Steinblöcken eingefassten Wege. Dieses Straßensystem zieht sich durch das gesamte Inka-Reich, über 5000 Kilometer von Ecuador bis nach Chile. Mithilfe von zwei Einheimischen, die Spanisch gelernt haben, können sich die Spanier in Quechua, der Sprache der Inkas, verständigen. Sie sammeln erste Eindrücke von den Bewohnern des Andenreiches. Wie vernünftig diese Menschen sind. Sie zeigen großen Gehorsam gegenüber ihrem Herrscher. Sie essen Nagetiere, größer als Ratten, Mais und eine eigenartige Wurzelknolle. Die Nagetiere, größer als Ratten, sind Meerschweinchen, ein Leckerbiss nur zu festlichen Anlässen. Und die eigenartige Wurzelknolle ist die Kartoffel, das Grundnahrungsmittel der Inkas. Europäer kosten sie hier zum allerersten Mal. Aber nicht überall werden die Spanier freundlich empfangen. In einigen Städten kommt es zu Scharmützeln. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die bärtigen Fremden nicht mehr mit friedlichen Absichten kommen. Durch das erstaunliche Nachrichtensystem, sich ablösende Schnellläufer, wird der neue Inka Atahualpa täglich, ja stündlich über jeden Schritt, den die Spanier machen, informiert. Aber die Auseinandersetzung mit seinem Bruder Huasca, der ihm den Thron streitig macht, fordert seine ganze Aufmerksamkeit. Huasca erscheint bei weitem als die größere Bedrohung. Was, so überlegt man am Hof des Inkas, können ein paar Fremde mit seltsamen Tieren schon anrichten? In der Tat. Pizaros Armee ist erstaunlich klein. 62 Mann auf Pferden, 102 zu Fuß. 164 Männer gegen ein Reich mit fünf, vielleicht sogar zehn Millionen Menschen. Aber die Spanier haben hochmoderne Feuerwaffen und Stahlschwerter. Und einen unschätzbaren Trumpf. Furchtlosigkeit. Zumindest jetzt noch. Pizarro weiß vom Bürgerkrieg, der die Inkas entzweit. Schon Cortez hatte interne Spannungen ausgenutzt, um die Azteken zu besiegen. Warum sollte dies nicht auch in Peru gelingen? Und ebenso wie Cortez gewinnt Pizarro der gerissene Stratege verbündete unter den einheimischen Völkern, die erst kürzlich unter die Herrschaft der Inkas gezwungen wurden. Anfang November 1532 verlässt Pizarro die Küste und marschierte hinauf in die Berge, in die Anden. Sein Ziel ist die Stadt Cajamarca, wo Atahualpa, so kam es Pizarro zu Ohren, sein Lager aufgeschlagen hat. Die Inka-Straße wird schnell zu einem kleinen Pfad, der sich die steilen hänge. Wir dachten, dass dies die ganze Welt sei, schrieb Weiner Capacs Enkel später, bis die Spanier kamen. Im Gegensatz zu anderen Zivilisationen hatte sich die Welt der Inkas in Abgeschiedenheit ohne Kontakt nach außen entwickelt. Sie ist auf einem vergleichbaren Entwicklungsstand mit den Hochkulturen der Bronzezeit in der alten Welt. Es gibt in der Tat viele Parallelen mit dem frühen Ägypten oder besser noch mit der Shang-Dynastie Chinas. Die schamanistische Religion, die Verehrung der Sonne und der Berge, die Bedeutung von Astronomie und Weissagung. Wie alle bekannten Kulturen der Bronzezeit zelebrieren sie Menschenopfer, nicht in dem Ausmaß wie die Azteken, aber doch häufig. Kriegsgefangene werden nach der Schlacht geopfert, unberührte Mädchen und Jungen bei großen Festlichkeiten lebendig begraben. Hunderte müssen den Geist eines toten Inka in das Reich des Sonnengottes begleiten. Das zentrale Ritual des Inka-Staates ist der Kult der toten Herrscher. Dabei werden die Mumien der Inkas aus ihren Grabkammern geholt, festlich gekleidet und durch die Straßen getragen. Wie das Aztekenreich basiert der Staat der Inkas auf Zwang und militärischer Gewalt, auf Schenkungen und Tributzahlungen der Vasallen, auf staatlichen Ritualen, an denen alle Untertanen auch die unterworfenen Völker teilnehmen müssen. Einige dieser Völker mit völlig unterschiedlicher Sprache und Kultur hatten sich erst wenige Jahrzehnte zuvor nur widerwillig unter die Inka-Herrschaft gefügt. Wie im alten Ägypten wird die Wirtschaft zentral vom Staat verwaltet und ein guter Inka ist, wer für das Wohlergehen seines Volkes sorgt, es vor Hunger und Krankheit schützt. Huayna Kapak ist zu der Zeit im Winter 1527-28 ein guter König. In Quito ist er, um die neu eroberte Region im Norden seines Reiches zu befrieden. Da werden ihm beunruhigende Nachrichten von einer unbekannten Krankheit gebracht, die in der Reichshauptstadt Cusco in Peru wütet. Es sind die Pocken, dagegen sind die Heiler der Inkas machtlos. Sieben Jahre zuvor hatte die aus Europa eingeschleppte Seuche die Azteken dezimiert, reiste dann mit Händlern nach Süden entlang der Andenkette und hat jetzt das Herz des Inka-Reiches erreicht. Ein dunkles Omen für den Inka. Doch er weiß nicht, dass es den Untergang seiner Welt ankündigt. Auf der einsamen Insel unterdessen fallen Pivaros Männer mehr und mehr der Verzweiflung anheim. Drei Kameraden sind ernsthaft krank, einer liegt im Sterben. Als sie die Hoffnung auf Rettung schon aufgegeben haben, kommt sie doch noch. Pizarros Partner Almagro hat ein Schipanier haben allen Grund zur Furcht. Die Spione der Inkas hatten genau beobachtet, dass einige Spanier krank wurden und starben. Damit war der Bonus einer potenziellen Göttlichkeit wie Cortez ihn hatte dahin. Die politische Führungsspitze der Inkas war in langen Debatten zum Schluss gekommen, dass die Fremden, wo immer sie auch herkommen, weder göttlich noch freundlich sind. Atahualpa ist entschlossen, sie festzunehmen und zu töten. Aber seine Neugier ist stärker. Bevor sie sterben, will er diese Wesen aus einer anderen Welt genauer begutachten. Bei den heißen Quellen außerhalb der Stadt kommt es zur Begegnung zwischen den zwei Welten. Atahualpa begrüßt die Vorhut der Spanier mit den üblichen Gästen der Diplomatie. Er lässt ihnen Chicha, Maisbier, in goldenen Bechern reichen. Die Spanier denken gar nicht daran, Respekt zu heucheln und schütten den Trunk auf den Boden. Und dann lassen sie ihre Muskeln spielen. Wie schon bei den Azteken benutzen sie ihre Spezialwaffe, die Pferde, um die Inkas einzuschüchtern. Hernando de Soto, ein Konquistador, der sich später noch einen Namen machen wird, reitet so dicht an Atahualpa heran, dass das Pferd dem König ins Gesicht schnaubt. Aber der Herrscher verzieht keine Miene. Er sagt den Eindringlingen, dass sie in die Stadt gehen und dort auf ihn warten sollen. Die Spanier folgen der Aufforderung. Ziehen in die Stadt, die unheilverkündend verlassen ist, und verstecken sich in den Säulengängen eines großen Palastes am Hauptplatz. Dort warten sie stundenlang vor Angst schwitzend. Am frühen Abend endlich strömen die Menschen auf den Platz, füllen ihn dicht gedrängt, es müssen Tausende sein. Schließlich begrüßt vom Gesang seines Volkes erscheint der Herrscher auf einem goldenen Thron, den seine Diener auf den Schultern tragen, begleitet von seinen Offizieren. Er ist jung, etwa 30 Jahre alt und gut aussehend. Er trägt die rote königliche Quaste auf der Stirn und einen geschmeidigen Mantel aus Fledermaus Haut. Mitten auf dem Platz wird der Thron abgesetzt. Die entscheidende Szene, die jetzt folgt, wird von Huaman Poma beschrieben, einem peruanischen Historiker, der nur eine Generation später die Geschichte der Eroberung des Inka-Reiches niederschrieb. Zunächst spricht Pizarro, übersetzt von Dolmetscher. Ich bin der Botschafter eines mächtigen Herrschers jenseits des Meeres. Sein Name ist Karl und er sucht die Freundschaft mit dem Inka. Das ist das alleinige Ziel unserer Mission in Peru. Atahualpa hört aufmerksam zu. Dann antwortet er würdevoll. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass ihr eine lange Reise gemacht habt und mit einer Mission von einem bedeutenden Herrscher gekommen seid. Ich sehe jedoch er als sein Bruder Francisco nach Cajamarca brachte. Manco hat sich zum äußersten Rand seines Reiches zurückgezogen in das Tal von Vilcabamba. Es liegt so versteckt und abgelegen, dass es erst im 20. Jahrhundert wieder entdeckt wird. Hier, so glaubt der Inka, können ihn die Feinde nicht finden. Doch auf dem Weg dorthin lässt er neue Pfade anlegen und die Spanier finden sie. Als sie sich schließlich nach Vilcabamba durchgeschlagen haben, ist die Stadt verlassen. Manco ist im Dschungel verschwunden. Pitaros Männer durchkämmen die Wildnis zwei Monate lang, dann werden sie von Krankheit und Hunger zum Rückzug gezwungen. Der Inka ist ihnen um Haaresbreite entkommen. Manco baut eine neue Stadt, Vitcos, südlich von Vilcabamba hoch in den Bergen. Hier in einem prächtigen Palast hält er Hof für weitere sieben Jahre. Inzwischen beginnt das Reich der Pitaros zu zerfallen. Wie alle Mafia-Clans haben sich die Pitaros erbitterte Feinde geschaffen, allen voran den Clan der Almagros. 1538 spitzt sich die Fede zu. Es kommt zum Gefecht. Diego de Almagro wird besiegt, gefangen genommen und von Francisco Pitaro, seinem früheren Freund und Geschäftspartner hingerichtet. Die Rache lässt nicht lange auf sich warten. Drei Jahre später wird Francisco Pitaro, der Eroberer von Peru im Alter von 63 Jahren ermordet, von Diego de Almagro Junior, der Pate in einer Version des 16 Jahrhunderts. Die Spanier kämpfen nun gegeneinander und Manko gewährt den Feinden der Pitaros Unterschlupf. Eine fatale Großzügigkeit, denn auf seinen Kopf ist ein Preisgeld ausgesetzt. Der Inka spielt mit seinem neunjährigen Sohn Tito Cusi und einigen Spaniern Koiz, eine Art Boccia mit Hufeisen, als ihn sieben Mann von hinten anfallen und niederstechen. Mit der Ermordung Mankos schwindet die Hoffnung der Inkas auf Widerstand gegen die Besatzer. Ein kleiner unabhängiger Inka Staat hält sich in Vilcabamba noch weitere 28 Jahre. Doch 1572 wird auch diese letzte Enklave von den Spaniern zerquetscht. Der letzte Inka Mankos zweiter Sohn Tupac Amaru hingerichtet. Die politische Ordnung ist zerstört. Das Reich der Inkas hört auf zu existieren. Die Zivilisation der Inkas überlebte die Konquista nicht. Aber das Volk der Inkas überlebte. Und mit ihm seine tief verankerte Kultur, seine Rituale und seine Götter. Genau wie Manko gesagt hatte. Die Menschen haben nicht vergessen. Heute, fast 500 Jahre später, verehren die Indianer in Peru immer noch die Geister ihrer Inka Vorfahren, bringen ihnen Opfer, begrüßen die aufgehende Sonne und singen die Lieder, mit denen schon Atahualpa begrüßt wurde. Der Inka Vater goldenen Tempeln, Seen Ackerbau und Bewässerungskanäle. Die Einwohner von Tumbes laufen neugierig zusammen, bestaunen die weißen Bärtigen und ihre schwarzen Diener, lachen, stellen ohne Furcht und Hemmungen Fragen und laden sie zum Essen ein. Viele schöne, fein gekleidete Frauen zeigen ganz offen ihr Interesse an den hoch gewachsenen fremden Männern. Eine macht sogar ein Heiratsangebot. Die Inka Frauen sind stark und unabhängig. Noch heute ein Merkmal der traditionellen Gesellschaft der Andenvölker. Die Kombination von schönen Frauen und goldenen Tempeln, ein Motiv, das in den Geschichten der Konquister immer wieder auftauchen wird, versetzt einige der Konquistadoren in Ekstase. Andere sind mehr beeindruckt von der Offenheit, Gastfreundschaft und Wärme. Einer von Pizarro's Kameraden verliebt sich in eine Inka-Frau in hoher Position und muss in Ketten gelegt werden, als er entschlossen ist, zu bleiben. Ein anderer, ein einfacher Matrose, springt vom Schiff, weil er mit solch wunderbaren Menschen riecht. Bevor die Spanier Tumbes wieder verlassen, vollzieht Pizarro den zeremoniellen Akt der Unterwerfung, mit dem alle spanischen Entdecker und Eroberer in die neue Welt geschickt wurden. Gegenüber dem Stadthalter und den Stadtältesten erklärt er, dass er hiermit ihr Land im Namen des Königs von Spanien in Besitz nehme und dass sie von ihrer Götzenverehrung ablassen sollten. Eine solche Dreistigkeit Inkas nicht ernst gemeint sein. Sie verstehen Pizarros Worte als Witz und lachen herzlich. Bei Cieza de Leon lesen wir, Hätte Pizarro versucht, diese so sanften und friedfertigen Menschen mit freundlichen Worten zum christlichen Glauben zu bekehren, er hätte nicht mehr als seine paar Männer gebraucht und er hätte es geschafft. Aber das Schicksal der neuen Welt lag in Gottes Hand und nur Gott weiß, warum er zuließ, was dann geschah. Huayna Kapak, der Inka König, erhält die Nachricht über den Besuch der fremden Weißen an der Küste seines Reiches, aber es bleibt ihm keine Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen. Die Pockenseuche hat sein Lager in Ecuador erreicht. Viele seiner Generäle sterben. Dann erwischt es auch ihn. Das Schicksal hätte die Inkas nicht schlimmer treffen können. Das Reich hat einen großen starken Herrscher verloren und seine Nachfolge ist nicht eindeutig geklärt. Zwei seiner Söhne Atahualpa und Huasca rivalisieren um den Thron und werden das Land in einen Bürgerkrieg führen. Wieder einmal entscheidet das Timing der Geschichte zugunsten der Konquistadoren. Pizarro segelt unterdessen weiter südwärts entlang der peruanischen Küste und macht mehrere Landgänge. Jetzt gibt es keinen Zweifel mehr, dass südlich des Äquators eine unbekannte Hochkultur existiert, die vielleicht noch größer, hat sich in Peru Lorbeeren verdient und ist jetzt Stadthalter in Quito. Wie alle Pizarros hat er sich skrupellos an den Inka-Schätzen bereichert und kann deshalb eine exzellent ausgerüstete Expedition auf die Beine stellen. 230 Männer, die erfahrensten Konquistadoren Südamerikas, Experten wie Brückenbauer und Zimmerer, 200 Pferde, Kanonen, Gewehre, Armbrüste, Zelte und Werkzeuge, 2000 Hunde als Frischfleisch, 100 Jagdhunde und schließlich 4000 Indianer als Führer, Diener und Träger, darunter auch Frauen, die für die Männer mehr als nur kochen sollen. Eine beeindruckende Truppe. Die Spanier sehen schon die Schätze von El Dorado vor ihren Augen, die sie bald, so glauben, sie in Händen halten werden. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Im März 1541 bricht Gonzalo Pizarro auf. Die Probleme beginnen bereits sieben Wegstunden hinter Quito. Hier endet das gut organisierte Inka-Reich mit seinen gepflasterten Straßen und Poststationen. Hier beginnt die Wildnis und das Nichtwissen. Einheimische Führer kennen nur ihr eigenes begrenztes Gebiet. Eine Tatsache, die Pizarro selbst dann noch nicht glauben will, als er einige dieser Führer zu Tode hat foltern lassen, ohne dass sie ihm Informationen geben konnten. Die Strapazen sind unerwartet groß. Die Berghänge sind so dicht bewaldet, dass sich die Truppe mühevoll Pfade schlagen muss, die auch für die Pferde passierbar sind. Zig Flüsse und Wasserfälle blockieren den Weg und müssen mit selbst gebauten Brücken überwunden werden. Dazu kommt die Höhe. Der Pass liegt auf 4600 Metern und der Regen. Zwei Monate schüttet es, fast ununterbrochen. Die Kleider beginnen zu schimmeln und das ist der Anfang. Vollkommen erschöpft erreicht die Expedition schließlich das Tal von Sumaco, jenseits der Anden Hauptkette. Hier stößt eine kleine Gruppe von 23 Konquistadoren zu ihnen, die auf eigene Faust von der Küste kommend das Hochgebirge überquert hat. Ihr Führer ist Francisco de Orellana, ein spanischer Er ist mit Gonzalo Pizarro verwandt und wuchs wie diese in Trujillo in Extremadura auf. Doch in dem Abenteuer, das vor ihnen liegt, wird der einäugige Orellana Pizarros Feind werden und der eigentliche Held dieser Geschichte. Pizarro beschließt, den Großteil der Männer im Lager von Sumaco ausruhen zu lassen und sich nur mit einer kleinen siebzig köpfigen Gruppe weiter durch den Dschungel zu kämpfen. Zweieinhalb Monate ist er verschwunden. Seine genaue Route ist bis heute ein Rätsel. Er muss letztlich im Kreis gegangen sein, denn er erreicht schließlich den Fluss Coca, Nitrosen, ein Arzt, etliche Zimmerer und mindestens acht Frauen. Zudem mehrere hundert Indianer von Kuba und einige Afrikaner, der Großteil Sklaven. Obwohl die Expedition offiziell als Forschungs- und Handelsreise ausgewiesen ist, nimmt Cortez ein beeindruckendes Waffenarsenal mit. Armbrüste, Handgewehre, kleine Artillerie und tragbare Schiffskanonen. Seine Geheimwaffe sind sechzehn Pferde und eine große Anzahl Kampfhunde, Tiere, die, wie sich herausstellen wird, den Azteken unbekannt sind und ihnen große Furcht einjagen. Am 18. Februar 1519 setzt Cortez in Santiago de Cuba Segel gegen den Willen des kubanischen Gouverneurs. Der Schachzug eines Spielers, eines Spielers, der große unbekannte Risiken eingeht. Cortez Geschichte wird von einer Reihe einzigartiger Dokumente erzählt, darunter seine eigenen Briefe aus der neuen Welt. Erstaunlicherweise haben wir auch Material von Seiten der Azteken. Der faszinierendste und detailreichste Bericht wird von einem Franziskaner, Bernadino de Sargun, in Nahuate, der Sprache der Azteken geschrieben, gestützt auf Gespräche mit aztekischen Augenzeugen. Zusammen mit Liedern und Gedichten der Azteken gibt dieser Bericht einen unschätzbaren Einblick in die Geschehnisse. Geschehnisse, deren Tragik noch heute, fast 500 Jahre später, unter die Haut geht. Tragik 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 von Anfang von Anfang an unverschämtes Glück. Auf Cozumel, seiner ersten Station vor der Küste Yucatans, trifft er auf einen Spanier, Aguilar, der nach einem Schiffbruch acht Jahre als Gefangener unter den Einheimischen gelebt hat. Damit hat Cortez einen Dolmetscher für die Sprache der Mayas, unverzichtbar für das Vordringen ins Landesinnere. Die Expeditionsflotte segelt um die Halbinsel herum in den Golf von Mexiko und macht Halt an der Mündung des Tabasco. Die dort ansässigen Mayas sind vorgewarnt und begegnen den goldgierigen Neuankömmlingen feindlich. Es kommt zum Kampf, den die Spanier mit Leichtigkeit gewinnen. Der unerfahrene Cortez lernt eine wichtige Lektion. Auf die Maya-Krieger mit Waffen der Bronzezeit haben die Gewehre und Kanonen der Spanier eine verheerende Wirkung. Das heißt, dass die Spanier selbst dann mit einem Sieg rechnen können, wenn die Feinde zehnfach in der Überzahl sind. Die unterworfenen Indianer am Tabasco-Fluss geben den Spaniern zwanzig Frauen als Geschenk. Eine von ihnen heißt Malinali. Die Mexikaner nennen sie später die Spanier legen die letzte Beichte ab. Cortez-Männer zusammen mit indianischen Verbündeten etwa fünfhundert an der Zahl schlagen eine verzweifelte Schlacht. Trotz der großen Verluste, die ihre Gewehre bei den Tlaxcalanern anrichten, müssen sie sich mit letzter Kraft auf einen kleinen Hügel zurückziehen. Zwei Wochen halten sie dort, wie durch ein Wunder den Angriffen der Tlaxcalaner stand, bis diese aufgeben und den Frieden anbieten. Nach langen Verhandlungen erreicht Cortez schließlich was er wollte. Die Tlaxcalaner sind bereit mit ihm gegen Mexiko zu ziehen. Diese Allianz ist der Wendepunkt in Cortez-Geschichte, vielleicht sogar der Geschichte der neuen Welt. Sie besiegelt das Schicksal der Azteken, weit mehr noch als die Überlegenheit der europäischen Waffen ist es die Unterstützung durch die einheimischen Völker, die Cortez zum Sieg verhelfen wird. In Mexiko werden die Tlaxcalaner noch heute für diesen Verrat bitter kritisiert. Ein Sprichwort sagt, Schuld sind die Tlaxcalaner. Cortez marschiert weiter, gefolgt von 7000 Kriegern, von Tlaxcala zur bedeutendsten Pilgerstätte Amerikas, Cholula, unter dem Vulkan Popo Catepetl. Es ist die Stadt Quetzalcoatls, der hier noch in einem großen pyramidenförmigen Tempel verehrt wird. Die Einwohner sind Freunde Montezumas und die Tlaxcalaner warnen Cortez vor Unheil. Malinche hört das Gerücht, dass die Cholulana sie in eine Falle locken und dann massakrieren würden. Wahr oder nicht? Damit hält sich ein Mann wie Cortez nicht auf. Er ruft die 100 Führer der Stadt zu einem Treffen im Tempelhof. Unbewaffnet, ahnungslos oder naiv kommen sie und werden gnadenlos niedergemetzelt. Ebenso Tausende außerhalb der Hofmauer. Cortez rühmt sich mindestens 3000 Cholulana getötet zu haben. In den Berichten der Azteken heißt es Und so kam der Tod nach Cholula. Die Nachricht ließ uns vor Furcht zittern. Es war als ob die ganze Erde erschüttert wurde und Montezumas Herz brannte, als ob es in Chilis gewaschen worden wäre. Aber der Herrscher unternimmt nichts, um die Schlechter zu stoppen. Im Gegenteil, er schickt ihnen eine Gesandtschaft mit Goldgeschenken. Von Cholula aus nimmt Cortez, die alte Herrscherstraße durch die nebelverhangenen Bergwälder des Popokatepetl. Auch zu der Zeit ein aktiver Vulkan. Schließlich kommt die Truppe hinunter in das Tal von Mexiko. Im Dunst des Horizons beginnen die Männer einen riesigen See zu erkennen und je näher sie kommen, desto klarer wird das Bild. Mitten im See, über breite Dammwege mit dem Ufer verbunden, liegt die Stadt, von der Cortez geträumt hat. Tenochtitlan, die Hauptstadt des Ärzte geben. 18 Tage braucht die Expedition, um die Maniokplantagen zu erreichen. Die Ausgehungerten schlagen sich die Bäuche voll mit verheerenden Folgen. Die Knolle ist giftig, wenn sie nicht sehr gut gekocht wird. Zwei Männer sterben, vielem wird es so übel, dass sie nicht mehr laufen können. Alle haben geschwollene Bäuche. Neun Tage schaut sich Pizarro das Drama an, dann bläst er zum Aufbruch. Die Kranken werden auf die letzten Pferde gebunden, dann beginnt der Kampf durch den Dschungel erneut. Pizarro folgt den Windungen des Aguarico-Fluss aufwärts. So viel ist klar, irgendwann muss der Fluss zurück zu den Anden führen. Mehr als 500 Kilometer hacken sich die Spanier durch den Urwald in Richtung Nordwesten. Und immer noch sind keine Berge in Sicht. Selbst Pizarro beginnt nun den Mut zu verlieren. Er hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Peru scheint unerreichbar zu sein. Die glorreiche Armada für El Dorado ist nur noch einmal haben nichts mehr, außer ihrem Willen zu überleben. Die einseitige Ernährung mit Maniak ließ uns alle an Durchfall erkranken. Der Regen ergoss sich unaufhörlich auf meine zerlumpten Männer. Die meisten barfuß, da ihr Schuhwerk schon längst zerrissen oder aufgegessen war. Wir aßen schließlich alle 80 Pferde, die uns noch geblieben waren, und machten aus ihrem Blut eine Suppe, die wir mit Kräutern und Pfeffer würzten und aus unseren Helmen tranken. Wir stießen auf so viele Bäche und Flüsse, dass wir manchmal mehr als ein Dutzend Brücken bauen mussten, um gerade einmal zehn Kilometer voranzukommen. Es gab Tage, da warteten wir kniehoch durch Sümpfe. Manchmal reichte uns das Wasser bis zum Bauch, oder sogar noch höher. Endlich! Nach vielen Wochen sehen die Spanier am Horizont die blassblaue Linie der Berge, erkennen die Vulkangipfel vor Quito. Mit unvorstellbarer Willenskraft schleppen sie sich über die Andenpässe. Im Juni 1542, nach 16 Monaten, kehrt die einst so glänzende Expedition nach Quito zurück. Ausgezehrt, zu Skeletten abgemagert, mit Lumpen und Tierhäuten bedeckt, nur noch mit Hilfe von Stöcken aufrecht gehalten, stolpern die Konquistadoren nach Hause. Von den 200, die Orioner nachgewunken hatten, haben 80 überlebt. Fast ein Wunder angesichts der Hölle, durch die sie gegangen sind. Es war zweifelsohne, so notiert Tietza de Leon später, die härteste, entbehrungsreichste Expedition, die jemals in der neuen Welt unternommen worden war. Idrigt und misshandelt, mehrere Inka-Generäle hingerichtet. Frauen und Mädchen werden missbraucht, darunter auch Mankos Frau, die zum Entsetzen des Inka-Adels von Gonzalo Pizarro vergewaltigt wird. Die Spanier haben den Bogen überspannt. Die Inkas sind bereit, sich gegen sie zu erheben. Es hat überraschend lange gedauert, aber jetzt wird er auf. Im April 1536 gelingt es Manko abermals zu fliehen. An einem geheimen Ort versammelt er seine Generäle. Seine Rede ist durch Augen zu überliefern. Ich habe euch heute hier zusammengerufen, weil ich euch sagen will, wie ich über diese Fremden denke. Sie predigen das eine, tun aber das andere. Sie haben keinen Respekt vor Gott und keinen Anstand. Sie beleidigen und erniedrigen uns. Sie behandeln uns wie Hunde. Ihre Gier ist so groß, dass es keinen Tempel oder Palast mehr gibt, den sie nicht geplündert haben. Selbst wenn all der Schnee auf den Bergen Gold und Silber wäre, sie hätten immer noch nicht genug. Sie halten unsere Frauen, meine und eure Schwestern als Konkubinen und führen sich wie Tiere auf. Sie haben schon begonnen, unser Reich aufzuteilen, damit noch mehr von ihnen kommen können und uns ausrauben. Wir sollen ihre Sklaven sein, die unsere Frauen hergeben und Gold und Silber heranschaffen. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Sendet eure Boten durch das ganze Land und ruft eure Streitkräfte zusammen. Passt auf, dass die Bärtigen nichts davon erfahren. Kommt hier nach Cusco in 20 Tagen. Dann werden wir sie angreifen und alle bis auf den letzten Mann töten. Und wir werden erwachen von diesem Albtraum. In den Hügeln über Cusco sammelt sich die Inka-Armee. Es sind Zehntausende und umzingelt die Stadt. Der große Aufstand hat begonnen. Cusco wird nur von 170 spanischen Soldaten verteidigt, unterstützt von etwa 1000 indianischen Hilfstruppen. Es sieht schlecht aus für die Spanier. Pizarro ist in Lima abgeschnitten und schickt Hilfstruppen nach Cusco, aber die werden von Mancos Streitkräften aufgerieben. Die Inkas kontrollieren Cusco von ihrer Festung oberhalb der belagerten Stadt. Wenn die Spanier überleben wollen, müssen sie die Festung einnehmen. Mit dem Mut der Verzweiflung führen Pizarros Brüder den Angriff. Die Inkas sind zwar weit in der Überzahl, aber sie haben zu wenig europäische Waffen und zu wenige Krieger, die damit umgehen können. Mit Todesmut, Hartnäckigkeit und mit ihrer überlegenen Waffentechnik gelingt es den Spaniern, die Festung zu erobern. Das ist der Anfang vom Ende der Revolte. Nach zehn Monaten müssen die Inkas die Belagerung der Stadt aufgeben. Die Stadt als ein reiches, fruchtbares Land, bewohnt von Menschen, die vernünftiger sind als alle anderen bislang entdeckten Völker. Pizarro bekommt den Titel des Stadthalters von Peru und das Recht, das Land im Namen der Krone zu erforschen und auszubeuten. Dazu Geld, um für jede neue Kolonie Schutztruppen, Bürgermeister, Arzt und Apotheker zu bezahlen. Die Würfel sind gefallen. Pizarros Ziel ist nun offiziell, die Eroberung Perus. Ende 1530 verlässt Pizarro Panama zum dritten Mal Richtung Süden. Mit ihm segeln 180 Männer. Nur ein Drittel von ihnen kann lesen und schreiben. Das Herz seiner Truppe sind zwölf der 13 Männer, die mit ihm auf der Insel überlebt haben, sowie Freunde und Nachbarn aus seiner Heimatstadt. Diese Männer aus Extremadura sind Pizarro in unbedingter Loyalität ergeben und werden es trotz persönlicher Differenzen bleiben. Übertroffen wird diese Loyalität nur noch von Pizarros Familien. Sein Bruder Gonzalo und seine Halbbrüder Hernando und Juan. Es ist der Beginn einer fast Mafia ähnlichen Regentschaft in Peru. Eine private Firma, die zu einem riesigen Finanz- und Militärunternehmen wachsen wird und die privaten Interessen der Pizarros mit den politischen Interessen des spanischen Imperiums verknüpfen wird. Nach vielen Monaten auf kleinen Inseln vor der Küste Äquadors geht Pizarro schließlich in Tumbes am Land und nimmt dann die Königsstraße der Inkas nach Süden. Die Spanier staunen über die gut gepflasterten, mit großen Steinblöcken eingefassten Wege. Dieses Straßensystem zieht sich durch das gesamte Inka-Reich, über 5000 Kilometer von Ecuador bis nach Chile. Mithilfe von zwei Einheimischen, die Spanisch gelernt haben, können sich die Spanier in Quechua, der Sprache der Inkas, verständigen. Sie sammeln erste Eindrücke von den Bewohnern des Andenreiches. Wie vernünftig diese Menschen sind. Sie zeigen großen Gehorsam gegenüber ihrem Herrscher. Sie essen Nagetiere, größer als Ratten, Mais und eine eigenartige Wurzelknolle. Die Nagetiere, größer als Ratten, sind Meerschweinchen, ein Leckerbiss nur zu festlichen Anlässen. Und die eigenartige Wurzelknolle ist die Kartoffel, das Grundnahrungsmittel der Inkas. Europäer kosten sie hier zum allerersten Mal. Aber nicht überall werden die Spanier freundlich empfangen. In einigen Städten kommt es zu Scharmützeln. Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass die bärtigen Fremden nicht mehr mit friedlichen Absichten kommen. Durch das erstaunliche Nachrichtensystem missionarische Sendungsbewusstsein. Die spanischen Kämpfer, oft seit Generationen im Dienst an der Waffe, roh, zäh, meist ungebildet, viele sogar Analphabeten, strotzen vor Rauflust. Und auch sie werden erfasst vom Geist der Neuzeit, von dem unbezwinglichen Zug in die Ferne, von dem Trieb alles zu erforschen und zu unterwerfen. Es ist das Zeitalter der Entdeckungen. 1492 unterzeichnet das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella mit dem Genuesen Christophoro Colombo einen Vertrag im Auftrag der Krone, den Westweg nach Indien zu finden. Im Herbst desselben Jahres erreicht Kolumbus die karibischen Inseln, nennt sie, noch in seinem Irrtum gefangen, die westindischen Inseln. Ein neuer Kontinent liegt Spanien zu Füßen. Frankreich und England sind mit innenpolitischen Problemen beschäftigt. Portugal, Spaniens größter Rivale und unter seinem König Heinrich, dem Seefahrer, der Vorreiter der Entdeckungen, konzentriert sich auf den Osten, entdeckt 1498 durch Vasco da Gama den Seeweg nach Indien und beherrscht den Gewürzhandel aus Asien. Den Spaniern steht so der Westen offen. Die neue Welt. Noch sind es winzige Kolonien auf den Inseln Kuba und Hispaniola. Die Spanier finden dort im Wesentlichen nur Zucker und dunkelhäutige Indianer. Die Ausbeutung von beidem, die sklavengestützte Zuckerproduktion im großen Stil, wird erst Jahrzehnte später beginnen und die Antillen für 200 Jahre zur Melkkuh und zum Zankapfel der europäischen Mächte machen. Die spanische Krone jedoch, auf der Suche nach Geldquellen, um ihre Großmachtpolitik zu finanzieren, giert nach etwas, was auf den Inseln der Karibik nicht wächst. Gold. Die Spanier werden es finden. In Mengen, von denen kein Europäer je zu träumen gewagt hat. Denn im Dunkel des noch unentdeckten neuen Kontinents liegen Schätze, die sich die Menschen in der alten Welt nicht vorstellen können. Sie wurden geschaffen von zwei hochentwickelten Kulturen. Zivilisationen, die Errungenschaften hervorgebracht haben, die es in Europa am Beginn der Neuzeit nicht gibt. Wunderwerke der Ingenieurskunst, geniale Bewässerungsanlagen und Düngemethoden, botanische Gärten und Dampfbäder. Ein Postsystem, das mit unglaublicher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit funktioniert. Großstädte, deren Straßen so sauber sind, dass die Füße der Bewohner nie schmutziger werden als ihre Hände. Gerichte, die niemals mit Eigentumsdelikten beschäftigt sind, weil die Menschen so ehrlich sind. Und vor allem Meisterwerke des Kunsthandwerks, exquisit gearbeiteter Schmuck aus Gold und Silber. Beide Hochkulturen, der Staat der Azteken in Mexiko und das Reich der Inkas in Peru, werden in weniger als zwanzig Jahren nicht nur unterjocht, sondern völlig Zerschleitung der Mesquite-Bohne und des Peyote-Pilzes als Rauschmittel für ihre heiligen Zeremonien. Wie die Karankawa verschwinden die Coahuil-Teken am Ende des 18. Jahrhunderts. Man hielt sie für ausgerottet. Aber in jüngster Zeit haben sich kleine Indianergruppen in Texas gesammelt, die sich als nachkommender Coahuil-Teken bezeichnen. Fünf Jahre lebt und arbeitet Kabetha de Waka mit seinen indianischen Freunden. Er hat gelernt, was es heißt, Indianer zu sein, der Andere. Hat er noch Hoffnung, wieder in seine alte Welt zurückzukehren? Will er es überhaupt noch? An einem Tag im Frühling bekommt er eine Nachricht, die sein Leben verändert. Drei Kameraden der Expedition haben das Unwetter überlebt und leben nicht weit entfernt an der Küste. Sie treffen sich. Es sind zwei Spanier, Dorantes und Castillo und Estevanico, ein schwarzer Sklave aus Marokko. Ein bewegender Augenblick für Kabetha de Waka. Mehr als fünf Jahre lang hatte er allein, abgeschnitten von allen Kontakten zur Außenwelt, in der kleinen Welt der Coahuil-Teken verbracht. Wahrscheinlich hat er seit Jahren kein Wort Spanisch gesprochen. Vielleicht hat er sogar schon aufgehört, in Spanisch zu denken. Zusammenfassen die vier Männer den Plan, nach Mexiko zu gehen, zurück in die spanische Welt. Ihr Ziel ist Panuco, eine von Cortez gegründete Stadt nahe an der Golfküste Mexikos. Wie weit es bis dahin ist, fast 900 Kilometer, das wissen sie nicht. Im Frühjahr 1535 verabschiedet sich Kabetha de Waka von seinem Stamm und beginnt mit den drei Kameraden den langen Marsch nach Süden, entlang der Küste. Am Rio Grande, heute der Grenzfluss zwischen den USA und Mexiko, müssen sie landeinwärts, sofort dorthin, wo der 250 Meter breite Strom gefahrlos überquert werden kann. Dann folgen sie den alten Indianerpfaden westwärts, bis sich ihnen eine wild zerklüftete Gebirgskette mit Gipfeln bis zu 4000 Metern in den Weg stellt, die östliche Sierra Madre. Sie müssen entweder nach Nordwesten ins Landesinnere oder nach Süden zur Golfküste Richtung Panuco. Aber die Einheimischen raten ihnen dringend davon ab. In dem Gebiet, das sie durchqueren müssten, seien die Indianerstämme Weißen gegenüber so feindlich gesonnen, dass sie es mit Sicherheit nicht lebend bis zum spanischen Territorium schaffen würden. Die Spanier müssen nicht mühsam überzeugt werden. Sie schlagen den Weg nach Nordwesten ein, in der Hoffnung, es bis zum Pazifik zu schaffen und von dort nach Mexiko-Stadt zurückzukommen. Es wird ein Marsch von über 3200 Kilometern. Monatelang marschieren Cabeza de Waca und seine drei Freunde durch die Halbwüste des mexikanischen Nordens. Für die einheimischen Indianer sind sie eine Riesenattraktion. Diese wertigen Fremden sprechen indianische Sprachen, halten jegliche Entbehrungen und Strapazen aus und scheinen über Blass. Warum? Weil Oriana hier zum ersten Mal geheimnisvolle Geschichten hört über einen Stamm mit furchteinflößenden Kriegerinnen, ähnlich den Amazonen in der griechischen Mythologie. Es ist eine alte Legende, sogar in der neuen Welt. Kolumbus hatte sie schon erzählt und viele nach ihm. Aber Orianas Männer zweifeln nicht daran, dass diese Geschichten wahr sind. Und Carvajal versichert uns, dass sie weiter flussabwärts, im heutigen Brasilien, tatsächlich Amazonen getroffen und mit ihnen gekämpft hätten. Ob sie jemals wirklich existierten, ist bis heute ein Rätsel. Aber die Legende gab dem größten Flusssystem der Erde seinen Namen. Wie gigantisch der Strom ist, wissen die Spanier natürlich nicht. Das ist ihr Glück, denn zwischen ihnen und der Mündung des Amazonas liegen 3100 Kilometer. Doch auch wenn sie es wüssten, sie haben gar keine andere Wahl, als weiterzufahren in die grüne Wildnis Amazoniens. In der Hoffnung, irgendwann lebend den Atlantik zu erreichen. Was wurde inzwischen aus Gonzalo Pizarro und seinen 200 Männern? Ohne Boot, eingeschlossen im Urwald, dem Verhungern nahe. Nach Orianas Abfahrt kann Pizarro nur eines tun, weitermarschieren. Untätigkeit wäre fatal. Also kämpfen sich die Spanier weiter flussabwärts entlang des Napo, Kilometer für Kilometer. Etwa 40 schaffen sie, dann sind ihre Kräfte erschöpft. Seit Tagen ernähren sie sich nur noch von Eidechsen, Schlangen und Pflanzenknospen. Pizarro weiß, ohne richtige Nahrung ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Sterben beginnt. Da kommt ein rettender Strohhalm, oder besser fünf, fünf Indianer-Karnhus, verlassen von den Einheimischen, die aus Angst vor den Weißen in den Wald geflohen sind. Damit schickt Pizarro einen seiner besten Männer, Gonzalo Pineda, los, um etwas Essbares zu finden. Es ist ihre letzte Hoffnung. Pineda paddelt flussabwärts bis zur Mündung des Aguarico. Hier findet er den Platz, wo Oriana gelagert hat. Pineda begreift, Oriana ist entweder tot oder ist weitergefahren. In jedem Fall hat er nichts Essbares gefunden. Verzweiflung ergreift die Männer. Doch dann erinnert sich Pineda an die Aussagen der Führer und beschließt, den Aguarico hinauf zu segeln, in der winzigen Hoffnung, dort irgendetwas Nahrhaftes zu finden. Nach zehn Wegstunden, etwa 50 Kilometern, stoßen sie auf Plantagen mit Maniok, der stärkehaltigen Kassave-Knolle, Grundnahrungsmittel für fast alle Mittel- und südamerikanischen Waldindianer. Die Spanier landen, fallen auf die Knie und danken Gott. Sie kochen und essen sich Säde, Kanonen, Gewehre, Armbrüste, Zelte und Werkzeuge, 2000 Hunde als Frischfleisch, 100 Jagdhunde und schließlich 4000 Indianer als Führer, Diener und Träger, darunter auch Frauen, die für die Männer mehr als nur kochen sollen. Eine beeindruckende Truppe. Die Spanier sehen schon die Schätze von El Dorado vor ihren Augen, die sie bald, so glauben sie, in Händen halten werden. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Im März 1541 bricht Gonzalo Pizarro auf. Die Probleme beginnen bereits sieben Wegstunden hinter Quito. Hier endet das gut organisierte Inka-Reich mit seinen gepflasterten Straßen und Poststationen. Hier beginnt die Wildnis und das Nichtwissen. Einheimische Führer kennen nur ihr eigenes begrenztes Gebiet. Eine Tatsache, die Pizarro selbst dann noch nicht glauben will, als er einige dieser Führer zu Tode hat foltern lassen, ohne dass sie ihm Informationen geben konnten. Die Strapazen sind unerwartet groß. Die Berghänge sind so dicht bewaldet, dass sich die Truppe mühevoll Pfade schlagen muss, die auch für die Pferde passierbar sind. Zig Flüsse und Wasserfälle blockieren den Weg und müssen mit selbstgebauten Brücken überwunden werden. Dazu kommt die Höhe. Der Pass liegt auf 4600 Metern und der Regen. Zwei Monate schüttet es, fast ununterbrochen. Die Kleider beginnen zu schimmeln. Und das ist erst der Anfang. Vollkommen erschöpft erreicht die Expedition schließlich das Tal von Sumako, jenseits der Andenhauptkette. Hier stößt eine kleine Gruppe von 23 Konquistadoren zu ihnen, die auf eigene Faust von der Küste kommend das Hochgebirge überquert hat. Ihr Führer ist Francisco de Orellana, ein spanischer Hauptmann, der sich in Peru in den Schlachten gegen Manco hervorgetan hat. Er ist mit Gonzalo Pizarro verwandt und wuchs wie diese in Trujillo in Extremadura auf. Doch in dem Abenteuer, das vor ihnen liegt, wird der einäugige Orellana Pizarros Feind werden und der eigentliche Held dieser Geschichte. Pizarro beschließt, den Großteil der Männer im Lager von Sumako ausruhen zu lassen und sich nur mit einer kleinen 70-köpfigen Gruppe weiter durch den Dschungel zu kämpfen. Zweieinhalb Monate ist er verschwunden. Seine genaue Route ist bis heute ein Rätsel. Er muss letztlich im Kreis gegangen sein, denn er erreicht schließlich den Fluss Coca, nicht weit vom Lager der Haupttruppe entfernt. Bei einem 70 Meter in die Tiefe stürzenden Wasserfall, heute San Rafael genannt, vereint sich die Expedition wieder. Von hier blicken die Spanier auf den Regenwald, der sich wie ein grünes Meer bis zum schnurgeraden Horizont streckt, das Amazonasbecken. Ihr geografisches Pizarro beschließt, den Großteil der Männer im Lager von Sumako ausruhen zu lassen und sich nur mit einer kleinen 70-köpfigen Gruppe weiter durch den Dschungel zu kämpfen. Zweieinhalb Monate ist er verschwunden. Seine genaue Route ist bis heute ein Rätsel. Er muss letztlich im Kreis gegangen sein, denn er erreicht schließlich den Fluss Coca, nicht weit vom Lager der Haupttruppe entfernt. Bei einem 70 Meter in die Tiefe stürzenden Wasserfall, heute San Rafael genannt, vereint sich die Expedition wieder. Von hier blicken die Spanier auf den Regenwald, der sich wie ein grünes Meer bis zum schnurgeraden Horizont streckt, das Amazonasbecken. Ihr geografisches Wissen ist begrenzt. Aber so viel glauben die Konquistadoren zu begreifen, dieser Wald reicht bis zum Atlantik und der Coca ist ein Zufluss zum Mar Dulce, zum süßen Meer, so hatte der spanische Seefahrer Vicente Pinzon den Amazonas genannt, als er im Jahr 1500 die riesige Mündung des Stromes entdeckte. Beeindruckt, wie weit das Süßwasser in den salzigen Ozean vordrang. Aber die Ostküste Südamerikas war seitdem nicht weiter erforscht worden. Was liegt zwischen dem Atlantik und den Anden? Und vor allem, wie weit ist es? Niemand weiß es. Die Spanier können noch keine Längengrade berechnen. Die Sonne und die Sterne geben ihnen eine grobe Orientierung, aber wo sie sich wirklich befinden, davon haben die Abenteurer nur eine äußerst vage Idee. Die Expedition überquert den Coca und marschiert zwei Wochen lang flussabwärts, kämpft sich durch Sümpfe, hackt sich mit Äxten und Macheten durch das tropische Dickicht. Sie kommen unendlich langsam voran. Von den indianischen Trägern sind nur noch wenige am Leben, die meisten sterben vor Erschöpfung, Hunger, an Misshandlung und europäischen Krankheiten. Auch Pizaros Männer sind ausgezehrt und krank. Und von El Dorado kein Oktober. Sieben Monate nach ihrem Aufbruch in Quito ist die Moral der Truppe am Boden. Pizarro muss eine Entscheidung treffen. Aufgeben und zurück oder weiter. Inzwischen haben sie die letzten Stromschnellen hinter sich. Und der Coca ist ein tiefer, sanfter Strom, etwa 400 Meter breit. Pizarro findet die Lösung. Er baut ein Boot. Mit einem Boot kann er die schwere Ausrüstung und die Kranken transportieren. Und er kann die Angriffe der Indianer besser abwehren, die von ihren Kanus aus die Spanier mit Pfeil und Bogen traktieren. Es sind, so kann man heute vermuten, Vorfahren der Kofanes, eine Stammesgruppe, die einst weite Gebiete am Ostrand der Anden besiedelte. Hartnäckig bekämpfen sie die Eroberer. Goldsucher halten jegliche Entbehrungen und Strapazen aus und scheinen über besondere Kräfte zu verfügen, mit denen sie unglaubliche Heilungen vollziehen. Fast ständig werden die vier von Hunderten von Indianern begleitet, die um ihren Segen bitten. Die Route von Cabezas de Waca lässt sich heute nur ungefähr nachvollziehen. In der Gegend der großen Biegung überqueren die Spanier wieder einen großen Fluss. Es muss der Rio Grande sein und benutzen dann höchstwahrscheinlich die uralte prähistorische Route nach Süden, den großen Comantschen Pfad. Auf diesem Weg überqueren sie den Rio Grande zum dritten Mal. Die Furt wird noch auf den US-Militärkarten des 19. Jahrhunderts Grand Indian Crossing genannt. Sicher ist, dass Cabezas de Waca in Ochinaga war, wo der Conchos in den Rio Grande mündet. Später, 1582, kam hier eine Expedition unter dem Spanier Antonio de Espejo auf der Suche nach den legendären sieben Städten von Cibola, den geheimnisvollen Goldstädten, durch. Sie fanden nur fünf armselige Pueblos. Diese werden auch schon von Cabezas de Waca erwähnt. Die Indianer gaben Espejo in Zeichensprache zu verstehen, dass hier vor dreißig Jahren vier Fremde vorbeigekommen waren, drei weiße und ein schwarzer Mann, und sie hätten Kranke geheilt und sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Cabezas de Waca, der erste Corandero, der christliche und indianische Elemente vermischt und so die erste Brücke baut zwischen den Kulturen, zwischen zwei sehr unterschiedlichen Weltsichten. Wie sinnfällig, dass seine Route entlang der heutigen Grenze zwischen Mexiko und den USA verläuft. Einer Grenze, die die westliche Welt Nordamerikas von der indianischen Welt Lateinamerikas trennt. Wo immer Cabezas de Waca und seine drei Begleiter auftauchen, werden sie als große Heiler empfangen. Eine Tatsache, die es heute ermöglicht, Stationen ihrer Route zu identifizieren. Der nächste Augenzeugenbericht kommt aus dem Hochland der westlichen Sierra Madre. Eine spanische Expedition unter Ibarra kreuzt 1565 den Shell Trail, einen uralten Handelsweg vom Pazifik nach Arizona und New Mexico, auf dem Muscheln und andere Kostbarkeiten gehandelt wurden. Die Indianer dort, so berichtet Ibarra, erzählten ihm begeistert über Cabezas de Wacas Besuch. Er habe Todkranke geheilt und es regnen lassen. Der Eindruck, den Don Alvar bei den Einheimischen hinterlässt, ist so groß, dass noch mehr als hundert Jahre später Berichte über seine Heilungen niedergeschrieben werden. Inzwischen haben die Spanier mehr als 1400 Kilometer zurückgelegt. Alles zu Fuß. Barfuß natürlich. Wie mögen sie ausgesehen haben. Sonnenverbrannt, die langen Bärte verfilzt, mit Tierhäuten notdürftig bekleidet und dünn wie Bohnenstangen. Seit Monaten ernähren sie sich von Würmern und spinnstlich war es seine Persönlichkeit, die den Ausgang dieser Geschichte bestimmte. Seine Schnelligkeit und Flexibilität, sein Wagemut und sein Improvisationstalent, seine Rücksichtslosigkeit und seine Brutalität, seine Fähigkeit, Risiken einzuschätzen und einzugehen, seine Willenskraft und Hartnäckigkeit und seine Fähigkeit, grandiose Strategien zu entwickeln. Und dazu noch hatte er Charisma und die Gabe zu verführen. Seine eigenen Männer, Malinche, die Tlaxcalaner und andere Feinde der Azteken, der große Montezuma, alle erlagen seinem Bann. Seine Talente dienten ihm gut, dem Spieler, der alles einsetzte und gewann. Aber am Ende war es vielleicht ein hohler Sieg, denn das Ziel seiner Träume erreichte er nur um den Preis der totalen Zerstörung. Im Winter 1527 erreicht ein Boot eine einsame Insel im Pazifik vor der Küste Südamerikas. Es kommt, um eine versprengte Gruppe spanischer Abenteurer aus Panama zu retten, die sich ins Unbekannte wagten auf der Suche nach Gold. Ihr Führer ist ein erfahrener Conquistador, Francisco Pizarro. Pizarro ist davon überzeugt, dass irgendwo im Süden eine unbekannte Welt existiert. Seine Männer jedoch haben die Nase gestrichen voll von seinen Versprechungen. Sie wollen nur noch eines nach Hause. Da nimmt Pizarro einen Stock und zieht eine Linie in den Sand. Freunde, Kameraden, auf dieser Seite wartet Hunger, Entbehrung, Gefahr und Tod. Auf der anderen Seite gibt es Sicherheit und Bequemlichkeit. Wer dorthin geht, zurück nach Panama, bleibt arm. Wer jedoch auf meine Seite kommt, wird reicher werden, als ihr euch träumen könnt. 13 Männer wagen den Schritt auf Pizarros Seite, die glorreichen 13, wie sie später genannt werden. Sie werden an einem der faszinierendsten und zugleich tragischsten Ereignisse der Geschichte teilnehmen. Die Eroberung eines Reiches, von dem die Welt bis zu diesem Zeitpunkt nichts wusste. Das Reich der Inkas. Als ich mich anschickte, für die Menschen heutiger und zukünftiger Zeiten über die Entdeckungen und Eroberungen zu schreiben, die unsere spanischen Landsleute in Peru machten, wurde mir bewusst, dass es in der gesamten weltlichen Schöpfung nichts Großartigeres gibt, über das man berichten kann.